21. Dezember 2013 im äthiopischen Kalender oder 30. Dezember 2020 im europäischen Kalender. 22. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein Gott Amen. Gelobt sei der Name der Dreifaltigkeit Ebrahams. Gelobt sei der Name meiner Mutter Jungfrau Maria. Lobt sei der Name von Erzengel. Mögen die Namen unserer gemadeten Väter und Mütter geerbt werden. Lobt sei den Namen unserer heiligen Väter, Märtyrer, Mütter, Väter Amen. 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 Äthiopien ist ein Land, in dem die Herrlichkeit der Dreieinigkeit offenbart und gelobt wird. Äthiopien ist das Erbe der Jungfrau Maria. Äthiopien ist das Licht der Welt. Äthiopien ist der Herrscher der Welt. An alle Nachkommen Adams. 9. Nachricht von Äthiopien Welt Light Government. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein Gott Amen. Wie geht es dir, der Familie Gottes? Diejenigen, die sich unter Äthiopien das Weltlicht versammelten, fleißige Beratung, heilige Pokalverbände, und diejenigen, die bereuen durch das Verständnis und den Glauben ante seine Botschaften, und diejenigen, die Buße getan haben und hielt sich aus dem Dreck dieser Welt, sowohl registriert als auch nicht registriert, der Ehrliche, der Sanfte. Allmächtiger Gott, sei gelobt, dass wir diese Jahreszeit erreichen dürfen. An alle Nachkommen Adams. Lesen Sie diese 9. Botschaft mit Respekt an die ganze Menschheit. Vielleicht gibt es dir Gott sogar am Ende der Zeit ein Herz. Wer kennt nur ihn? Hab ein gutes Verständnis. Amen. Psalm 97 sagt, der Herr regiert, lasst die Erde sich freuen, lassen Sie die Vielzahl der Inseln sich darüber freuen. Wolken und Dunkelheit sind um ihn herum. Gerechtigkeit und Gericht sind die Behausung seines Throns. Ein Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feine ringsum. Seine Blitze erleuchteten die Welt. Die Erde sah und zitterte. Die Hügel schmolzten wie Wachs in der Gegenwart des Herrn, in der Gegenwart des Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, und alle Menschen sehen seine Herrlichkeit. Verwirrt sind alle, die geschnitzten Bildern dienen, die sich rühmen, bete ihn an, alle Götter. Zion hörte und war froh, und die Töchter Judas freuten sich über deine Gerichte, Herr. Denn du, Herr, bist hoch über der ganzen Erde, du bist weit über alle Götter erhaben. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hast das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Er befreit sie aus der Hand der Gottlosen. Licht wird für die Gerechten gesät und Glück für die Gerechten im Herzen. Freue dich des Herrn, ihr Gerechten. Und danke für die Erinnerung an seine Heiligkeit. In den Psalmen 94 von 1 bis 16 heißt es, Herr, Gott, das die Rache ist, O Gott, dem Rache gehört, zeige dich, erhebe dich, du Richter der Erde, und belohne die Stolzen. Herr, wie lange sollen die Gottlosen, wie lange sollen die Gottlosen triumphieren? Wie lange sollen sie harte Dinge aussprechen und sprechen? Und alle Übeltäter rühmen sich? Sie zerbrechen dein Volk, oder die, und belasten dein Erbe. Sie töten die Witwe und den Fremden und ermorden die Weisen. Doch sie sagen, der Herr wird nicht sehen, und der ganze Gott Jakobs wird es nicht sehen. Verstehe, ihr Brutalen unter den Menschen, und ihr Nahren, wann werdet ihr weise sein? Wer das Ohr gepflanzt hat, soll er nicht hören. Er das vor das Argument, so soll er nicht. Wer die Heiden züchtigt, soll er nicht korrigieren. Wer den Menschen Wissen lehrt, soll er es nicht wissen. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie Eitelkeit sind. Gesegnet ist der Mann, den du züchtigst, Herr, und ihn aus deinem Gesetz lehrst, damit du ihm Ruhe gibst von den Tagen der Not, bis die Grube für die Gottlosen gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erben nicht aufgeben. Aber das Gericht wird zur Gerechtigkeit zurückkehren. Und alle, die ganz oben am Herzen sind, werden ihm folgen. Wer wird sich für mich gegen die Übeltäter erheben? Oder wer wird sich für mich gegen die Übeltäter einsetzen? Psalm 79 sagt, Oh Gott, die Heiden sind in dein Erbe gekommen, deinen heiligen Tempel haben sie beschmutzt, sie haben Jerusalem auf Haufen gelegt. Die Leichen deiner Knechte haben sie gegeben, um den Hühnern des Himmels Fleisch zu sein, das Fleisch deiner heiligen den Tieren der Erde. Ihr Blut haben sie wie Wasser um Jerusalem vergossen, a-n-de gab es keine, sie zu begraben. Wir sind zu einem Vorwurf gegenüber unseren Nachbarn geworden, zu einer Verachtung und Verspottung derer, die um uns herum sind. Wie lange, Herr, willst du für immer wütend sein? Soll deine Eifersucht Feuer verbrennen? Gieße deinen Zorn auf die Heiden, die dich nicht gekannt haben, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht angerufen haben. Denn sie haben Jakob verschlungen und seine Wohnung verwüstet. Oh erinnere dich nicht an frühere Missetaten gegen uns, lass deine zärtliche Barmherzigkeit uns schnell verhindern, denn wir sind sehr niedergeschlagen. Hilf uns, oh Gott unseres Heils, zu Ehre deines Namens, und errette uns und reinige unsere Sünden um deines Namens willen. Warum sollten die Heiden sagen, wo ist der Gott? Lass ihn unter den Heiden in unseren Augen durch die Rache des vergossenen Blutes deiner Diener bekannt werden. Lass das Seufzen des Gefangenen vor dich kommen. Nach der Größe deiner Kraft bewahre dir den Schlauch, er zum Sterben bestimmt ist. Und mache unseren Nachbarn siebenfach ihren Vorwurf in ihren Busen, womit sie der Vorwürfe gemacht haben, oh Herr. Also werden wir, dein Volk und Schafe von deiner Weide, dir für immer danken. Wir werden allen Generationen dein Lob aussprechen. Minus. Wie sie in den oberen drei Worten des Allmächtigen Gottes gehört haben, alle Worte sagen uns, dass Gott seinem Volk Gerechtigkeit bringen wird und dass er die Schreie des Gerichts für sein Volk nicht tolerieren wird. Hinweis, Gott ist Wahrheit, und deshalb sind Gerechtigkeit und Gericht die Grundlage seines Throns. Auf keinen Fall, Gottes Fundament ist ein rechtschaffenes Gericht. Feuer geht vor ihm her, ja, der Allmächtige Gott. Es ist ein verzehrendes Feuer. Alle, die sich der Dreifaltigkeit widersetzen, werden vom Feuer verzehrt. Der Blitz gibt der Welt Helligkeit und sie werden sehen, wie die nächste Aktion wie die Sonne scheint. Wer argumentiert für die Wahrheit Gottes? Ja, nur sehr wenige würden über die Wahrheit des Allmächtigen Gottes streiten. Äthiopiens Botschaft der Welt war in erster Linie, die Wahrheit zu vermitteln. Dies ist seit 15 Jahren so. In den Worten des Allmächtigen Gottes oben, beachten sie die Bedeutung jedes Wortes. Was bedeutet es für sie sind in ihr Erbe eingegangen? Sie sehen das deutlich. Heute sollten sie nicht daran zweifeln, dass Äthiopien von den globalen Kriegern des Teufels besetzt wird. Wessen Agenda verfolgt unser Führer heute? Ja, sie sind die Vollstrecke der globalen Kampagne des Teufels. Britische Geheimdienst, US Intelligence Agency, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Saudi, Geheimdienstes. Warum gießen sie ihr Geld ein? Warum gehen ihre Spione morgens und abends spazieren? Tatsächlich haben sie in Äthiopien so viele Konfessionen gesehen, die massakriert und ins Exil geschickt wurden. Die rassistische tikreische Truppe hatte Äthiopien 29 Jahre lang zerstreut, belästigt und verfolgt. Die gegenwärtige Regierung, die aus seinem Leib kam, es ist eine Schlange, die ihr Aussehen verändert hat. Es ist in Nachricht 8 gut dargestellt. Die Regierung intensiviert die koordinierte Kampagne der TPLF zur Zerstörung unserer Kirche. TPLF seines Vaters, er hat unsere Kirche, Klöster und Urgroßväter in vielerlei Hinsicht zerstört. Die heutige Regierung hat ihr Gesicht mit der Neuen geändert und steht im Einklang mit den britischen und amerikanischen Plänen. Die Regierung dieses Abriahmet, die Kirche ist seit der Machtübernahme zusammengebrochen. Er wurde verbrannt. Alle seine Mitglieder führen Krieg und Völkermord gegen die Amhara-Gemeinschaft, die diesen Glauben nicht nur in Bezug auf Planung und Strategie, sondern auch angesichts des offenen Antisemitismus angenommen hat. Dieses Regime wurde vom Volk der Oromo gegründet. Nicht alle Oromo, aber die meisten östlichen und westlichen Teile von Oromo. Es basiert auf Heresie und Islam. In zweieinhalb Jahren hat es eine große Anzahl von Menschen konsumiert. Er hat sich schon lange darauf vorbereitet und bemüht, auch wenn es ein Wunsch ist. Trotzdem zerstörte er Gottes Erbe. Wir haben dies in den Worten des Allmächtigen Gottes gesehen, den er uns gezeigt hat, indem er die Kirche verbrannt und zerstört hat. Daher fordere ich alle Leser auf zu verstehen, dass das Urteil sehr schwierig ist. Aus diesem Grund habe ich die Worte des Allmächtigen Gottes an die Haustür gestellt, bevor ich die Hauptbotschaft eingabe. Der saubere Schwung, der heruntergekommen ist, ist in der Geschichte der Menschheit beispiellos. Es zeigt, wie mächtig und unaufhaltsam Gottes Zorn ist. Nach dieser Einführung finden Sie in der Offenbarung von Johannes Kapitel 16, 18, 19, Wenn das Wort ausgedrückt wird, es repräsentiert den Fluss des Zorns. Es zeigt auch sein Gewicht. Ich fordere Sie auf zu verstehen, dass das Ziel darin besteht, die in Offenbarung 20 erwähnten Worte des Allmächtigen Gottes zu erfüllen. Der grundlegende Inhalt und Zweck der Nachricht. Die Nachricht kam heraus, wie in früheren Briefen wird es nicht nur vom Sklaven des Allmächtigen Gottes übermittelt. Vielmehr zeigt es deutlich, dass es sich um eine Botschaft der äthiopischen Weltlichtregierung handelt. Es bestätigt den Ernst der Botschaft und ihre Erfüllung im mächtigen Willen der Dreifaltigkeit. Die Nachricht berührt viele Dinge. Es zeigt die Wahrheit und das Urteil, die Durchsetzung. Es beschreibt das aufrichtige Urteil von gestern über die Dreifaltigkeit und was getan wurde und dabei getan wird. Es beschreibt auch die Reinigung und Aktion, die in der Geschichte der Menschheit noch nie gesehen wurde. Das Schwierigste von allen, es enthält aussagekräftige Durchsetzungsentscheidungen. Es ist eine Zeit beispielloser Turbulenzen. Turbulenzen. Sehr Nikolan, strenge Befehle sind entscheidend. Es ist eine Offenbarung von Dingen, die noch nicht enthüllt wurden und die geheim gehalten wurden. Kontroversen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Die Auswirkungen sowohl der Bösen als auch der Diener des Teufels werden klar identifiziert. Durch göttliche Autorität aus der Dreifaltigkeit. Es ist das direkte Gebot, die Herrschaft und das Gebot der Sklaven und Diener des Allmächtigen Gottes. Es ist eine Botschaft dringender und mächtiger Befehle. Es ist sehr wichtig, dass alle Nachkommen Adams es lesen und anhören. Alle Nachkommen Adams, egal wo sie leben, werden von der Dreifaltigkeit beurteilt. Also hört zu. Die alte Schlange, die Drache, der falsche Prophet, Regierungen, Organisationen, religiöse Institutionen, moderne politische Spieler, reiche Leute, die alle den Teufel verehrt haben, ob sie sein Zeichen erhalten haben oder nicht, und die ihre Seelen für die verkauft haben um ihres Fleisches willen, wird in das gerechte Gericht aufgenommen. Ob sie es hören oder nicht, unsere Mission ist es, es auszudrücken. Einer schlechten Person schlechte Nachrichten geben, für denjenigen, der gesegnet ist, ist es nur, die gute Nachricht auszudrücken. Zu diesem Tag, mindestens sieben Nachrichten wurden an alle Nachkommen Adams gesendet. Seit 2011 im äthiopischen Kalender, hauptsächlich auf dem Telegram-Kanal, einem von unserem Sohn Bruck gestarteten Kanal namens Offenbarung von Johannes 20, auf dieser Seite versucht das äthiopische Licht der Welt ständig, alle Nachkommen Adams mit Botschaften, Aussagen, Lehren, Ratschlägen und Befehlen zu erreichen. Es wurde von den Familien Gottes durch die volle Unterstützung unseres Erlösers Jesus Christus und der Jungfrau Maria in verschiedene Sprachen übersetzt und der ganzen Menschheit zugänglich gemacht. Nach der Botschaft und der Entscheidung des Allmächtigen Gottes hätten wir heute nicht einmal ihr Zeichen sehen dürfen. Jedoch wir fühlten wütend gemacht, dass sie noch im Leben mit ihrer Arroganz, ihrer Vergangenheit Verbrechen und Abfall, ihre Homosexualität und Ehebruch, ihre Arroganten und ungezügelte Sündhaftigkeit in der Geschichte der Welt. Wir hatten Mitleid mit unserem Gott, der Dreifaltigkeit Ebrahams und der Geduld der Jungfrau Maria. Wir haben gestritten, aber wir sind Menschen und unsere Geduld ist gleichbedeutend mit Menschen. Aber die Geduld des Herrn, unseres Erlösers, ist unverständlich. Deshalb bist du immer noch hier. Aber jetzt haben sie keine Zeit mehr, die Geduld des Allmächtigen Gottes und der Jungfrau zu nutzen. Es kann nicht existieren. Diese Nachricht dient nur zur Ankündigung ihrer Leistung. Bis heute wurde Geduld ein Preis gezahlt, der niemals gezahlt werden darf. Weil die Tasse voll ist, wirst du an deinem letzten Todesfest teilnehmen. Es ist gut für alle Nachkommen Adams, es zu lesen und zu hören. Weil sowohl sein Leben als auch sein Abschied angekündigt wurden, es hilft auch, das Gleichgewicht der Gerechtigkeit zu verstehen. Gründlich durchlesen. Es gibt auch eine kurze Beschreibung der Identität der auserwählten Diener Gottes und der Jungfrau Maria. Dies entspricht dem göttlichen Gebot der Dreifaltigkeit nach 15 Jahren. Für den, der zur Auferstehung gelangen wird, herzliche Glückwünsche. Denn eitel sind die Menschen dieser Welt, reich an Sünde, dem Teufel treu, böse Generationen, es ist eine Nachricht von ihrem Tod und ihrer Zerstörung. Die Apostrophe ist es. Es ist vorbei. Lauf raus. Mit diesen Worten, ein Ton ist zu hören. Starker Donner, kam vom Thron der Dreifaltigkeit, dem Schöpfer aller Schöpfung, aus dem Himmel. Ja, lassen sie sich immer wieder sagen, ihre endgültige Bestellung ist eingetroffen. Hören sie auf Adams Nachkommen. Hör mal zu. Deine mächtige Zerstörung hat mich am Ende des Zeitalters begleitet. Und er ist gekommen, um dich zu zerstören und dich um den Tod betteln zu lassen. Die Worte des Allmächtigen Gottes sagen es uns. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln. Geht hin, und die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde ausgissen. Und der Erste ging hin und schüttete seine Fiole auf die Erde aus. Und es fiel ein lärmender und schmerzlicher Schmerz auf die Männer, die das Mahlzeichen des Tieres hatten, und auf diejenigen, die sein Bild verehrten. Minus wenn dies passiert, Abfall vom Glauben, Katholizismus, Islam, Shintoismus, Buddhismus, Hinduismus, Salbung, Wachschicksal und so weiter. Alle, die Gott anbeten und das Tier verehren, werden von jedem außerhalb der äthiopisch-orthodoxen Kirche geschlagen. Die Wunde ist zu stark, dass sie nicht geheilt werden kann. Und der zweite Engel schüttete seine Fiole auf das Meer. Und es wurde wie das Blut eines Toten, und jede lebende Seele starb im Meer. Minus Hinweis. Wenn dieser Ausbruch alle Meereslebewesen zerstört, werden alle Fische, die 50% der menschlichen Nahrung ausmachen, zerstört. Und es wird zu einem schlechten Geruch, und das ganze Meer wird zu einer Quelle für schlimme Krankheiten. Und der dritte Engel schüttete seine Fiole über die Flüsse und Brunnen des Wassers, und sie wurden Blut. Und ich hörte den Engel des Wassers sagen, du bist gerecht, Herr, der du bist und verschwendest und sein sollst, weil du so gerichtet hast. Denn sie haben das Blut von Heiligen und Propheten vergossen, und du hast ihnen Blut zum Trinken gegeben, denn sie sind würdig. Und ich hörte einen anderen aus dem Altar sagen, trotzdem, Herr, allmächtiger Gott, wahr und gerecht sind deine Urteile. Minus wenn wir die Implikation davon verstehen, wenn die Flüsse und Quellen auf der Erde Blut wären, wäre es wie das verdurstete ägyptische Volk. Wenn alle Menschen Wasser verlieren, wird es keine Woche dauern. Das Meer trinkt nicht, weil es salzig ist. Und der vierte Engel schüttete seine Fiole auf die Sonne, und ihm wurde die Macht gegeben, Männer mit Feuer zu verbrennen. Und die Menschen wurden mit großer Hitze verbrannt und lästerten den Namen Gottes, der Macht über diese Plagen hat, und sie taten Busse, ihm keine Ehre zu geben. Minus deshalb vor allem der Wunden, und den Durst nach Wasser, das feurige und brennendes Feuer wird die Bösen auf alle fällt, wenn er den Tod sucht und der Tod sich versteckt, damit begann er den Gott zu beleidigen. Wie sein Vater, der Teufel und der fünfte Engel schüttete seine Fiole auf den Sitz des Tieres, und sein Reich war voller Dunkelheit. Und sie nagten an ihren Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und Wunden und bereuten nicht ihre Taten. Minus diese Aktion hat sich vor der sie, ein Brennen und Stechen Wunde, ein brennendes Gefühl, ein brennendes Feuer, ein Zähneknirschen, unaufhaltsamer Tod, das wird dir passieren. Und der sechste Engel schüttete seine Fiole auf den großen Euphrat aus, und das Wasser davon wurde ausgedrücknet, damit der Weck der Könige des Ostens vorbereitet werden konnte. Und ich sah drei unreine Geister wie Frösche aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten kommen. Denn sie sind die Geister der Teufel, Wunder, die zu den Königen der Erde und der ganzen Welt gehen, um sie zum Kampf an diesem großen Tag des allmächtigen Gottes zu sammeln. Siehe, ich komme wie ein Dieb, gesegnet ist, wer aufpasst und seine Kleider behält, damit er nicht nackt geht und sie seine Schande sehen. Und er versammelte sie an einem Ort, der in der hebräischen Sprache Hamagedon genannt wurde. Minus das erwartet dich, es wird ein Krieg sein, der die ganze Welt erfasst und den größten Teil der Weltbevölkerung übernehmen wird. Und der siebte Engel schüttete seine Fiole in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel des Himmels vom Thron und sprach, es ist vollbracht. Und es gab Stimmen und Donner und Blitze, und es gab ein großes Erdbeben, wie es nicht war, seit Menschen auf der Erde waren, ein so mächtiges Erdbeben und so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und das große Bäbelan kam in Erinnerung vor Gott, um ihr den Kelch des Weins der Heftigkeit seines Zorns zu geben. Und jede Insel floh Weg, und die Berge wurden nicht gefunden. Und es fiel auf die Menschen ein großer Hagel aus dem Himmel, jeder Stein über das Gewicht eines Talents, und die Menschen lästerten Gott wegen der Hagelplage, denn die Pest davon war außerordentlich groß. Wir haben die Worte der Offenbarung des Johannes Saar, Kapitel 16. Wie Sie vielleicht vom Höchsten gehört haben, war der Apostel Johannes, der von unserem Herrn und Erlöser geliebt und verehrt wurde, eine feste Vision des Allmächtigen Gottes auf der Insel Patmos. Wie ich Ihnen bereits in unserer Lektion erklärt habe, Minus der Allmächtige Gott tut immer nichts, ohne seinen geliebten Dienern zu sagen, was er vorhat. In Folge dessen versicherte er seinem geliebten Apostel Johannes die Zukunft aller Dinge auf der Welt. Hier ist der Herr, unser Retter, er das Wort bestätigt, begleitet von einem Erzengel, um das Wort umzusetzen. Hören Sie, alle Nachkommen Adams, denn die Tasse ist voll. Die Dreifaltigkeit Ebrahams, die sie verachtet, abgelehnt und für die sie gekämpft haben, hat sie in sein Urteil aufgenommen. Hör mir zu, meine Leute. Alles, was Sie bisher gesehen haben, es war eine beratende Strafe. Vielleicht gab es eine Anstrengung, dich zurückzubekommen. Es könnte nicht sein. Du bist immer schlimmer geworden. Aufgrund ihres Stolzes und Abfalls waren alle unsere Bemühungen, einen Ausweg für sie zu finden, vergebens. Du hast es mit deiner zerstörerischen Kraft geschoben. Sie haben nicht einmal einen kleinen Preis für Mercys ausgestreckte Hand gegeben. Du hast in dem Alter, das dir gegeben wurde, nicht bereut, aber du hast auf die alte Schlange vertraut und den falschen Propheten zu deinem Gott gemacht. Du hast dich über deinen Verrat gefreut. Sie haben aufgetrampelte Herr und unser Heiland Jesus Christus Geduld mit ihrer Arroganz und Abfall. Wenn sie nicht durch die Turbulenzen und Hungersnöte, Krankheiten und Kriege, Völkermord und Völkermord, Rassen und Religionskriege, Naturkatastrophen, Erdbeben und die Versammlung des Schöpfers beunruhigt sind. Wenn sie die patriarchalische Bestrafung verachten und sagen, dass sie es nicht wissen ihre Göttlichkeit überhaupt. Sie sind ein Feind Gottes. Was wird passieren, wenn du den Teufel verehrst? Was zu erwarten ist? Du hast viel Zeit bekommen, aber du hast es benutzt, um den Teufel anzubeten. Du hast den unwiderruflichen Zorn des Allmächtigen Gottes mit deinem schlimmsten Abfall vom Glauben gebracht. Hier ist die Stimme ihrer Erfüllung vom Thron des Allmächtigen Gottes. Es ist vorbei. Die sieben Engel eiten zur Erde, um den Kelch des Zorns auszuschütten. Wo kannst du dich dann verstecken? Wir haben nach dir geschrien, damit du nicht aus diesem Ofen fällst und mit deiner Rasse ausgestorben bist. Es könnte nicht sein. Ich, der eitle, der vertrauenswürdige Diener der Dreifaltigkeit, habe 15 Jahre lang alles erzählt. Ich wollte nicht versuchen, dich wieder zu erreichen, sondern weil es ein starker Befehl der Dreifaltigkeit war. Über die Liebe meines Vaters zu den Geboten seines Vaters, um meiner Mutter Jungfrau Maria Willen, ich werde dir deine schlechten Kummer Nachrichten erzählen. Was? Hören Sie, denn es ist vollbracht. Hör mal zu. Sie haben nur Zeit zuzuhören und sich zu verabschieden. Du hast keine Zeit mehr. Es ist vorbei. Wer sind die Anbeter des Tieres? Sie müssen dies klar wissen. Die überwiegende Mehrheit der Christen findet es schwierig, das prophetische Wort der Offenbarung zu verstehen. Dies liegt daran, dass wir den Allmächtigen Gott nicht bitten, die Bedeutung der Vision unter der Führung des Heiligen Geistes zu lesen. Viele sogenannte moderne Gelehrte lassen sich von ihren teuflischen Brillen antreiben und interpretieren sie als böse Idee. Hier in unserem Land, um mutig die Samen des Zweifels zu sehen, haben sie ein Buch herausgebracht, das die Menschen schwer beschäftigt. Sie haben das getan. Es sollte widersprechen, was im äthiopischen Kalender 2004 Äthiopien das Licht der Welt Nummer 5 angegeben wurde. Weil ich genau weiß, was diese Autoren sind. Wir werden die Ergebnisse sehen, der ihr Urteil befolgt wurde. Kehren wir zu unserem Hauptpunkt zurück. Wer sind die Anbeter des Tieres und diejenigen, die das Zeichen erhalten? Minus Minus Was wir in der ersten Reihe beschreiben, sind Ketzer, als nächstes ihre katholische Mutter, danach ist der Islam der wichtigste, Religionen wie Asien, China, Thailand, Korea, Vietnam, Kambodscha, die Mongolei und andere Teile der Welt wie der schintoistische Buddhismus, der Buddhismus, Indien, der Hinduismus und der Sikhismus machen etwa 90% der Weltbevölkerung aus. Abgesehen von diesen, es gibt diejenigen, die von verschiedenen Göttern verehrt werden, und es gibt diejenigen, die atheistisch sind. Wer erkennt das Malzeichen des Tieres nicht und verehrt es nicht? Minus Ja, das ist klar. Wahre orthodoxe der Wedelgläubige, diejenigen, die die Dreifaltigkeit in Wahrheit und Geist verehren, wurden in 40 Tagen getauft und erhielten die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit. Diejenigen, die kein Heidentum in ihrem Glauben praktizieren, diejenigen, die ihren Glauben bewahren, die in Heiligkeit vor dem allmächtigen Gott und der Jungfrau Maria wandeln. Dies sind die einzigen, die das Tier nicht verehrten und das Zeichen nicht nahmen. Das ist ein Fakt. Wer soll dann gerettet werden? Wer wird die Auferstehung überleben? Ich wiederhole, er wird übertreten, wer das Tier nicht verehrt und sein Zeichen nicht nimmt und es verehrt. Lassen Sie uns wissen, dass die Verehrung von Reichtum, Wissen und Macht nicht ihre Form der Verehrung des Tieres ist. Anmerkung Minus heute, zur Zeit, wer sind die Hauptvertreter oder Kommandostationen des Tieres? Erwähnen wir sie in ihrem Land. Minus Großbritannien, USA, China, Frankreich, Deutschland, Israel, Saudi-Arabien, Türkei, Iran, Korea, Korea, Australien, Brasilien, Indien, Spanien, Kanada, Südafrika, Japan, Italien und so weiter. Diese und andere kleinere Länder, sie dienen dem Teufel als Befehlsimplementierer und Vermittler. Babylon, Amerika, ist der Inbegriff des Tieres, sie hat auf den Tränen und dem Blut der Armen gegründet. Es ist bekannt, dass Großbritannien die Hälfte der Welt kolonisierte, und als sie diese Expansion durchführten, massakrierten sie ihre Bewohner und haben Millionen unschuldigen Blutes in ihren Händen. Die britischen, französischen, protugiesischen, spanischen, italienischen und deutschen Ingenieure sind die Hauptingenieure für das Blutvergissen auf dieser Erde. In Asien waren Russland und Korea, Japan, Korea und andere maßgeblich an der Hinrichtung des Tieres beteiligt. Heute, sie haben ihre Anbetung aktualisiert und sind auf dem gleichen Weg. Es gibt keine Regierung oder Menschen, die das Tier nicht verehren und sein Zeichen nicht tragen. Ausgehend von den Herrschern unseres Landes, die Großen und die Kleinen Länder, alle Herrscher und ihre Ehebrüche verehren das Tier und tragen das Zeichen. Neben Ketzern und Katholiken, die das Tier verehren und das Zeichen haben, sind die folgenden. Islam. Dieser Glaube ist ein Mythos, der völlig falsch ist und aus dem Buch des alten Schlangenteufels Buch der Dunkelheit stammt. Dieser Glaube hat alle seit mehr als 1400 Jahren zerstört und sie aus dem Weg geräumt. Es ist der Glaube, der das Blut der wahren Propheten und der Gerechten vergossen hat. Orthodoxer Glaube von Tevado. Dieser Glaube hat nichts mit der Realität zu tun, es ist voller Mythen und Gleichnisse. Es entstand in dem, was wir heute Saudi-Arabien nennen. Heute sind mehr als eine Milliarde Muslime in der Hauptstadt Mekka und begrüßen das Reich des Teufels. Sie verneigen sich, infolgedessen verehrten sie das Tier und erhielten das Mahl. Es gibt ein Sprichwort oder eine Prophezeiung unter Muslimen, besonders in Mekka, wo Muslime leben. Es ist wie folgt, in Äthiopien wird es in Zukunft einen kahlen König geben. Dieser Mann wird den Islam sowie seine Hauptstadt Mekka zerstören. Nur wenig Menschen werden überleben. Sie glauben, dass der Rest verloren gehen wird. Diese Aussage ist älteren Muslimen bekannt. Der junge Islam schenkt ihm nicht viel Aufmerksamkeit, aber es ist wahr. Es mag einige sanfte Menschen geben, die Gott in jedem Alter lebt, und für die eine sanfte Islam-Person mag Gott ihm offenbart haben. Trotzdem werden sie sicherlich zugrunde gehen, weil der Islam so viel Blut vergossen hat. Sie werden weggefegt. Der König, der in Äthiopien regieren wird, ist Kaiser Devodrus. Es verstehen. Die Zeit ist abgelaufen. Er ist an ihre Tür angekommen. Er wird sie zerstören. Vom Allmächtigen Gott vertraut und gelebt. Mit der Kraft des Allmächtigen Gottes kann keine irdische Kraft ihr widerstehen. Treue Diener der Dreifaltigkeit. Für diese Wahrheit wird es seit 15 Jahren in Äthiopien das Licht der Weltbotschaften offenbart. Diese Welt und ihre Bewohner werden es niemals akzeptieren. Für diese Generation ist es dasselbe wie Aloe zu trinken. Um die Wahrheit zu empfangen, akzeptiere es nicht. Sie werden es erhalten, während sie sterben. Die Botschaft Äthiopien, das Licht der Welt ist seit 15 Jahren für alle Nachkommen Adams im Umlauf. Was tun für die Generation, die sein Ohr für ihre Botschaft geschlossen hat? Der Islam ist eines der Werkzeuge des Teufels, bekannt für seine Arroganz, seinen Abfall vom Glauben und seine Zerstörung. Wenn sie beraten werden, hören sie nicht zu. Sie sind voller Hass und Verachtung. Sie betrachten diejenigen, die kein Islam sind, nicht als Menschen. Sie hatten die größte Gelegenheit zur Umkehr, aber sie nutzten sie nicht. Nach dieser Botschaft ist die Tasse, die sie erhalten, dazu bestimmt, wie die Ketzer zu sein. Lassen sie sich von dieser schlechten Nachricht erreichen. Keine Chance mehr, du hast es mit deinem eigenen Stolz begraben. Es gibt keinen Teil der Welt, der ohne Islam ist, es gibt überall auf der Welt. Sie zählen mehr als eineinhalb Milliarden. Wie ich oben erwähnt habe, sind alle Plagen der sieben Engel auch für die Muslime, weil sie das Zeichen der ehemaligen Schlange, des Drachen und des falschen Propheten verehrten und akzeptierten. Überzeugungen von China und ähnliche Überzeugungen, Taoismus, Konfuzianismus, Buddhismus, Shintoismus leugnen die Dreifaltigkeit vollständig. Sie verehren Idole, Philosophien und Drachen. Dies sind die Überzeugungen, die am deutlichsten zeigen, dass diejenigen, die die alte Schlange, den Drachen, den falschen Propheten verehren und das Zeichen hielten. Sie feiern ihr Jahr auch, indem sie es benennen, das Jahr des Hundes, das Jahr der Ratte, das Jahr des Drachen, das Jahr des Affen und das Jahr des Drachen. Diese Glaube geht über China hinaus und war nach Vietnam, Thailand, Nepal, Kambodscha, Korea und Japan gelangt. Sie haben lange Zeit das Blut von Unschuldigen in ihrem Land vergossen, um sich zu etablieren. Deshalb sind sie in der Gerechtigkeit des Allmächtigen Gottes enthalten. Sie sollen zerstört und ausgelöscht werden. Sie haben eine Bevölkerung von 1,8 Milliarden. Indien, der Hinduismus ist die Hauptreligion Indiens und deckt 80% der indischen Bevölkerung ab. 14% sind islamisch. Überlebende davon, sie hat Sikhismus und viele andere fragmentierte heidnische Religionen. Es gab fromme Anhänger der orthodoxen Kirche in diesem Land. Sie sind heute fast nicht mehr vorhanden. Diese Überzeugungen des Sohnes des Teufels haben den Tevedo zerstört. Indien hat viel unschuldiges Blut vergossen. Es ist ein Land mit 3 Milliarden Einwohnern. Sie verneigten sich offen vor dem Tier und stehen immer noch auf diese Weise. Sie werden alle wegfegen und zerstört. Die Arten von Überzeugungen, die wir oben aufgeführt haben, wenn wir sie in Zahlen auflisten. Theresi, Protestanten, Katholizismus und andere christliche Überzeugungen, 2.2 Milliarden. Schentuismus, Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus, insgesamt rund 2 Milliarden. Hinduismus, Sikhismus und andere, 1.3 Milliarden. Orthodoxe Gläubige, nur mit Namen, fast eine halbe Milliarde. Tevedo-Orthodoxe Gläubige, sie erreichen 100 Millionen. Atheistische, Ungläubige, traditionelle Anbeter. Es wird geschätzt, dass eine Milliarde. In Summe, es sind etwa 7,5 Milliarden Menschen außerhalb der orthodoxen Tevedo. Also alle außerhalb des orthodoxen Tevedo. Sie verehrten, verehrten, nahmen das Zeichen und verdienten Geld mit dem Tier, der alten Schlange, dem alten Drachen, dem falschen Propheten. In dieser Sammlung, weil sie nicht bereut haben, werden alle in Offenbarung 16 beschriebenen Plagen auf sie fallen, sie werden im großen Zorn der Dreifaltigkeit von der Erde weggefegt. Insgesamt gibt es weltweit rund 205 Länder. Sie basieren alle auf den oben aufgeführten Überzeugungen. Nach dem offenbarten und entschlossenen Urteil, stehen in ihrem Bestimmten los. Nach dem Urteil und dem Befehl der Dreifaltigkeit werden sie bald durch göttlichen Zorn ausgelöscht. Was sagt uns die Offenbarung von Johannes, Kapitel 18? Das Wort des Allmächtigen Gottes sagt, Und nach diesen Dingen sah ich einen anderen Engel vom Himmel her abkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er weinte mächtig mit einer starken Stimme und sprach, Babylon der Große ist gefallen, ist gefallen und wird zur Behausung der Teufel und zum Halt jedes üblen Geistes und zum Käfig jedes unreinen und hasserfüllten Vogels. Denn alle Nationen haben vom Wein des Zorns ihre Unzucht getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht begangen. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Fülle ihrer Köstlichkeiten reich geworden. Kennt niemand Amerika? Niemand. Jeder kennt sie. Das Baby des Milchflaschenhalters kennt sie auch. Gibt es jemanden, den Amerika nicht getan hat? Gibt es jemanden, hat nicht homosexuell durch die USA werden? Gibt es jemanden, der nicht von den Vereinigten Staaten bestellt hat? Gibt es jemanden, der es wagt, Amerika nicht zu gehorchen? Gibt es ein Land oder eine Organisation, die Amerika nicht bestellt? Wir haben all ihre Rebellion gesehen und gehört. Es ist 15 Jahre her, seit ihr Urteil gefällt wurde. Sind nicht die Briten, die Franzosen, die Chinesen, die Iraner, die Türken, die Soddies, die ihr gleichgestellt sind, die Feinde Gottes, die die treuesten Diener des Teufels sind? Ja, sind sie. Die Offenbarung des Johannes, Kapitel 19 Das Wort Gottes, des Allmächtigen auch sagen uns, dies, und nach diesen Dingen hörte ich eine große Stimme vieler Menschen im Himmel und sagte, Alleluja, Errettung und Herrlichkeit und Ehre und Macht dem Herrn, unserem Gott, den wahr und gerecht sind seine Urteile. Denn er hat die große Hube gerichtet, die die Erde mit ihrer Unzucht verderbt hat, und das Blut seiner Diener gerecht an ihrer Hand. Und wieder sagten sie, Alleluja. Und ihr Rauch stieg für immer und ewig auf. Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier Tiere fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprach, Amen. Und eine Stimme kam vom Thron und sprach, Preiset unseren Gott, alle seine Diener und alle, die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte wie die Stimme einer großen Menge und wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme mächtiger Dorner und sprach, Alleluja, denn der Herr, der Allmächtige Gott, regiert. Lasst uns froh sein und uns freuen und ihm Ehre erweisen, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gewährt, dass sie in feinem Leinen, sauber und weiß, angeordnet werden sollte, denn das feine Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, Schreibe, gesegnet sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er spricht zu mir, das sind die wahren Worte Gottes. Offenbarung von Johannes Kapitel 19 von 1 bis 9 Meine Familie, Gottes Familie, ja, Gottes Familie, äthiopische Weltlichtfamilien, und alle von ihnen, die die Gelegenheit hatten, diese Botschaft und die vorherigen sieben Botschaften zu hören, möge Gott ihnen den Sinn geben, dieses große Geheimnis der Wahrheit Gottes zu verstehen. Du kannst es niemals wissen, wenn Gott deinen Geist nicht erleuchtet. Denn es gibt keinen Nachkommen Adams, der nicht von der alten Schlange, dem falschen Propheten der alten Zeit, getäuscht wurde, ein paar von euch, Geliebte und von Gott aus erwählt, diejenigen, die die große Bedrängnis ertragen, du musst getröstet werden. Denn heute wird dein Tag, dein Licht wird scheinen, deine Müdigkeit soll gesehen werden, deine Lasten sollen aufgehoben werden, und unser Retter Jesus soll dich belohnen. Also lobe Gott, ihr Bösen, Anbeter der alten Schlange, treuer Anbeter des falschen Propheten und Anbeter des Drachen, sprich, wehr euch. Wo wirst du fliehen? Der Tag wird nicht vergehen. Die Minute wird nicht lang sein. Du wirst nicht entkommen. Amerika, England, Frankreich, China, Russland, Indien, Israel, Pakistan, Nordkorea, Iran, Nuklearbesitzer, Teufelskammern. Sie haben das ganze Blut der Armen wie einen Wasserstrahl vergossen und sind bereit, ein weiteres großes Blut zu vergießen. Du wirst nicht entkommen. Du, der dir die Blüte der Unschuldigen für die ehemalige Schlange vergossen hast, die deinen Schöpfer verachtet haben, die nicht bereut haben. Sie alle, einschließlich ihrer eigenen Komplizenregierungen, solchen werden auf dich fallen, bis du von der Erde zerstört bist. Babylons Urteil hatte sich vor 15 Jahren in der ersten Botschaft einer Botschaft offenbart. Es wird heute passieren. Das ist die Wahrheit. Die Worte des Allmächtigen Gottes, die in den Kapiteln 16, 18 und 19 der Offenbarung von Johannes beschrieben werden, sind Gottes Wille und Handlungen, die umgesetzt werden sollten. Wer wird von ihrem Fleisch Israel genannt? Was es bedeutet? Warum heißen sie? Wenn wir das nicht verstehen können, wir können nicht verstehen, Gottes Willen und seine Idee Erfüllung, und warum? Diejenigen, die von ihrem Fleisch Israel genannt werden, sind das Land, das wir heute sehen. In seiner Vergangenheit hat Gott die ganze Menschheit gelehrt, dass wir keine anderen Götter außer ihm anbeten sollten, dass wir ihn fürchten und anbeten sollten. Es ist ein Land, in dem die Menschen zu diesem Zweck vom Allmächtigen Gott gepflanzt wurden. Versteckte Geschichten erzählen uns, dass sie ein Volk waren, das Gott vor der Erschaffung Israels gepflanzt hat. Mit dem Gesetz, das in ihren Herzen und in ihren Gedanken geschrieben stand, hatten diese Menschen ihn, den Allmächtigen Gott, gelebt und angebetet. Es gab auch ein großes Land, das über die Erde herrschte. Wie in Nachricht 8 angegeben, es gab nicht weniger als 150 Königreiche auf der Welt. Sie vertrauten und verehrten Gott, nannten ihn Esslöffel und erweiterten ihr Reich. Sie waren das verherrlichteste aller Königreiche der Welt. Die Äthiopie. Zum Beispiel war Kaiser Sende Kalmar 4500 v. Chr. ein Kaiser. Kaiser Sende Kalmar eroberte ganz Afrika, einschließlich Fernost, Asien und einen Teil Europas. Er hatte nicht weniger als 150 Königreiche regiert. Wie in der vorherigen Nachricht 8, Seiten 25 und 26 beschrieben, zu dieser Zeit offenbarte ihnen der Allmächtige Gott nur sehr wenig. Mit diesem kleinen Lichtblitz waren unsere Vorfahren erstaunt. Und sie arbeiteten und kämpften darum, Gott zu finden. Sie haben Gott nicht gesehen, und Gott offenbarte ihnen das Geheimnis nicht. Aber sie liebten ihn mit seiner sehr kleinen Offenbarung, sie glaubten und vertrauten ihm. Sie vertrauten ihm in Angst und Liebe, sie haben Gerechtigkeit und gute Regierungsführung gewahrt. In all dem liebte und respektierte der Allmächtige Gott sie. Kaiser Sende Kalmar war seit über 400 Jahren an der Macht. Sein Sohn, Kaiser Apfilas, erweiterte sein Reich mehr mit dem Willen Gottes als sein Vater, und er respektierte und liebte den Allmächtigen Gott, den er ernannte. Er wurde der Vater der Welt und regierte 450 Jahre. Wenn das alles erledigt ist, es gab kein Land namens Israel. Zur Zeit der Erschaffung Israels gab es eine Zeit, in der die Menschheit von einem Gesetz im Kopf zu einem schriftlichen Gesetz umgewandelt wurde. Als Mose geboten wurde, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, war dies eine Erinnerung an Gottes Verheißung an ihren Vorfahren Abraham. Gott gibt deutlich seinen Befehl zum Wohle der Menschheit und entsprechend der Fähigkeit der Menschen, seine Herrlichkeit zu empfangen und zu tragen. Er wählte Israel für eine große Ehre. Wie Sie aus ihrer Geschichte deutlich sehen können, nannte er das Volk Israel auf wundersame Weise mein Volk und befahl dem Pharao, mein Volk freizulassen und mir zu dienen. Der Pharao, der sich weigerte zu gehorchen, fügte seinem Volk jedoch eine schreckliche Seuche zu. Er trank es im Meer und befreitete Israeliten gewaltsam. Die Israeliten waren sehr stur, von Anfang an konnten nur ihre Kinder den verheißenen Ort erreichen, weil sie Gott abgelehnt, Götzen verehrt und ihn während ihrer Reise verärgert hatten. Aber sie fielen in die Wüste und blieben, meine Leute. Wenn Sie an die Israeliten denken, sehen Sie, dass das gesamte Alte Testament, aus der Bibel, von der Genesis bis zum Evangelium, von den Höhen und Tiefen des Lebens des Volkes Israel erfüllt ist. In diesem Leben nicht so weit, wie Gott liebt, sie verbrachten die größte Zeit damit, sich zu trauen, zu leugnen und Idole zu machen. Obwohl der allmächtige Gott die geliebtesten und treuesten Propheten auferweckte, benutzten sie sie nicht, sie wurden von Nationen besser benutzt als sie. Wir müssen verstehen, dass das Sprichwort ein Prophet wird in seinem eigenen Land nicht geehrt von diesen verversen Israeliten stammt. Gott bedauerte, dass er sie mein Volk genannt hatte, und er rief Moses auf dem Berg Sinai und drückte seinen Zorn über ihren Ungehorsam aus, als er ihm die zehn Gebote gab. Obwohl Mose 40 Tage dort blieb, als Mose den Israeliten 40 Tage lang nicht erschien, leugneten die Israeliten dies schnell. Sie machten Götzenbilder und beteten sie an, sie begehrten Ägypten. Zu dieser Zeit sprach Gott zu Mose, und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein steifhalsiges Volk. Nun lass mich in Ruhe, damit mein Zorn heiß wird sie, und damit ich sie verzehren kann, und ich werde aus dir eine große Nation machen. Denn Mose war barmherzig und sprach zu Gott, warum sollen die Ägypter sprechen und sagen, für Unheil hat er sie herausgebracht, um sie in den Bergen zu töten und sie vom Angesicht der Erde zu verzehren? Wende dich von deiner Heftigkeit ab Zorn und bereue dieses Übel gegen dein Volk. Der Allmächtige Gott wurde gebeten. Es versichert uns, dass das Volk Israel dem Allmächtigen nicht vertraut hat. Sie hatten nur an ihr Fleisch gedacht. Die Menschen in Midian waren zu dieser Zeit nach Gottes Wort Äthiopie. Davor wurde sie viele Jahre geliebt. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie Gott seit tausenden von Jahren von ganzem Herzen geliebt und vertraut haben, dass sie ihn wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele gesucht haben. Gott liebt immer noch das äthiopische Volk, besonders diejenigen, die stark im orthodoxen Glauben sind. Weil sie von ihren Vätern wegen ihres Glaubens geliebt wurden, schwor er und versprach, ihnen heute die Herrlichkeit ihrer Väter mit vielen Segnungen und Liebe zu geben. Ich habe dir diese Wahrheit in sieben aufeinanderfolgenden Botschaften vor 15 Jahren gesagt, wie mir befohlen wurde. Warum werden sie von ihrem Fleisch Israel genannt? Warum glaubten sie nicht an die Auferstehung? Die Antwort ist nahe. Zur Zeit der Barmherzigkeit, zur geliebten Zeit, der Herr und unser Erlöser Jesus Christus kamen zu seinem Volk Israel, als er kam, um die Menschheit vor der Knechtschaft des Teufels zu retten, wie er es versprochen hatte. Sie haben ihn nicht empfangen. Sie warteten darauf, dass die ganze Welt von seiner Streitmacht gestürzt wurde. Derjenige, der in einer Scheune geboren wurde, war kein Mann für sie. Sie übergaben ihn, um getötet zu werden. Sie kreuzigten ihn und töteten ihn. Sie glaubten nicht an ihn, obwohl er den Tod besiegt hatte. Sie verfolgten und töteten seine Jünger. Weil ihre Berechnung durch ihr Fleisch war, so wurden sie als Israel vom Fleisch genannt. Ihre Würde und Liebe von Gott wanderte nach Äthiopien aus. Die Achreziion zog nach Äthiopien, weil Israels Ruhm den treuen Äthiopien zuteil wurde. Israel durch Fleisch ist immer noch mit Babylon, Amerika, vereint, und die alte Schlange, der alte Drache und der Anbeter des falschen Propheten sind diejenigen, die sie heute im Abfall vom Glauben deutlich sehen. Dies sind diejenigen, die Israel vom Fleisch genannt werden. Warum Äthiopier namens Israel von Seele? Minus wie wir oben gesehen haben, die Äthiopier waren vom allmächtigen Gott wegen ihres Glaubens vor dem geschriebenen Gesetz geliebt worden. Gott gab ihnen die herrlichsten Königreiche der Erde, und sie lebten in Ehre. Sie haben ihm seit tausenden von Jahren vertraut. Sie nahmen das Evangelium mit Liebe an und glaubten an sein Wort, ohne es zu sehen. Noch heute bekräftigen sie im Ofen der Bedrängnis das Alte Testament aus dem Neuen Testament und halten weiterhin am einheitlichen Glauben Gottes fest. In dieser Zeit der Barmherzigkeit, seit 700 Jahren setzt sich die alte Schlange, der Drache, der falsche Prophet für die Zerstörung Äthiopiens ein, das seine Tervedo-Religion nicht aufgegeben hat. Er tut dies auch heute noch. Die ganze Welt verehrte die alte Schlange, den Drachen, den falschen Propheten, und er erhielt sein Zeichen. Nur die orthodoxe Kirche von Tervedo und ihre Gläubigen verneigten sich nicht vor dem Teufel. Mein Volk, 700 Jahre sind nicht sieben Tage oder Monate oder Jahre. Es bedeutet vor sieben Generationen. Unsere Vorfahren waren wundervoll. Heute, in welchem Aspekt der Welt sehen Sie den Herrn und unseren Erlöser Jesus Christus, die Jungfrau Maria, die heiligen Märtyrer, die Erzengel, die verherrlicht und gepriesen werden? Dies ist nicht der Erstfall in der anderen Welt. Während der Nacht, der Liturgie, der Hymne, des Bundes, der Feiertage, die von Monat zu Monat sind, ein Volk, das zwei Drittel des Jahres mit Fasten verbringt, ein Volk, das Gott fürchtet und Buße tut und seinen Dienern seine Sünden gesteht. Wo sind die Menschen, die sich zusammen ernähren und die die Liebe regieren lassen? Sie werden als die weltweit hungrigsten Menschen bezeichnet. Sie leben immer noch davon, vom Feind geschlagen und verfolgt zu werden. Die am meisten gehassten Menschen aller Länder, weil ihr Glaube von Gott geliebt wird, ist das äthiopische Volk, das mit seinem orthodoxen Tevedel-Glauben stand. Israel durch Seele oder Äthiopien. Sie sind alle ihre Feinde. Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Frankreich, China, Deutschland, ganz Europa, Asien, Australien, Iran, Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten, Kanada, Israel, Lateinamerika und der Rest der Welt sind die Feinden Nummer 1 von ihr. Warum ist das passiert? Ja, das liegt daran, dass die orthodoxe Kirche von Tevedo ihren Glauben gestärkt hat. Es sind die Amhara, die diesen Glauben angenommen haben und heute in ihrem eigenen Land massakriert, verfolgt und getötet werden. Es macht keinen Sinn, es noch einmal zu sagen, weil sie es sehen. Sowohl Freunde als auch Feinde müssen sich bewusst sein, dass dies ein Preis war, den sie für ihren Glauben zahlen mussten. Mein Volk, wir Äthiopier, das sogenannte Israel von Seele, das geliebteste Volk der Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria, sind die treuen Kinder Gottes, die den orthodoxen Tevedo glauben für Ehren und ihn wahrheitsgemäß und geistlich für Ehren. Kenne die ganze Welt, das ist die Wahrheit. Wisse heute, dass du, Adams Nachkommen, die gesamte Menschheit, bevor du sagst, ich habe nichts gehört oder verstanden. Hören sie mir zu, bevor sie sagen, meine Herrsche haben mich betrogen, und meine Konfessionen haben mich zerstört. Du hast den Teufel zu deinem König gemacht. Du hast die alte Schlange ebenso verehrt wie den Drachen, sie haben auf den falschen Propheten vertraut. Sie haben ihn angebetet, sie haben sein Zeichen geerbt und sie haben es von ihren Vorfahren geerbt. Das ist die Wahrheit. Wenn die Anzahl der Menschen gezählt hat, die den geliebten Glauben Gottes angenommen haben, hat sich das orthodoxe Tevedo überall versammelt, ist weniger als 50 Millionen. Sie haben 7,5 Milliarden Menschen, die die ganze Erde bedecken, dazu gebracht, den Teufel anzubeten, und den Teufel zu ihrem Geld gemacht. Das ist die Wahrheit. Das ist es. Es ist nicht Zeit zu beschuldigen. Es ist die Stunde des Gerichts. Du bist dazu bestimmt, für deine Sünden bezahlt zu werden, wie das vergossene Blut durch deinen Abfall vom Glauben. Ihre tausend Jahre der Gewalt enthüllt. Israel durch ihre Seele oder Äthiopien, der Einer, den man verachtet, Tevedo-Orthodoxie, ihre Flagge, das Grün, Gelb, Rot, geliebt und wurde in Erinnerung von den Allmächtigen Gott. Sie wurden als Gefangener nach Äthiopien gebracht. Aber zuerst wirst du niedergeschlagen sein, denn es ist ein Urteil. Sie werden in einem Ofen des Todes gerüstet. Das ist die Wahrheit. Gegen Ende der Seite wird ihr Abschluss von allem, was sie sehen, angekündigt. So, ein LL sie achten darauf. Äthiopier werden nicht leicht Israel an ihrer Seele genannt. Sie haben viele ihrer Leute geopfert. Sie haben ihren Glauben gestärkt und durch ihr Verhalten die Liebe des Allmächtigen Gottes gewonnen. Sie sind wahr, nicht wie Israel, dass wie ein Schatten vergangen ist. Sie ermüden wegen seines Namens, weil sie ihn liebten und ihm gehorchten. Er wählte sie aus, liebte sie, genehmigte sie und ehrte sie. Er liebte sie, weil sie nach seinem Willen lebten, die Tage seiner Barmherzigkeit gebar und weiterhin im Geist beharrten, indem sie das Wort des Glaubens hörten und glaubten. Um immer reinere patriotische Helden zu werden, er trug der Glaube an unseren Erlöser Jesus Christus im feurigen Ofen von 700 Jahren große Trübsal und Verfolgung all das Leid und hatte im praktischen Glauben gelebt. So billigte Gott, der Schöpfer aller Dinge, den Tevedo, den Äthiopier, die Äthiopierin, das Symbol des Bundes Noes, die Grüne, die Gelbe und die Rote Fahne, der orthodoxen Tevedo-Gläubigen, die ihr Blut vergossen. Er erwählte sie, pflanzte sie in die erste Auferstehung und tröstete sie für seine zukünftige Auferstehung. Ich habe dir die Welt erzählt, ich habe dich in meiner ersten Nachricht darauf hingewiesen. Du hast nicht gehört, sie haben ihr Ohr nicht auf die Nachricht gerichtet. Du hast es verachtet, du bist heute noch derselbe, 15 Jahre sind vergangen, trink es, denn es ist wahr, obwohl es dich heute bitter macht. Denn das Wort des Allmächtigen Gottes ist nicht umsonst. Hier ist die Wahrheit. Meine Leute, Gottes Volk, wie ich ihnen oben erklärt habe, ist die Wahrheit gekommen. Es war an der Zeit, dass Gott sein Versprechen bestätigte, das er vor Jahrhunderten versprochen hatte. Derjenige, der sich vor der alten Schlange niederwarf, dem Drachen, dem falschen Propheten, Heresi, Katholizismus, Islam, Rassismus, Heresi, Shintoismus, Taoismus, Konfuzianismus, Hinduismus, Sikismus, Götzendienst, Hexerei, Sternzählern, Salbung, Gnade, Homosexualität, Ehebruch, und all diejenigen, die behaupten, gebildet zu sein, diejenigen, die ihr Wissen, ihren Papierkram, ihren Reichtum, all ihre Handlungen und ihr Vertrauen verehren, stehen dem Teufel im Weg. Wenn sie dies hören, wenn sie zurechtgewiesen werden, halten sie an ihrem Abfall fest, so wie sie Buße tun. Du hast deine Schuld und deine schlimmste Sünde fortgesetzt. Du hast unseren Erlöser Jesus Christus geleugnet, der für deine Sünden gestorben ist, der seine Hand ausgestreckt und dich aus Liebe gerufen hat. Stattdessen verehrst du die alte Schlange, den Drachen und den falschen Propheten. Also kam Gott, er wütend auf dich war, um dich im Ofen zu verbrennen. Ich möchte sie daran erinnern, was das erste Gebot sagte, als der Allmächtige Gott ihnen von Anfang an die zehn Gebote von Mose gab. Beten sie keinen Gott außer mir an und beten sie kein Götzenbild am Himmel oder auf der Erde an. Hast du das nicht gesagt? Vor wem hast du Angst, wenn du nur geleugnet und angebetet hättest? Du hast endlich gegen ihn gekämpft, du hast diejenigen getötet, die auf seinen Namen vertrauen, du hast sie getötet, du hast ihr Blut vergossen wie ein Haufen, du hast der alten Schlange, dem Drachen, dem falschen Propheten Tribut gezollt. Dein Urteil ist also gekommen, dass in der Offenbarung von Johannes, Kapitel 16, 18, 19 beschriebene Dekret des Herrn ist vom Thron des Allmächtigen Gottes gekommen, um erfüllt zu werden. Lassen Sie mich Ihnen das Ergebnis sagen, sie werden in großer Wut und Best von der Erde weggefegt, und ihre Nachkommen werden ausgelöscht. Sie werden vom Feuer verzehrt. Ihr Zeichen wird nicht für immer gefunden. Hier ist die Wahrheit. Es ist vorbei. Das Ende. Gottes Volk und Familien, die an die große Trübsal glauben, haben teuer für ihre Treue zur Dreifaltigkeit bezahlt. Sie alle, die wegen ihres Glaubens ermordet, verhungert, eingesperrt, getötet und verfolgt wurden. Mein Volk, das immer noch gleichzeitig unter ihrem Tevedo-Glauben leidet. Der äthiopisch-aussodoxe Tevedo, der mit der grünen, gelben und roten Flagge stand, herzlichen Glückwunsch an alle, die auf der ganzen Welt an ihrem Glauben und ihrer Sanftmut festgehalten haben. Sie haben die Welt durch ihren Glauben und ihre Ausdauer erobert. Herzlichen Glückwunsch an die Helden, die durch Feuer gereinigt wurden. Sie haben fest und triumphierend gestanden und auf ihren Vater, den Herrn Jesus Christus und die Jungfrau Maria, ihre Mutter, vertraut, ohne Angst vor den dunklen Zeiten des Teufels zu haben. Der allmächtige Gott muss dein Gott genannt werden. Sie sollten sich nicht schämen. Er sollte dich belohnen und dich mehr lieben. Denn du bist die goldenen Kinder, die vom Feuer geprüft wurden. Was bedeutet Israel durch ihre Seele oder Äthiopierin? Diejenigen, die in Äthiopien eingeschlossen sind und im Namen der Äthiopierin als Bürger gelten, werden nicht Israel von der Seele genannt. Sie werden nicht berücksichtigt. Das sogenannte Israel durch Seele ist derjenige, der den orthodoxen Glauben bekräftigte. Diejenigen, die glauben, dass Äthiopien das Erbe der Jungfrau Maria ist. Diejenigen, die glauben, dass Äthiopien das Land ist, in dem die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit offenbart und gelobt wird, in der Zukunft sind nach Gottes Verheißung alle diejenigen, die akzeptieren und glauben, dass Äthiopien das Licht der Welt und der Herrscher der Welt ist, Israel durch Seele oder die Empfänger des Bundes die Kinder Äthiopiens. Das sind echte Äthiopier. So wie Esau, der Vater der Heiden, eine Art Israel durch Fleisch war, war Jakob eine Art Israel in Seele, weil er von Isaac gesegnet und von seiner Mutter Rebecca geliebt wurde. Wenn wir Äthiopier heute die oben genannten Kriterien erfüllen, sind wahre Äthiopier die Braut der Auferstehung. Wer trifft Äthiopier nicht? Schauen wir uns diejenigen an, die im Namen der Politik Äthiopier sind, aber vom Geist der Äthiopierin abgeschnitten sind. Sie werden morgen ausgetrocknet und vom Feuer gefressen. Kezer Protestanten, minus diese Menschen haben den weißen Glauben geerbt, stehen in völligem Konflikt mit dem Tevedo-Glauben und haben kein äthiopisches Gefühl oder keine äthiopische Liebe. Sie sind Anhänger des Teufels, Anti-Äthiopien und Anti-Äthiopische Flagge und Anti-Tervaido. Sie werden auch von ausländischen Kräften dazu gedrängt, das Land zu zerstören. Katholiken sind wie Ketzer. Muslime, die sind diejenigen, die Äthiopier nicht akzeptieren und ihren Glauben an Mythen messen. Sie sind diejenigen, die alles zerstören und unschuldiges Blut für den Islam vergießen. Sie unterschätzen die Äthiopierin ihrer arabischen Kollegen in Mekka. Rassisten sowie Baum- und Flussanbäder hassen Äthiopier offen. Sie hassen unsere grün-gelb-rote Flagge und verbrennen sie sogar. Sie haben offen erklärt, dass sie keine Äthiopier sind. Alle nicht der Vado-Orthodoxen in Äthiopien sind antäthiopisch, gegenwärtig, für Äthiopien. Wer steht für ihren wahren Ruhm? Alle politischen Spieler, vom Führer des Landes. Jeder, der wissen will, was er tut, was er vorhat, wen er tut, konnte ihn an dem erkennen, was er tut. Unsere Regierung ist nicht gegenüber dem äthiopischen Volk rechenschaftspflichtig, sondern vor allem gegenüber dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien sowie gegenüber China. Es ist eine Regierung, die ihren Wunsch erfüllt, an der Macht zu bleiben. Jedes Land in jedem Teil der Welt unterliegt als Land der Herrschaft der Supermächte. Er ist auch der Vollstrecker ihres Willens. Sie haben den nächsten Schritt oben verstanden. Es ist eine unvermeidliche Entscheidung. Wie in Äthiopien wiederholt gesagt wurde, wird nur das wahre äthiopische Tevedo-Orthodoxe übrig bleiben. Diejenigen, die Äthiopien hassen, die Flagge hassen und verachten uns danach streben, sie zu zerstören. Diejenigen in unserer Kirche und unter den Menschen und an der Spitze der politischen Struktur. Diejenigen, die das Land mit ihrem Magen messen. Alle, die ihre Persönlichkeit um ihres Magens willen verkaufen. Die von anderen geritten wurden, die die Agenda der Zerstörung tragen, die keine Stolpersteine tragen, die Weesel fahren, die ihre eigenen Leute um des Magens willen unterwerfen, vergießen das Blut ihres Volkes. Und diejenigen, die töten, verfolgen und inhaftieren, sind anti-Äthiopier. Ihr Urteil ist unwiderruflich. Sie werden mit all ihren Nachkommen umkommen. Mein Volk, sie sind in ganz Äthiopien verstreut. Arm von Gott, der von ihrem äthiopisch-aussodoxen Tevedo-Glauben massakriert wird, hör auf meinen Rat. Denk an deine Väter. Verstehe ihre Stärke. Du bist ihr Sohn. Halte an deinem Glauben fest, kompromettiere nicht deinen Glauben. Organisieren und bewaffnen sie sich. Niemand kann dir helfen außer dem Gott, dem du vertraust. Die Regierung hat nicht nach ihnen gegriffen. Er hat nicht einmal eine Erklärung abgegeben, als sie geschlachtet wurden. Die Regierung ist eine Regierung zum Schutz ihrer Bürger. Aber diese Regierung ist so grausam, dass sie sich nur um ihre Macht kümmert. Es ist nicht zu leugnen, dass alle Regierungsinstitutionen in Adjiz-Apebanu mit einer Rasse aus einem Oromo-Gebiet besetzt sind. Er gab keine Entschuldigungen für die Zerstörung dafür. Er entlässt sie von ihren Jobs und sagt, dass wir an der Reihe sind. Er hat sich hingesetzt, indem er seine Augen mit Salz gewaschen hat, und er schämt sich nicht. Er sagt, ich arbeite für Entwicklung, Frieden und Gleichheit. Aber die Regierung, die sie sehen, hasst sie uns den reinen Äthiopier, weil er sie nicht will, weil sein Glaube eine Heresie und ein Islam ist, der von Gott gehasst wird. Er quält dich in deinem eigenen Land, das in deinem eigenen Land und in deinem eigenen Land entfernt werden sollte. Aber das alles ist deine Schuld. Du bist zu seinen Füßen und stirbst. Was kann er für dich tun, außer dich zu töten? So rüste dich mit denen aus, die dein Land wirklich lieben, die dir im Glauben erscheinen. Schützen sie sich und ihr Land. Gib deine Waffen niemandem. Bereite dich immer vor. Rieche den Mut deiner Väter. Es ist nicht nur, weil sie Amhara sind, sie kämpfen hauptsächlich wegen ihres geliebten orthodoxen Glaubens von Thervedo durch Gott. Hinweis. Die ganze Welt kämpft gegen den Thervedo-Glauben, um dich zu zerstören. Der Grund dafür sind alle Nicht-Tervedo-Überzeugungen, die abtrünnigen Lehren der alten Schlange, des Drachen und des falschen Propheten. Sie alle verehren den Teufel und erhalten sein Zeichen. So werden sie bald vom großen Zorn und der Pest mitgerissen. Also Leute, Gottes Volk, deshalb sage ich dir, du sollst deine Einheit stärken. Was sagt die Offenbarung von Johannes 20 über die erste Auferstehung? Auf der Nachricht Nummer 5, die am 21. September 2004 im äthiopischen Kalender gesendet wurde, es wurde klar über das Schicksal der ehemaligen Schlange, des Drachen, des falschen Propheten darauf berichtet. Mein Volk, es gibt kein Geheimnis, dass Johannes nicht offenbart wurde, denn der Apostel Johannes liebte Jesus am meisten, und unser Herr und Retter Jesus Christus liebte ihn mehr als jeder andere Apostel. Johannes, der deutlich seine tief empfundene Liebe zeigte, war von Anfang bis Ende zutiefst traurig über das Leiden unseres Herrn. Die Integrität des Apostels Johannes hat sich nie verändert. Der Herr vertraute seine Mutter an, Johannes unsere Mutter zu sein, indem er sagte, siehe, deine Mutter, mein Volk, der Apostel Johannes, war ein Herzensfreund des Herrn, und als er über das sprach, was er in seinen eigenen Worten gehört und verstanden hatte, erklärte er, dass er viele Geheimnisse verstehe, die in einem Buch nicht erklärt werden könnten. Dieser Apostel schrieb die Wahrheit über die Zukunft der Welt, die ihm der Herr am Ende der Bibel mit dem Titel Offenbarung des Johannes offenbart hatte. Wenn sie im Glauben wandern, dürfen sie nicht im Glauben schwanken, wie es der Apostel Johannes getan hat. Ebenso musste die Dreifaltigkeit von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und von ganzer See lieben. Das soll nicht heißen, dass ich die Größe und das Martyrium der anderen großen Apostel gemindert habe. Sie sind alle herrlich vor Gott und eine Säule unseres Glaubens. Meine Leute, lassen Sie mich Ihnen heute noch einmal sagen, mal sehen, was die Offenbarung von Johannes, Kapitel 20, sagt, denn Sie sind dabei, erfüllt zu werden. Minus minus. Und ich sah einen Engel vom Himmel her abkommen, der den Schlüssel der bodenlosen Grube und eine große Kette in der Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, diese alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn tausend Jahre lang und warf ihn in die bodenlose Grube und schloss ihn ein und versegelte ihn, dass er sollte täusche die Nationen nicht mehr, bis die tausend Jahre erfüllt sein sollten, und danach muss er eine kleine Jahreszeit gelöst werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich auf sie, und ihnen wurde das Gericht gegeben, und ich sah die Seelen von ihnen, die für das Zeugnis Jesu und für das Wort Gottes enthauptet wurden und die das Tier auch nicht angebetet hatten. Sein Bild hatte weder sein Zeichen auf ihrer Stirn noch in ihren Händen erhalten, und sie lebten und regierten tausend Jahre mit Christus. Aber der Rest der Toten lebte nicht wieder, bis die tausend Jahre vorbei waren. Dies ist die erste Auferstehung. Gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teil hat. Auf solchen hat der zweite Tod keine Macht, aber sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre mit ihm regieren. Und wenn die tausend Jahre abgelaufen sind, wird Satan aus seinem Gefängnis entlassen und hinausgehen, um die Nationen, die sich in den vier Vierteln der Erde befinden, Gurg und Magurg, zu täuschen und sie zum Kampf zu sammeln. Deren Anzahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie gingen hinauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott vom Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie betrug, wurde in den See aus Feuer und Schwefel geworfen, wo des die uns der falsche Prophet sind, und wird Tag und Nacht für immer und ewig gequält werden. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, von dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und die Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das das Buch des Lebens ist, und die Toten wurden nach den Dingen beurteilt, die in den Büchern geschrieben waren, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten auf, die darin waren, und Tod und Hölle retteten die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden jeden Menschen nach ihren Werken gerichtet. Und Tod und Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Und wer im Buch des Lebens nicht gefunden wurde, wurde in den Feuersee geworfen. Offenbarung des Johannes, Kapitel 20, das ganze Teil. In Nachricht Nummer 5 vom 21, September 2004, Ich habe versucht, die Auswirkungen davon zu erklären, Offenbarung von Johannes 20. Viele Gelehrte haben diese Offenbarung des Johannes auf unterschiedliche Weise interpretiert, in ihrer Interpretation sagen fast alle, dass es keine zwei Auferstehungen gibt. Es ist die erste Auferstehung bei der Taufe, das zweite, sagen sie, ist die Auferstehung nach dem endgültigen Urteil. Zweitens schließen sie, dass Christus tausend Jahre lang mit ihnen regieren wird, dass dies nicht geschehen wird und dass er am endgültigen Gericht mit ihnen regieren wird. Jetzt hat die ehemalige Schlange, die Drache, der falsche Prophet, die Kontrolle über alle Herrscher der Erde übernommen, und sie interpretieren sie mit dieser Linse der Weisheit. Weil das Werk des falschen Propheten darin besteht, Falschheit als Wahrheit zu verbreiten. Die Lehren der großen theologischen Hochschulen, wie ich oben erwähnte, weil der falsche Prophet die Wahrheit in all seinen theologischen Lehren verzerrt hat, sie kamen zu dem Schluss, dass es keine Auferstehung auf Erden geben würde, dass es nur am Ende der Welt eine Auferstehung geben würde. Dementsprechend ist die Auferstehung Äthiopiens von ihnen zu einem Mythos geworden. Die Wahrheit Gottes, die in der Botschaft Äthiopien das Licht der Welt offenbart wurde, werden wir auch in dieser 9. Botschaft wie folgt wiederholen. So verstehen wir das Jahrtausend unter der Offenbarung Gottes, des Heiligen Geistes. Wenn wir es buchstäblich versuchen, sagt das erste Wort, und ich sah einen Engel vom Himmel her abkommen, der den Schlüssel der bodenlosen Grube und eine große Kette in der Hand hatte. Bevor wir dieses Wort sehen, was meinen wir mit 1000 Jahren? Der Apostel Petrus, der das Geheimnis des Timings Gottes enthüllte, sagt uns, dass ein Tag von Gott als 1000 Jahre und 1000 Jahre als ein Tag angesehen werden. Daher schränkt das Messen der Zeit nach zahlenden Willen Gottes zu keiner Zeit und zu keiner Zeit ein, sondern für uns. Somit kann das Jahrtausend verkürzt, erhit oder teilweise abgeschlossen werden. Gott sagte, ich würde als Dieb kommen, aber er sagte nicht, dass ich an diesem Tag, zu dieser Zeit, in dieser Minute kommen würde. Es besteht also kein Grund zur Kontroverse. Wenn Gottes Will getan ist, kann er verkürzt oder verlängert werden. Da es so oft wie beschrieben sein kann, ist es am wichtigsten, ihren Glauben aufrecht zu erhalten. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welcher ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn, und ein Siegel setzten auf ihn, dass er sollte die Nationen nicht mehr täuschen, bis die 1000 Jahre erfüllt sind. Also mein Volk, woher kommt der Engel mit der großen Kette und dem Schlüssel des Abgrunds vom Himmel herab? Wen hat er verhaftet, um seinen Auftrag zur Erde auszuführen? Wen hat er in den Abgrund geworfen? Es ist die alte Schlange, der Drache, der Teufel und der Satan. Diejenigen, die sich nicht verneigten und das Tier, den Drachen und den falschen Propheten anbeteten, und diejenigen, die das Zeichen nicht erhielten, werden durch Gottes rechtschaffendes Gericht befreit und 1000 Jahre lang getröstet. Die alte Schlange, der Drache und der falsche Prophet werden 1000 Jahre in Gefangenschaft verbringen. Und danach muss er eine kleine Saison gelöst werden. Dies zeigt die letzte Stunde des Urteils an. Was wird also passieren, nachdem der alte Schlange, der Drache und der falsche Prophet eingesperrt sind? Danach, ich sah, wie sich Throne ausbreiteten, und ich sah einen Menschen auf ihnen sitzen, sagt das Wort der Vision. Der Mensch ist Jesus. Es heißt, dass es mehr als einen Thron gibt. Dies zeigt, dass alle drei Körper der Dreifaltigkeit existieren und das alles durch ihren Willen geschehen wird. Und dann, errichtete ein gerechtes Gericht für die Seelen der Toten um unseres Erlösers Jesus willen und um des Wortes Gottes willen. Ja, viele Menschen wurden für das Wort Gottes, für die Wahrheit, für den Tevedo massakriert und gemartet. Auch heute sind wir Zeugen uns zu hören, dass die äthiopisch, orthodoxe Kirche, vor allem der Amhara-Menschen wird durch den Plan massakriert, dass die Welt mit und unterstützt übereinstimmt. Was sie heute sehen, ist ein klarer Hinweis darauf, dass die alte Schlange, der alte Drache und der falsche Prophet, die seit hunderten von Jahren existieren, das Symbol des falschen Propheten verehren. Obwohl sie opfern, werden sie das gerechte Gericht der Dreifaltigkeit im Himmel zum Preis ihrer Seelen sehen. Und sie preisen die Dreifaltigkeit für sein rechtschaffenes Gericht. Ich sah diejenigen, die das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten, und diejenigen, die sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und ihren Händen erhalten hatten. Sie lebten und regierten tausend Jahre mit Christus. Dieses Wort ist der Hauptpunkt. Mal sehen, was heute passiert. Das vorherige, sie sind gestorben. Wie sieht es heute aus? Wer verneigt sich vor dem Tier? Die ganze Welt hat sich vor dem Tier verbeugt, weil die Zahl derer, die sich nicht verbeugten, sehr gering ist. Wer hat sich nicht verbeugt? Sie sind Anhänger der orthodoxen Kirche von Tevedo und wahre Gläubige. Hier ist die kurze Antwort. Nicht alle Orthodoxen treffen dies, denn es ist kein Orthodoxer, der orthodox ist, indem er seinen Titel nur aus Gewohnheit aufhängt. Ein Zauberer, ein Sternzähler, ein gemischter Gläubiger, der ständig stiehlt, schnappt, lügt, Ehebruch begeht, ist arrogant, betrügerisch, böse, grausam und gottlos. Sie sind Hirten, aber sie sind Gätzern, Katholiken und Muslimen, ihren falschen Absichten und den Werkzeugen des politischen Regimes und der Gläubigen treu, und sie sind dem Tierreich treu. Alle diese verneigen sich vor dem Tier. Diejenigen, die das Tier verehren und das Zeichen auf ihrer Stirn halten, sind, Islam, Heresi, Katholizismus, Anglikaner, presbyterianischer siebter Adventist, Gova, Protestantismus, Shintoismus, Taoismus, Konfuzianismus, Buddhismus, Hinduismus und Sikismus. Die Weisen, diejenigen, die ihr Wissen, ihre Weisheit und ihr Papier verehren, diejenigen, die ihren Reichtum verehren, sie alle verehrten das Tier und trugen das Mahl. Wenn diese Kinder des Tieres, die wir heute sehen, ausgelöscht werden, der Rest von ihnen wird mit Christus regieren, weil sie das Tier nicht angebetet haben. Sie gehen zur Auferstehung. Das ist die Wahrheit. Wie wird Christus regieren? Ja, er wird regieren. Gott wird seinen Heiligen Geist auf seinen auserwählten Dienern ruhen lassen. Seine auserwählten Diener werden Christus am ganzen Körper anziehen. Er hat auch seinen Heiligen Geist dem Rest des Volkes überlassen, und er wird regieren. Hier ist das Geheimnis. Sie tun, was Gott liebt, sie hassen, was er hasst. Denn ihr Führer ist ihr Lehrer, für Gott wohnte der Heilige Geist in ihnen. Aber der Rest der Toten lebte nicht wieder, bis die tausend Jahre vorbei waren. Von Beginn der Erschaffung der Welt an werden alle, die von Adam und Eva auf Erden erschaffen und bedeckt wurden, bei dieser ersten Auferstehung nicht auferstehen. Sie werden erst am Ende der Welt für das endgültige Urteil entstehen. Gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teil hat. Auf solchen hat der zweite Tod keine Macht, aber sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre mit ihm regieren. Das Wort ist klar. Durch die Botschaft von Licht der Welt in Äthiopien wurde deutlich gemacht. Die Besitzerin der Auferstehung ist Äthiopien, die ihren Glauben an das orthodoxe Tervedo bekräftigte. Sie ist diejenige, die fest gegen die ganze Welt gestanden hat. Die Priester Christi werden auch die orthodoxen Tervedo-Patrioten sein. Sie werden lange Zeit über die Erde herrschen. Was ist danach? Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, Satans Hall sein Gefängnis losgelassen werden würde, und wird die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gok und Magok, um sie zum Kampf versammeln. Die Anzahl von denen ist wie der Sand des Meeres. Und sie gingen hinauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott vom Himmel herab und verschlang sie. Von Anfang an und von der ersten Auferstehung endet, wird der gefangene Teufel für eine kurze Zeit freigegeben werden. Er wird die Stadt belagern, die den allmächtigen Gott in der ersten Auferstehung gepriesen hat, um die geliebte Stadt Gottes zu zerstören. Gottes Gericht wird am Ursprung dieses Aktes des Teufels offenbart, Feuer wird herabkommen und den Teufel und seine Dämonen verschlingen. Und der Teufel, der sie betrogen hat, wurde in den See aus Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet sind, und wird Tag und Nacht für immer und ewig gequält werden. Der Teufel stürzte sich wegen seines Mutes in den Feuersee. Sie werden Tag und Nacht für immer und ewig gequält werden. Dies ist die Schlussfolgerung der alten Schlange, des falschen Propheten, des Tieres. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, von dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen. Dies bedeutet, dass alle lebenden und toten Menschen vor dem Höchsten stehen werden, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Wer in die Hölle kommt, wird sich dort verabschieden. Wer in das Himmelreich eintreten wird, wird mit einem Segen und einer Verherrlichung vom allmächtigen Gott eintreten. Und die Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach den Dingen beurteilt, die in den Büchern nach ihren Werken geschrieben waren. Und das Meer gab die Toten auf, die darin waren, und Tod und Hölle haben die Toten befreit, die in ihnen waren, und sie wurden je nach ihren Werken als Menschen beurteilt. Und Tod und Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Und wer im Buch des Lebens nicht gefunden wurde, wurde in den Feuersee geworfen. Mein Volk, Gottes Volk, die Wahrheit ist, ich habe es dir erklärt. Für diejenigen, die sagen, dass es keine Auferstehung Äthiopiens gibt, wir haben oben erwähnt, sie sagen, wir hören nur die Bibel. Alle Ketzer sagen dasselbe. Heute behaupten diejenigen, die behaupten, unsere Prediger zu sein, dass sie ein ketzerisches College absolviert haben, erfüllt von dem Stolz, den der Teufel ihnen gegeben hat, springen sie auf die Bühne und verachten den spirituellen Kampf unserer Vorfahren. Sie machen sie einfach. Diejenigen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, um ihren Glauben zu kämpfen, geschlagen, verfolgt, hungrig, durstig, eingesperrt, ausgepeitscht und gemartet zu werden, sie machen das alles einfacher. Gleichzeitig zerstören sie die orthodoxe Grenze zu Tevedo. Diese Übel unserer Zeit leugnen die orthodoxen Tevedo-Patrioten, die nicht einmal von ihrer abtrünnigen Sprache berufen werden sollten. Wir sehen, wie sie das prophetische Wort des Allmächtigen Gottes leugnen und die Heresie bekräftigen. Wir sehen, wie sie das Buch des Märtyrer Fiketus leugnen, das er über die äthiopische Auferstehung schrieb. Hier hören wir, wie sie alles löschen, was der Erzengel St. Uriel in seinem Buch klar gesagt hat. Von den Weißen geboren diese. Selbst die frühere Schlange wurde der Schüler des falschen Propheten des Drachen. Wir sehen, wie sie die Botschaft von Äthiopien, dem Licht der Welt kritisieren, in der die Wahrheit offenbart wird. Dies sind die Jünger des Teufels, wenn ihnen befohlen wird zu sprechen, halten sie wie Papageien. Trotzdem werden sie beurteilt, und unsere Entscheidungen werden in Zukunft darüber getroffen. Kehren wir zu dem oben angesprochenen Thema zurück und fassen zusammen minus minus wie wir versucht haben, im Detail zu erklären, Ich habe versucht, im Detail zu erklären, was Offenbarung von 16, 18, 19 und das abschließende und verbindliche Kapitel 20 der Offenbarung sind, das vom Apostel Johannes beschrieben wird. Meine Völker, Gottes Volk, um das Wort Gottes zu verstehen und zu erklären, müssen wir ein Leben führen, das von der Offenbarung des Geheimnisses des Heiligen Geistes geleitet wird, und einen Glauben, der von seinem Willen geleitet wird. Kein Ketzer, ein Hochschulabsolvent, kein Gottes Wort zu interpretieren, wie er es für richtig hält. Beachten, er ist schon blind für Spiritualität, denn er hat die Welt durch die Linse des Wissens gesehen, er kann es nicht verstehen. Lassen Sie mich Ihnen heute sagen, Kritiker von heute, allen, die mutig sagen und lehren, dass es keine Auferstehung Äthiopiens gibt. Seit diese Nachricht veröffentlicht wurde, wurden sie für ihre Kritik bestraft. Die Bestrafung, die bis Satan und seinen Armeen übergeben wurden, wir haben beurteilt, dass der Teufel über dein Fleisch herrscht. Sie wurden zum Tode verurteilt, ohne die Auferstehung Äthiopiens gesehen zu haben. Dies wurde als irreversibel eingestuft. Mal sehen, wie sie diesem Urteil entkommen können. Möge der Teufel dich retten, der dich zur Kritik antreibt. Familien Gottes, die an der Wahrheit festhielten, die Gott fragten und die Antwort erhielten, du bist der Gewinner. Sie werden verstehen, wie lächerlich es wäre, wenn ein Blinder einen Mann verachten würde, der sehen kann, und ihn bitten würde, ihn zu führen. Lass dein Herz also nicht beunruhigt sein, und lass es keine Angst haben. Sie werden das bald sehen, wenn sie alle auseinanderfallen. Haben sie nicht gesehen, dass Gottes Botschaft des Gerichts im Äthiopien, dem Licht der Welt erfüllt wurde? Verstehst du nicht, dass du siehst, wie der Rest der Menschheit durch Gottes Urteil in die Waage gebracht wird? Wenn sie irgendwelche Probleme haben, fragen sie den Allmächtigen Gott. Haar ist der größte Zeuge aller. Fragen sie ihn, denn es ist ihr Recht, ihn zu fragen. Bereit machen, das war's. Alles, was sie sehen, ist, dass, wenn alle Söldner Jünger des Drachen, der falsche Prophet, der falsche Drache, bald durch Elend und Leiden zerstört werden. Die Überzeugungen und Lehren der Vorfahren, in der Vergangenheit, in der Zeit unserer Vorfahren, war Glaube Glaube. Es war nicht verhandelbar. Der Glaube war lebensspendend. Anbetung ist in Wahrheit und im Geist und im Vertrauen. Das gibt es heute nicht mehr. Er machte es sich auch zur Gewohnheit, anzubeten. Er hält dies für wahr. Es fehlte das Fundament. Wie Sie sehen, hat die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen, die Opfer modernen Wissens sind, den Glauben ihrer Vorfahren aufgegeben und den weißen Glauben geerbt, der zur Zerstörung unseres Landes und seiner Generation geführt hat. Wer tot, geschwächt, betrunken, betrunken und Ehebruch war, und er verachtete den orthodoxen Glauben seiner Familie. Er fragt seine Väter nicht nach dem Glauben. Er trinkt wirklich Ketze-Essig, der mit Honig gesalbt ist. Wenn er gegangen war einmal, wenn sie ihn anrufen, wird er nicht zurückkehren. Unsere Vorfahren waren wahre Menschen. Es gab diejenigen, die die Wahrheit als wahr und die Falschheit als falsch bezeichneten. Ihre Anbetung war wirklich von Herzen. Im Gegensatz dazu ist die heutige Generation für sein Fleisch tot, egoistisch. Wissen, Weisheit, Materialien und Fortschritt haben die Erde bedeckt. Alles wird abstrahiert. Es gibt nichts, was die Wissenschaft nicht geschaffen hat. Alles ist von Mund zu Hand geworden. Es gibt so viele Arten von Waffen. Das Flugzeug, das Kampfflugzeug, menschlicher Transport, die Menge an Material, die das Schiff gleichzeitig trägt, das Auto, die Fabrik, das modernisierte Gebäude, das Kommunikationstelefon, der Fernseher, der Satellit, das Krankenhaus, das moderne Hotel, die Ehebruchstelle, die Homosexuellen, das Trinken, das künstliche Essen. Aufgrund all dessen wurde die Wissenschaft und die Ergebnisse sein Gott erlacht, wenn wir heute über Glauben sprechen. Sein Gott ist das Material, was er sieht. Jeder, der etwas auf Social Media, Facebook, YouTube, Telegram, IMO, WhatsApp und so weiter veröffentlicht sieht, ist völlig verloren. Die Botschaften, die wir schriftlich für unsere Generation vorbereitet haben, sehr wenige von ihnen hatten es gelesen, aber die meisten jung und alt nicht. Aber, durch den Willen Gottes, durch unsere fleißigen Kinder, wurde es versucht, indem es per Stimme per Telegram, Facebook und so weiter übertragen wurde. Auf diese Weise konnte ein besserer Mensch darauf hören, wie ich versucht habe, von der ersten Seite oben zu erklären, die Botschaften wurden in viele Sprachen übersetzt und haben die ganze Welt erreicht. Wenn sie sagen, sie haben noch nichts von Adams Samen gehört, werden sie nicht gehört. Du hast es ignoriert. Was sie hören, ist die Lehre ihrer Ketzer. Sie hören die Stimmen von Katholiken, Götzendinnern, Shintoismus, Taoismus, Konfuzianismus, Hinduismus, Sikismus und anderen. Sie hören den getäuschten Ehebruch, das Ganzen, die politischen Lügen, die Täuschung, den Verrat, minus die Weltbevölkerung beträgt fast 8 Milliarden, 99 Prozent der Bevölkerung folgen dem Weg des Teufels. Im weitesten Sinne, ohne Probleme, komfortabel, im Abfall vom Glauben, bei der Anbetung von Idolen. Dies ist der Weg, wo du gegangen bist. Teuflische Schriften, die christlich erscheinen, sind Ketzer, Katholiken und Ketzer. Daher hören sie die Stimme der orthodoxen Thevedo-Patrioten nicht. In der Tat haben sie sogar verspottet. Wenn wir die Menschen im Abfall vom Glauben sehen, wir können sagen, dass sie alle Menschen der Welt sind. Du musst noch verstehen. Fügen sie die Ketzer, den Katholizismus, den Islam und die Religionen des fernen Ostens hinzu, die Schriften der alten Schlange, des falschen Propheten des Drachen, fügen sie den Abtrennigen hinzu, fügen sie den homosexuellen Astrologen hinzu, addiere den, der Gott außerhalb seines Magens nicht kennt, addiere alles, woran ich mich nicht erinnere. Wie viele Menschen finden sie wirklich Gott ergeben? Ich kann ihnen versichern, dass es niemanden gibt. Diejenigen, die durch die Gnade Gottes der großen Trübsal in Äthiopien entkommen sind. Ich versichere ihnen, dass sie schockiert sein werden, wenn ich ihnen die Anzahl derer sage, die wirklich von Gott geliebt und geliebt wurden, einschließlich der Schwachen, starken und auserwählten, die Gott in Wahrheit und im Geist verehrten. Die Wahrheit ist, dass es klar ist, dass in Äthiopien nicht mehr als 10 Millionen Menschen gerettet werden sollen. Ich halte es für einen Sieg für mich, wenn Gott in seiner Barmherzigkeit ein Paar vergab und ihre Mängel vergab und seinen Willen verstärkte. Nicht mehr als 3 Millionen des restlichen Afrikas überleben. Alle ihre Überzeugungen sind Götzendienst, Islam, Tatholik und Heresi und niemand überlebt, weil er keinen anderen Glauben hat. Europa als Ganzes, insbesondere Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Nordamerika, Kanada, Australien, China und die wenigen, die sich der orthodoxen Kirche ergeben und entkommen werden, alle werden ausgerottet, außer denen, die im Falle des gerechten Gerichts des Dieners Gottes beurteilt werden. Dort lebende äthiopisch-orthodoxe Kinder, äthiopische Weltlichtfamilien, diejenigen, die Symbol haben, Mitglieder, fleißige Berater, Mitglieder der Holy Cup Association, diejenigen, die auch in der ersten Runde registriert waren, und diejenigen, die von ihnen geschützt wurden, auch diejenigen, die in der zweiten Runde registriert waren, mit ihren Familien, die unter ihnen Schutz suchten, abgesehen von diesen wird der Rest durch alle Plagen zerstört. Nahe Osten, minus Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Bahrain, Oman, Katar, Irak, Iran, Jemen, Libanon, Israel, Jordanien, Syrien, die Türkei und viele andere arabische Länder in dieser Region werden ausgelöscht. Vielleicht kann eine kleine Anzahl, vielleicht nur tausend, gerettet werden. Asien, Japan, Korea, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Nepal, Myanmar, Kirgizistan, Uzbekistan, Dschekmenistan, Azerbaijan, Mazedonien, Kratien, Lettland, Estland, Norwegen, Finnland, Schweden, Irland, Schottland, Grönland, mit Ausnahme einige barmherzige Gottheiten mit reinem Herzen werden sie alle ausgelöscht. Russland, Armenien, Serbien, mit wenigen Ausnahmen, durch Gottes Barmherzigkeit, sie werden alle abgewischt. Besonders Russland, sie wusste in Nachricht 3, dass sie eine etwas niedrigere Strafe erhalten würde, aber weil sie die ihr zugewiesene Zeit nicht genutzt hat, wurde sie wie die anderen gewogen. Latein Amerika, Südamerika, in allen Ländern, einschließlich Kuba, Nicaragua, Panama und allen großen Katholiken, wird ausgelöscht, und einige sanfte und aufrichtige Menschen können durch Gottes Barmherzigkeit gerettet werden. Im Allgemeinen konnten sich nicht alle Nachkommen Adams der kommenden großen Trübsal entziehen, selbst wenn ihr Land nicht benannt wurde. Bei all diesen Plagen und Strafen werden alle, die das Tier, den Drachen und den falschen Propheten verehren, vom Feuerheim gesucht. Wer auch immer du bist, alle Nachkommen Adams, des Ehebrechers, des Priesters, des Scheichs, des Gelehten, des Führers, des Soldaten, des Kaufmanns, des Bauern, des Pastors, des Polizisten, des Kindes, des jungen Mannes, der alten Frau, des Mannes, werden alle nach ihren Urteilen entlassen. Der Rest ist in weiße Gewänder gekleidet, weil sie ihre orthodoxe Religion verdienen, die geduldig auf Gottes Versprechen eines gerechten Gerichts gewartet hat. Sie haben leuchtend ihre Kerzen, die ihr Öl nicht abgelaufen ist, zum Abendessen des Lammes eingeladen, werden alle, die auf ihrer Stirn markiert sind, vor all diesen Plagen gerettet. Sie werden unter dem Lichtreich der Welt in Äthiopien gesegnet und verherrlicht. Sie werden von der Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria gesegnet sein nun für die gute Zeit, für die Auferstehung, regieren. Gott, in dem Morgen, während des Tages, am Abend, in der Nacht, mit einem konstanten Gesang, Liturgie, Hymnen, Stunden, bunt getan, schrägstrich, wird ihn von seinen geliebten Kindern fließen. Gott, der Heilige Geist, wird auf allen Ruhen, die an der Auferstehung teilnehmen werden. Und weil Christus über sie herrscht, werden die Gesegneten und die Geliebten vollkommen getröstet. Es wird eine Zeit sein, in der sie mit einem langen Leben gesegnet werden, zehnmal so viele wie heute. Es wird wie ein fließender Strom von Barmherzigkeit, Güte und Segen sein, den Gott noch nie zuvor getan hat. Es wird eine Zeit sein, in der die selige Jungfrau Maria geirrt und gepriesen wird, die heiligen Märtyrer gelobt werden, die herrlichen Erzengel gelobt werden und alle Heiligen gelobt werden. Dies ist das Geheimnis, das in der Offenbarung von Johannes 20 offenbart wird. Die erste Auferstehung, das tausendjährige, die Herrschaft Christi wird immer in Fülle mit den Priestern leben. Nun mein Volk, sowohl die alte Schlange als auch das wilde Tier wissen, dass dies passieren wird. Sie wissen, dass sie ins große Feuer geworfen werden, diejenigen, die nicht vor ihnen knien, die Braut der Auferstehung, diejenigen, die Symbole haben, die Besten der Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria, wohin die Auserwählten gehen und wohin sie gehen werden, dass alles durch Gottes Recht schaffendes Gericht und Kraft erreicht wird, der Teufel weiß das alles gut. Überraschenderweise jedoch, alle, die diese Wahrheit leugnen, die sie heute sehen, werden vom Teufel geehrt. Der Teufelstaat täte sie mit intellektuellen, patriarchalischen, priesterlichen und intellektuellen Kräften aus, die Beretsamkeit machte sie, Ehrenplatz, Reichtum, Eigentum, das ihnen überall gegeben wird, diese sind alle abzuwischen. Ich war erstaunt, als ich sie mit übermäßigem Stolz wie fette Ochsen sehe. Der Apostel Paulus sagt uns, dass diejenigen, die Gott nicht kennen und ihn nicht als Gott ehren, diejenigen sind, die mit großen Worten erfüllt sind, sich auf ihr eigenes Wissen verlassen und törichten Köpfen gegeben werden. Sie sind diejenigen, die unsere Kirche gefesselt haben. Durch das Tragen eines Umhangs wurden sie Gelehrte, Lehrer und Marigeter genannt. Diejenigen, die sagen, niemand ist größer als wer. Voller Stolz, die die Wahrheit Gottes für ihren Magen verkauften, wie die Pharisäer leugneten und töteten sie Christus. Diejenigen, die sagen, dass das Wort nur gesprochen wird, wenn wir es sagen, diejenigen, die es sagen, werden nicht gehört, wenn wir nicht zustimmen, diejenigen, die Äthiopiens Auferstehung leugnen, der die Leichentücher verschiedener Gesellschaften in einen Umhang warf, der die Hoffnung des Volkes Gottes verdunkelt, während das Gericht vor ihren Augen bezeugt wird, während Gott sein Werk tut, wie es ihm im Licht der Welt in Äthiopien gesagt wurde, und ständig von kompetenten Vätern gesprochen und bezeugt wird, verbringen sie mit einer geheimen Agenda die Nacht mit dem Teufel, diejenigen, die in der Institution, die Vereinigung der Heiligen oder Mabere Kedusanne genannt wird, und in der Sonntagsschule befestigt sind, diejenigen, die Heresie fördern. Wie unterscheiden sie sich von weißen katholischen Ketzern, die dies leugnen? Ja, sie sind diejenigen, die in erster Linie bestraft werden. Kurz gesagt, was war die Religion unserer Vorfahren? Da dieses Thema so weit gefasst ist, werden wir versuchen, es mit nur wenigen jüngeren Vätern zu vergleichen und sie mit aktuellen Vätern zu vergleichen. Die Apostel, die die Wahrheit über das Geheimnis der Dreifaltigkeit lehrten, die zwölf Apostel in Deskilias, Paul, James, der gesagt wurde, der Bruder unseres Herrn, die sieben Diakone, die 72 Jünger, sagten, die nach Gottes, Kinder des Friedens, wir, wir lehren diese kostbare Lektion denen, die wirklich gehorsam sind. Heimanut Abheve oder aus dem Buch Religion unserer Väter Seite 8 Kapitel 6 Teil Minus Der Vater unseres Herrn, unser Schöpfer, unser Retter, Jesus Christus, der geboren wurde, bevor die Welt erschaffen wurde, Gott der Vater ist einer. Gott der Sohn unterscheidet sich nicht von Gott dem Vater. Wer ist richtig mit ihm? Er schuf alle Arten von Kräften und wollte in Zukunft menschlich sein. Er nahm seinen Körper von der Jungfrau Maria, die sie Jungfrau ist, ohne männlichen Samen. Lassen Sie uns niemals die Tatsache aus den Augen verlieren, dass es eine unsterbliche, unveränderliche und unzerstörbare Seele mit dem Fleisch gibt. Die Arbeit der Ketzer, die die Religion ablehnen, besteht darin, gegen das Gesetz des Allmächtigen Gottes zu protestieren und es zu ändern. So werden sie von uns gehasst. Unsere Vorfahren haben in ihren obigen Worten bezeugt, dass Ketzer und Abtrennige das Wort Gottes ändern und würden. Die Kinder dieser Ketzer, die immer aktueller zu sein scheinen, haben heute den Teufel offen als Gott erhöht und die ganze Welt zerstört und sind heute zum endgültigen Gericht gelangt. Wieder sagten unsere Vorfahren, Minus wieder, wir glauben an die Auferstehung der Toten und Gerechten. Da Jesus Christus ein Mensch geworden ist, glauben wir, dass es keine Sünde an ihn gibt. Wer wirklich menschlich ist, ist Gott, der Wort ist. Er, der hohe Priester, versöhnt die den Menschen mit Gott. Er ist derjenige, der den Körper von der heiligen Jungfrau Maria erschaffen und mit ihm verschmolzen hat. Er ist derjenige, der alle Dinge erschaffen hat. Er ist derjenige, der von den Toten auferweckt wurde. Und er ist der einzige, der die Toten auferwecken kann. Der Bischof Herr Rehneus sagte, die Tora, die Propheten und das Evangelium haben Christus gelehrt. Er sagte auch, von einer Jungfrau Maria, als er geboren wurde, als er am Kreuz litt, als er starb, als er begraben wurde, als er stand von den Toten auf, als er in den Himmel aufstieg, als er im Zeugnis Gottes des Vaters erschien und als er für immer regierte. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist, dem, der alle Dinge erschaffen hat, der den Menschen erschaffen hat, der in aller Arbeit ist, in Gegenwart der Herrscher, er ist der Chef der Väter. Er ist derjenige, der das Gesetz gemacht hat. Er ist der hohe Priester, der Priester er nennt. Er regiert über Könige, er ist derjenige, der durch die Propheten spricht. Er ist derjenige, der menschlich wurde. Geboren von Gott dem Vater. Er ist Verhaltensgott, geboren aus dem Gott des Charakters. Er ist der König für die Ewigkeit. Er ist derjenige, der Noah beschützt hat. Er war derjenige, der Abraham führte. Er war derjenige, der mit Isaac verbunden war. Er war derjenige, der mit Jacob ein Fremder war. Er war derjenige, der mit Josef verkauft wurde. Unser anderer, Bischof Dionysius, sagte, lasst uns die Dreifaltigkeit preisen, dass sie allen Engeln Wissen gegeben hat. Denn sie haben alle Geschöpfe der Himmel und der Erde zum Leben erweckt. Sie sind die Lichter des Wissens. Sie sind diejenigen, die die Vereinigung des Gläubigen mit Gott perfekt machen. Sie ernennen alle Engel. Sie sind diejenigen, die dem, der es verdient, abstrakte Gnade geben. So haben unsere Vorfahren das Geheimnis der Dreifaltigkeit beschrieben. Wir haben dies aus den Büchern gelernt, die Göttlichkeit sprechen. Wieder fanden wir, dass Gläubige, die den Allmächtigen Gott preisen, in der Göttlichkeitsrede Götter genannt wurden. Ihr Götter seid alle Kinder des Höchsten. Wie es geschrieben steht, der Charakter der Dreifaltigkeit verdient es, Gott genannt zu werden. Minus deshalb preisen diejenigen, die in Göttlichkeit sprechen, diese drei Körper. Sie dienen nur der Dreifaltigkeit und verkünden die unergründliche und unbeschreibliche Einheit der Dreifaltigkeit. Er ist der Höchste über alle Kreaturen, weil sie eine Kraft sind. Da die Dreifaltigkeit einen Charakter hat, werden sie in einem genannt. Die Facetten der Dreifaltigkeit sind zwar in ihrem Körper einzigartig, leben aber in göttlicher Einheit. Wenn sie eins sind, werden sie drei Personen. Lobe also die Offenbarung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater ist leicht. Das Wort wurde vom Vater gezeugt, und der Sohn ist das Licht, das vom Licht erhalten wird. Und der Heilige Geist, der vom Vater ausgegangen ist, ist das Licht, das vom Licht erhalten wird. Wir glauben nur, dass die Geburt des Sohnes vom Vater kommt, auch die Ausgießung des Heiligen Geistes vom Vater, aber wir können es nicht untersuchen. Weil es vor allem das Gewissen ist, kann es nicht geprüft werden. In dieser Welt, jeder sogenannte Herrscher wird von ihm ernannt. Denn sie sind die Quelle aller Schöpfung. Denn alle von ihnen wurden durch ihre Güte geschaffen. Aus ihrem Körper, sie haben sich entschieden, menschlich zu werden, weil ihr einziger Körper wirklich von uns verwandt war. Durch den Willen des Vaters und des Heiligen Geistes, der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde Mensch. Er schlief im Mutterleib der Jungfrau Maria. Er wurde auch mit einem wunderbaren Geheimnis geboren. Wer keinen Anfang hat, der für immer lebt, der über allen Rängen und über allen Kreaturen steht, er verschmolz mit uns, indem er unseren Charakter hatte. Und die Zeit zählte für ihn. Ohne sich zu verändern und zu vermischen, wurde er wirklich ein Mensch. Es gibt keinen Mangel an seinem göttlichen Charakter. Wir, die wir an die Dreifaltigkeit glauben, Gott hat uns ihn durch das bekannt gemacht, was er getan hat. Wir haben diese mysteriöse Lektion von von Gott ernannten Lehrern gelernt. Sie haben uns gelehrt. Diese Lehre ist vor Ungläubigen verborgen. Aber es ist klar für diejenigen, die glauben. Die Gerechten kennen ihn, aber die Bösen wissen es nicht. Wir haben diese Lektion gelernt, wie wir Priester genannt werden, nach dem Titel unseres Priestertums. Es wird uns offenbart, je nachdem, was unser Verstand akzeptieren kann. Unser anderer Vater, in seinem Brief, sagte der Erzbischof von Antiochia, Märtyrer Ignatius, der zum dritten Nachfolger des Apostels Petrus ernannt wurde, Minus. Gott, der alle Dinge erschaffen hat, ist derjenige, der für seine gesamte Schöpfung einen Titel ernennen kann. Er sitzt auf dem Thron seiner Majestät in drei Körpern, die perfekt aussehen und über alles herrschen. Einer der drei Körper wurde im Mutterleib der heiligen Jungfrau Maria. Fleisch verschmolz mit Göttlichkeit, und hier sprechen wir über den Sohn Gottes, nicht über den Vater und den Heiligen Geist. Absolut. Wir sagen nicht, dass der Vater und der Heilige Geist im Mutterleib einer Jungfrau empfangen wurden. Wir sagen, dass nur einer der drei Körper, der Sohn, von ihr geboren wurde. Wir glauben, dass der Vater im Sohn und im Heiligen Geist existiert, dass der Sohn im Vater und im Heiligen Geist existiert und dass der Heilige Geist im Vater und im Sohn existiert. Diese Dreifaltigkeit, in drei Körpern nichts zu unterscheiden und unveränderlich und in einer Göttlichkeit gleich. Eine Regierung, ein Testament, eine Macht, eine Regierung, eine Anbetung, eine Lobpreisung, eine Ehre für die Dreifaltigkeit, ein Ratschlag, eine Autorität, eine Ehre, eine Festigkeit, eine Lebensweise und ein Wille für die heilige Dreifaltigkeit. Und der Vater ist der Vater, nicht der Sohn und der Heilige Geist. Der Sohn ist der Sohn, nicht der Vater und der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist, nicht der Vater und der Sohn. Der Vater verwandelt sich nicht in den Sohn oder den Heiligen Geist. Der Sohn verwandelt sich nicht in den Vater oder den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verwandelt sich nicht in den Vater oder den Sohn. Diese drei Körper sind perfekt in Herrschaft und Ruhm. Sie sind eins in derselben göttlichen Einheit. Diese Dreifaltigkeit ist das einzige Licht, das von ihm bekommen wurde. Es ist auf der ganzen Welt voll und es scheint auf diejenigen, die unter der Erde sind. Wie es geschrieben steht, ich bin voll im Himmel und auf Erden. Schau auch auf seine Herrschaft in der Hölle. Pharisie oder Protestantismus und die Antwort unserer Väter. Du, der du sagst, dass die Göttlichkeit krank ist und durch ihren Charakter gestorben ist, hören sie uns zu und schämen sie sich. Aber wir glauben, dass Christus, der Gott des Charakters, ein Mensch war, er war körperlich krank, aber nicht krank in seinem Göttlichen. Er starb im Fleisch, aber nicht im Göttlichen. Wenn sie hören, dass Gottes Wort für uns krank ist, dass Gott für uns gestorben ist, wir sagen, Göttlichkeit mit Fleisch ist ein Körper und ein Charakter. Und wisse, dass wir Christus richtig bei diesem einen Namen für seine Göttlichkeit nennen. Wieder, du, der eine von zwei Charakteren wurde, du, der du von Seele und Körper bekommen wirst, sie werden mit dem Namen Mensch bezeichnet. Sogar deine Seele stirbt nicht in ihrem Charakter, ohne göttlich zu sein. Wir wollen unsere Seelen ehren, weil es unsterblich ist. Wenn ja, warum willst du nicht Herrn Jesus Christus ehren, wenn er als eine Charakter Dreifaltigkeit austritt? Wenn sie sagen, dass die Göttlichkeit tot ist, wissen sie nicht, dass sie die Dreifaltigkeit tot gemacht haben? Weißt du nicht, dass du den Leib unseres Herrn gemacht hast, genau wie den gestorbenen Leib in seinem Grab? Und weißt du nicht, dass du ihn vom Göttlichen getrennt hast? Denn der Charakter der Dreifaltigkeit ist einer. Diese Göttlichkeit ist einer. Wenn ja, wo ist derjenige, der den Tod erobert und die Hölle erobert hat? Du hast ihn wie einen machtlosen Menschen aussehen lassen. Du hast ihn zu den Toten gezählt, die keine Festigkeit zeigten. Stattdessen finden wir andere Ketzer namens Tomagolis, dass die Bedeutung Gottes Feinde sind. Als er wusste, dass er der Schöpfer war, in dem inkarnierten Fleisch, das Gott aus der reinen Jungfrau Maria, aus ihrem Körper und ihrer Seele geschaffen hatte, sie denken, dass er keinen Körper und keine Seele hat. Sie sagen, dass die Göttlichkeit den Schmerz der Seele genommen hat. Wirklich, ist die Göttlichkeit vollständig vom Fleisch getrennt? Ist Fleisch für immer verrottet? Wer sagt, dass die Seele nicht auferstanden ist? Und wer leugnet, der schäme sich, wenn er die Worte unseres Herrn Jesus Christus hört, die sagen, meine Seele ist bis zum Tod überaus traurig. Mein Gott, sagt das, auf wen? Es ist für diejenigen, die auf der Verliererseite sind. In seiner 13. Botschaft sagte Erzbischof Ignatius der Märtyrer, unser Herr Jesus Christus wurde wirklich geboren. Er ist wirklich aufgewachsen. Er hat wirklich gegessen und getrunken. Er wurde wirklich gekreuzigt. Er wurde wirklich krank, starb, wurde begraben und stand von den Toten auf. Wer daran glaubt, ist gesegnet. Wer dies leugnet, unterscheidet sich von dem gesegneten Leben, auf das wir hoffen. Diejenigen, die den Sohn Gottes und Jesus Christus, nachdem ein Körper ein Charakter wird, diejenigen, die zwei Körper zu zwei Charakteren machen. Sie zählen zu den Juden, die Gott für ihre rebellische Rede gekreuzigt haben. Ihre Rede war, für ein gutes Werk steinigen wir dich nicht, sondern für Gottes Lästerung, und weil du als Mann dich selbst zu Gott machst. In der Schwäche des Sohnes Gottes haben diejenigen, die sagen, er habe ein Problem, diejenigen, die ihn zu zwei Körpern und zwei Charakteren machen, ihr Schicksal ist das gleiche wie das der abtrünnigen Juden. Aber der Körper des Sohnes ist mit uns verwandt. Aus vereinigter Göttlichkeit und Fleisch, er wurde einer von beiden, weil er beide vereinte. Im Göttlichen, als viertes des Körpers und als zweites Element des Charakters wird nicht hinzugefügt. Sie sind drei im Körper. Ihren Dreifaltigkeitskörpern gehen ihren Namen nicht voraus. Ihre Namen werden nicht nach ihren Körpern gefunden. Sie welche Zeit geht ihnen nicht voraus, aber sie waren vor der Welt. Niemand auf der Erde kannte sie jedoch. Der Sohn Gottes, als er ein Mensch war, sagt er, Vater, siehe, ich habe deinen Namen allen Menschen bekannt gemacht. Damit sie wissen, dass ich dein Sohn bin, enthülle mich durch deine Herrschaft. Dies war, bevor die Welt geschaffen wurde. Nachdem die Welt dies erklärt hat, beginnt sie ihn zu kennen. Gott der, nachdem ich in der Bretterburg Mountain ausgesagt hatte, dies ist mein geliebter Sohn. Uns zu erklären, dass die drei die ersten waren und Gleichheit sind, er sandte den Heiligen Geist in den Jotan. Die Geburt des Sohnes von Gott dem Vater ist unerforschlich und kann anderen nicht erzählt werden, weil es ein nicht durchsuchbarer Entwurf ist. Es ist unmöglich, den riesigen Entwurf zu untersuchen. Er kann sie nicht untersuchen, weil seine Geburt nicht wie eine menschliche Geburt ist. Seine Geburt, es ist ein Mysterium. Es kann nicht untersucht werden. Daher muss die Familie Gottes die Grundlage ihres Tevedo-Glaubens sorgfältig verstehen und verstehen, um ihr Verständnis zu verbessern. Es ist ein kleiner Beweis, dass ich mich bemüht habe, ihnen zu helfen, zu verstehen, wie die heilige Dreifaltigkeit und das Geheimnis der Dreifaltigkeit von unseren Vorfahren offenbart werden. Ich fordere sie auf, Heimannot abhebe oder das Buch Religion unserer Väter zu lesen. Es hilft ihnen, mehr über die Grundlagen ihres Glaubens zu erfahren, die beschreiben, wie unser altes Patriarchat die Grundlagen unseres Tevedo-Glaubens gelegt hat. In den gleichen patriarchalischen Büchern, die am meisten verehrten, geliebten Grundlagen unserer Einheit und unserer spirituellen Kämpfer, hier sind einige von denen, die sie in diesem Buch finden, minus Stück Atenasius, Bésilus, Gregor, Apolidis, Ephraim, Erklis, Aphrodite, John, Theodotus, Epiphanius, der große John Afferwerk, Kallos, Theodosius, Savirus, Kyrgios, Dionysius, Abba Gapril, Abba Makas und andere, die ich nicht habe aufgrund des begrenzten Platzes erwähnt, sie finden sie alle in diesem Heimannot abhebe oder im Buch Religion unserer Väter. Mein Volk, die Familien Gottes, als du die Kämpfe dieser Väter verstanden hast, was tun die Führer, Hirten, unsere äthiopisch-orthodoxen Kirche heute mit ihren Schafen, die die Namen der Patriarchen geerbt haben, sie können verstehen, was sie tun. Diese Nachricht wurde heute ausgegeben, nicht zu beraten. Gottes Urteil und Warnung, die siebenmal übermittelt wurde uns die Kirche, den Gläubigen und vor allem alle Nachkommen Adams erreichte, aber sie konnten wegen ihrer Rebellion das Urteil gegen sie nicht hören und bereuen, aus Verachtung, stattdessen folgten sie der alten Schlange, dem Drachen, dem falschen Propheten, dem Teufel. Schließlich wird diese Nachricht veröffentlicht, um das Kommen eines mächtigen Feuers zu beschreiben. Das ist nicht nur, um zu sagen, dass Gottes Geduld erschöpft ist. Überlappungen und Reihen, die die Erde seit ihrer Entstehung nicht mehr gesehen hat, Pistillenzen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Massaker, starker Schneefall, Überschwemmungen, diese Nachricht kam, um anzukündigen, dass all das oben genannte gekommen ist und sie auf diese verlorene Generation reagieren werden. Wie sehnbare und spirituelle Anbetung und spirituelle Führung im orthodoxen Therwede Glauben aus. Die Familien Gottes und die Kinder der Jungfrau Maria, minus wir müssen verstehen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist Gottes geführt und getröstet zu werden. Jesus Christus, unser Herr und Retter, unser Vater, bevor er den letzten Befehl der Apostel gab. Er gab einen großen Befehl, dass sie Jerusalem nicht verlassen sollten, bis sie Macht erhalten. Er sagte, ich gehe zu meinem Vater und werde dir den Heiligen Geist, den Tröster, senden. Warum hat er das gesagt? Ja, seine tollen Kinder, seine tollen Kinder, die er alle treuer für sie bezahlt hat, wird sie vor ihrem Feind, dem Teufel, schützen. Und er führt sie auf seiner hellsten Straße. Das Wort Verstehen, ergibt ihnen alle Verständnis und spirituelles Verständnis gemäß seiner Güte. Schließlich gibt es für Gott viele Möglichkeiten zu sprechen. Die Frage für viele ist heute, nicht zu verstehen, wie man sich mit Gott verbindet und spirituelle Führung von ihm erhält. Auf diese Weise antworten moderne Prediger auf Fragen von Gläubigen, indem sie sagen, dass wir nur vom Wort geleitet werden. Natürlich ist sein Wort das Fundament, auf dem unser Glaube basiert. Es ist die zentrale Säule unseres Glaubens. Aber im Laufe unseres täglichen Lebens müssen wir die Stimme Gottes suchen, die Stimme Gottes, um die Antworten auf unsere Fragen zu den guten Dingen zu hören, die uns im Laufe unseres Lebens leiten werden. Nur so können wir das Wort Gottes ohne Makel halten. Im Wort Gottes im Buch Hiob Kapitel 33, die Verse 12, 33 sagen uns minus siehe, darin bist du nicht nur, ich werde dir antworten, dass Gott größer ist als der Mensch. Warum strebst du gegen ihn? Denn er gibt keine Rechenschaft über seine Angelegenheiten ab. Denn Gott spricht einmal, ja zweimal, und der Mensch nimmt es nicht wahr. In einem Traum, in einer Vision der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, in Schlummern auf dem Weh, dann öffnet er die Ohren der Menschen und versiegelt ihre Anweisung, damit er den Menschen von seiner Absicht zurückzieht und den Stolz vor dem Menschen verbirgt. Er hält seine Seele von der Grube zurück und sein Leben davon ab, durch das Schwert zu sterben. Er wird auch mit Schmerz auf seinem Bett und die Menge seiner Knochen mit starkem Schmerz gezüchtigt, damit sein Leben Brot verabscheut und seine Seele zierliches Fleisch. Sein Fleisch ist verzehrt, so dass es nicht gesehen werden kann, und seine Knochen, die nicht gesehen wurden, ragen heraus. Ja, seine Seele nähert sich dem Grab und sein Leben den Zerstörern. Wenn ein Bote bei ihm ist, ein Dolmetscher, einer unter tausend, der dem Menschen seine Aufrichtigkeit zeigt, dann ist er ihm gnädig und spricht, befreie ihn vom Abstieg in die Grube. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch wird frischer sein als das eines Kindes. Er wird in die Tage seiner Jugend zurückkehren. Er wird zu Gott beten, und er wird ihm günstig sein. Und er wird sein Gesicht mit Freude sehen. Denn er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit geben. Er schaut auf die Menschen, und wenn jemand sagt, ich habe gesündigt und das, was richtig war, verdreht, und es hat mir nicht geholfen, er wird seine Seele davon befreien, in die Grube zu gehen, und sein Leben wird das Licht sehen. All diese Dinge wortet Gott oft mit Menschen, um seine Seele von der Grube zurückbringen, um mit dem Licht der Lebenden erleuchtet werden. Markiere gut, oh Hiob, höre auf mich, halte deinen Frieden und ich werde sprechen. Wenn du etwas zu sagen hast, antworte mir, sprich, denn ich möchte dich rechtfertigen. Wenn nicht, höre auf mich, halte deinen Frieden, und ich werde dich Weisheit lehren. Minus sagt das Wort des Allmächtigen Gottes, das wir im Buch Hiob finden. Meine Familie, Gottes Familie. Minus, wie sie aus dem obigen Wort Gottes verstehen, Gott wird uns offenbart, wenn wir ihn wirklich wollen, sein Wort lehrt uns, dass er antwortet, zurecht weist und uns lehrt. Meine Leute, der Feind, dem wir heute gegenüber stehen, ist der raffinierteste und modernste. Denn die Zeit ist voll großer Bossheit, viele von Gottes Leuten brauchen Führung von jemand anderem. Wenn Gott in Träumen und Visionen zu ihnen spricht, sie gehen und beraten den Prediger, dass er ihn für gut in seinem Glauben und in seiner Aufrichtigkeit hält. Aber er ist ein Priester, der fehl am Platz ist. Es gibt nichts Positives von ihm, denn er ist derjenige, der seinen eigenen Schöpfer für Geld verkauft und seine Schafe geschlachtet hat. Sie sagen, wir hören keine Visionen oder Träume, wir glauben es nicht. Sie täuschen und führen Menschen in die Irre, indem sie sagen, dass wir nur glauben, was im Wort geschrieben steht. Beachten sie dies, sie sind Ketzer, Protestanten, Katholiken, Reformationen, Gesalbte, Gnaden, Mörder der Gläubigen, die in unserer Kirche verborgen sind. Welche Gemeinschaft hat Gott mit Dieben, Abtrünnigen und Arbeitern der Dunkelheit? Für was für einen Vorteil? Sie haben es geleugnet. Sie haben es gegen Krümel ausgetauscht. Wenn sie so viel schreien, wie sie wollen, wenn sie sagen, Obal, Hörer uns, wie Akab und Elzabel, wie diejenigen, die den Gott Israels abgelehnt haben. Wer hat sie gehört? Sie wissen sehr gut, dass Gott sie nicht hört. Als von El-Jahin gerichtete Baal-Propheten, für alle Prediger des heutigen Unkrauts von Baal, die in unserer Kirche gewachsen sind, bald werden sie abgeholzt und ins Feuer geworfen. Sie sagen, Hör nicht auf die Art und Weise, wie Gott spricht. Hören sie nur zu, was geschrieben steht. Sie sagen, Hören sie nur, was wir sagen. Du siehst es morgen. Das Wort Gottes für das Einkaufen reduzieren und verwischen, die Gerechten stören, sie dazu bringen, den Menschen anzubeten, damit sie der Wahrheit nicht nahe kommen. Wegen deiner Taten wirst du niedergeschlagen werden, wie die Propheten von Baal, Feuer wird dich essen. Sie und ihre Nachkommen werden für immer zerstört. Dies bedeutet, dass der Teufel und seine Lebensweise sie nicht retten werden. Der Ehemann des Esels rettet dich nicht vor der Hyäne. Ein Prediger, der behauptet, heute keine Visionen und Träume zu haben und das Wort Gottes nicht richtig kennt, sie wurden für ihren Mut, ihren Katholizismus und weil sie den Heiligen Geist verachtet haben, verurteilt. Wenn sie sagen, dass sie nicht von einem Traum geleitet werden, wenn sie eifersüchtig auf die Gläubigen sind, die die Antwort durch die Vision, den Traum, das Verständnis, das Gebet, das Fasten für ihre Frage erhalten haben, wenn sie derjenige sind, der Gottes Redeweise wählt, dann hast du dich über Gott gestellt, den Heiligen Geist. Wie ich daraus verstehe, ist das Opfer der ehemaligen Schlange, des falschen Propheten, des Drachen, ob die Person in dieser Position es weiß oder nicht, denn er ist genau so, wie der Teufel mutig behauptet, Gott zu sein. Es hatte den Willen des Teufels getan. Wie ich oben erwähnt habe, hüte dich vor allen Christen von denen, die die Wahrheit nicht kennen, die Kaufleute des Glaubens, die Katholiken, die Ketzer, die Reformation, die Salbung, die für ihren Magen leben, zerstören mehr als die Pharisäer, die den Herrn gekreuzigt haben. Die Verurteilten werden nicht zurückkehren, also sei vorsichtig mit denen. Heute ist es voll von denen, die immer noch nicht bereuen, die mehr Verbrechen begehen, die nicht wirklich vom Teufel begangen werden. Sei sehr vorsichtig. Sie deckten den ganzen Weg ab. Denn alles, was besagt, dass ich Lehrer und Absolvent bin, tut mehr als der Teufel. Obwohl ihre Versammlung aufgelöst wurde, sie konnten in den Mantel einer Institution kommen, die Vereinigung der Heiligen oder Mabere Kedusan genannt wurde. Deshalb fordern wir junge Frauen auf, besonders vorsichtig zu sein. In einer Gelegenheit, Moses überquert das Rote Meer mit Gottes Volk, während er das Volk berät und führte. Seine Schwester Maria ist gegen ihn und sagte, wir sind auch Propheten. Wer bist du, dass du besser bist als von uns? Gott befiehlt ihnen beiden, in den Tempel, in die Stiftshütte zu kommen. Sie näherten sich. Und der Herr sprach aus dem Tempel, Maria, du bist wie ein Prophet, aber ich spreche zu dir in einem Traum, das ist die Grenze. Aber mein Diener Moses ist nicht wie du. Gott sagte aus, mein Diener Moses, ich werde von Angesicht zu Angesicht zu dir sprechen. Dann schlug er Moses Schwester mit Lepra. Warum? Weil sie ihn nicht respektierte. Ich habe dies angesprochen, weil Gott in Träumen, in Worten, in Visionen und auf viele Arten spricht. Gott lehnte Eli, den hohen Priester Israels, wegen seiner vielen Sünden ab und beschloss, ihn von seiner Herrlichkeit zu entlassen. Samuel, der zu dieser Zeit im Tempel diente, war sehr jung und wusste nichts darüber, und seine Aufgabe war es, dem Priester Eli zu dienen. Während er im Tempel lag, hörte er nachts eine Stimme, die Samuel rief. Samuel schockiert dachte er, er sei vom Priester Eli gerufen worden. Eli sagte, ich habe dich nicht angerufen, aber wenn er dich noch einmal anruft, sag, dein Diener wird dich hören. Gott sprach mit Samuel und sagte ihm, dass er gegen Eli und seine Söhne vorgehen würde, die beschämend waren. Samuel nahm es und sagte es Eli. Wie gesagt, Elles Söhne folgten der Arche Zion im Kampf gegen die Philister. Als Eli den Tod seiner beiden Kinder in der Schlacht hört, Eli geschockt, fiel er mit verdrehtem Nacken von seinem Sitz und starb. Wie Gott Samuel sagte, Gott spricht auf viele Arten. Das sagt uns das Wort. Meine Völker, als Josef noch ein Junge war, sagte Gott zu ihm in seinem Traum, dass er reikert und dass er groß geworden. Das Wort Gottes sagte uns, dass Josef, als er zu seinen Brüdern sprach, von seinen Brüdern gehasst wurde. Seine Brüder waren wütend auf ihn und sagten, wirst du über uns hirschen? Er erzählte seinem Vater auch, dass er gesehen hatte, wie sich der Mond und die Sonne vor ihm verbeugten. Und sein Vater war wütend auf ihn, sein Vater sagte, deine Mutter und ich, sollen wir uns für dich verneigen? Wurde Josef zurückgelassen? Nein. Was gesagt wurde, wurde wahr. Gottes Familiennotiz, von hier noch, Noe, Abraham, Isaac, Jakob, Mose, Joshua, Jesaja, Hesekiel, Jeremia, alle Propheten, im Neuen Testament, alle Apostel außer Judas, sie wurden von Offenbarung, Träumen und dem Heiligen Geist Gottes geleitet. Also sagen wir, halte dich von Ungläubigen und Abtrünnigen fern. Äthiopien und die Welt im Vergleich. Warum hast die Welt Äthiopien? Warum kämpft die Welt gegen Äthiopien? Warum fordert die Welt Äthiopien heraus? Warum versuchte Äthiopien zu zerstören? Wenn wir heute Äthiopien sehen, ist sie sehr geschwächt, schwer beschädigt und durch viele feindliche Verschwörungen geteilt. Es ist ein Land geworden, in dem Generationen von Menschen mit unterschiedlichen Gedanken und Gedanken, die die Agenda des Teufels ausführen, ihr eigenes Land verwüsten. Ihre Vorfahren lebten von ihrem starken Glauben, ihrer Einheit und Liebe, seit die tausenden von Jahren haben sie ihre Feinde durch Vereinigung besiegt. Ihre Aufrichtigkeit und ihre Suche nach Gott führen dazu, dass sich viele Feinde gegen sie erheben. Was Äthiopien von Gott geliebt hat, ist, dass sie aufrichtig, absolut, aufrichtig ihren Gott suchte und versuchte, nach seinem Willen zu leben. Bevor die Welt ihren Schöpfer kannte, sie versuchte, nach dem Gesetz zu gehen, das uns in den Sinn gekommen ist. Auch wenn wir die jüngsten Beweise dafür erwähnen, Moses auf seiner Reise, um Israel zu befreien, als er die Herausforderungen und den Verrat von seinem eigenen Volk bekam, als Gott zu Mose sagte, lass mich die töten, die mich betrogen haben, und dich zu einem Führer für eine große Nation machen, und die große Nation, die von Gott berufen wurde, war Äthiopien. Heute in den Tagen des Evangeliums, von Anfang an, sie nahm den Herrn an, durch Anpassung und Verschmelzung des Neuen Testaments vom Alten Testament, mit der Wahrheit mit dem Zeichen stehen, durch Schnitzen der vielen Archen, bestätigte Wede von vielen Märtyrern, lange Zeit wurde sie niedergeschlagen und verfolgt, sie wurde auch wieder gebaut, sie kam mit der Hilfe und Liebe Gottes hierher, durch den Kampf unserer fleißigen, standhaften Väter. Der Rest der Welt, ob er aufgewachsen ist oder nicht, den Schöpfer leugnen, machte Idol zu seinem König, Überzeugungen tragen, die die Essenz des Teufels sind, sich als real betrachten, Tevedo und Äthiopien, der wahre Besitzer der Gnade Gottes, morgens und abends verschwörte sich gegen Äthiopien, er verbringt die Nacht damit, Äthiopien zu zerstören, Als Zeuge dafür, diese Generation und die ganze Welt können es klar sehen und verstehen die Handlung der Welt für sich. Äthiopien außerdem, hat einen Bund. Auf diese Weise eröffneten viele Feinde eine Kampagne gegen Äthiopien, weil, sie umarmt Menschen, die an das Wort Gottes glauben und an die Einheit des Glaubens glauben. Überraschenderweise kommen alle Feinde aus allen Richtungen und Zentren. Die reichsten Länder der Welt, die mit ihrer Wirtschaft zu kämpfen haben, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, China, England, die Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten, Indien, Japan, Kanada und so weiter. Viele Länder sind Ketzer, Protestanten, Katholiken und Heiden. Sie sind zwar Zweige des Teufels, aber im Wesentlichen sind sie die gleichen Überzeugungen. Sie wissen, dass Äthiopien eine geliebte Nation Gottes war, weil sie von ihrem Vater der Will gelernt haben und dieselbe Geschichte ihnen von ihren Vätern erzählt wurde, wenn sie nach Äthiopien kommen. Ihre Kinder führen heute eine koordinierte Kampagne gegen Äthiopien. Heute in Äthiopien, Regierungen, die behaupten, auf der ganzen Welt mächtig zu sein. Wo ruhige ist, sie haben die Kontrolle über Äthiopien. Was haben sich die Länder ausgedacht, die die größte Militärbasis in Shibuti errichtet haben? Offensichtlich versuchen sie, dieses heilige Land herauszufordern. Diese von Dämonen besessenen Kinder um uns herum sind sehr besorgt, weil die Eltern von Dämonen sich bewusst sind, dass sie Kinder des Teufels sind und von ihm geführt werden. Alle diese Befehle kommen vom Teufel, der sie antreibt. Wer sind die Länder um Äthiopien, die sich niedergelassen haben? Die Vereinigten Staaten, Frankreich, China, Deutschland, Japan, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere im Südsudan, England im Nordsudan, Russland und Ägypten etwas weiter entfernt, andere europäische und asiatische Länder haben sich ebenfalls niedergelassen. Wie Sie sehen, ist kein Land so mächtig oder wirtschaftlich so mächtig wie sie. Es gab nur Äthiopien, das in Bezug auf wirtschaftliche und militärische Fähigkeiten auf einem sehr niedrigen Niveau liegt. Der Rest sind es die Länder und Regierungen, die ihnen unterliegen. Sie sind alle weiße und von Arabern gesponserte Länder. Schibuti, Sudan, Somalia und Eritrea sind Länder, die von ihnen unterstützt werden. Sie können den Zweck kennen oder nicht. Sie wurden jedoch verwendet. Wie ich ihnen sagte, warum haben sie Angst vor Äthiopien? Warum hast du sie? Die Antwort ist ein und dieselbe. Weil der Teufel genau weiß, was die Dreifaltigkeit Ebrahams für Äthiopien und seine Liebe zu Äthiopien vorbereitet hat. Nicht nur das, er wusste, dass die gesalbten Sklaven Gottes, die sie vom Erdboden zerstören konnten, aus Äthiopien kommen würden. Sie denken, dass sie damit umgehen können, und sie tun es instinktiv. Was müssen sie noch tun? Was müssen sie mitbringen? Ob es funktioniert oder nicht, sie haben sich mit ihren Jets, Raketen, Schiffen, Panzern und Kanonen angestellt. Das haben sie getan. Sieben Botschaften im Namen von Äthiopien, dem Licht der Welt, verteilt an die Welt und an unser Land Äthiopien. Der erste Schritt der Supermächte der Welt bestand darin, zu verhindern, dass die Botschaft unter den Menschen und den Medien verbreitet wird. Insbesondere erhielte der BBC News Service die dritte Nachricht, in englischer Sprache, per E-Mail. Ihre unmittelbare Antwort ist, dass sie es der Öffentlichkeit nicht erklären können, sie sagten mir, dass es Vorstandsmitglieder gibt. Und sie sagten mir, ich solle ihnen eine E-Mail schicken, und sie schickten mir ihre E-Mail-Adresse. Ich schickte sofort an die Vorstandsmitglieder, aber es gibt keine Antwort. Zweitens habe ich es auch per E-Mail an den Herausgeber von The Economist International Media Company gesendet. Sie kündigten auch an, dass es angekommen war, aber sie baten darum, es zu bearbeiten und danach öffentlich herauszunehmen. Ich sagte nein, es wird nicht reduziert, es wird nicht hinzugefügt. Wenn sie können, nehmen sie es ohne Bearbeitung heraus oder lassen sie es wie es ist. Dann haben sie es verlassen. Der weiße Welt kennt also das kommende Gericht Gottes nicht. Er weiß es sehr gut. Insbesondere die Führer nahmen es nicht leicht, denn sie baten ihren Führer, den Teufel, ihnen die Wahrheit zu sagen und Maßnahmen zu ergreifen, von denen sie glaubten, dass sie ihnen zugutekommen würden. Weil sie Äthiopien bereits von ihrem Vater, dem Teufel, kannten, sie haben eine Kampagne gegen das Volk und den Teuvete-Glauben geführt. Sie führen seit 700 Jahren eine koordinierte Kampagne. Aber unsere christliche Gemeinschaft wird weiterhin ein normales Leben führen, egal was passiert. Zu verstehen und vorsichtig zu sein, wer Äthiopien ist und dass die ungerechten Busse tun und sich Äthiopien und dem Zorn der Welt entkommen. Als unser Vater Noah schrie, sie wurden dazu gebracht, sieben Botschaften aus dem Licht der Welt in Äthiopien zu hören. Darüber hinaus wurde in den sozialen Medien mit dem Namen Revelation John 20 eine Telegram-Seite gestartet und alle Nachrichten wurden mindestens zwei Jahre lang auf dieser Telegram-Seite übertragen. Nicht nur das, sondern alle Rechnungen von Adams Nachkommen wurden in verschiedenen Sprachen auf Facebook, YouTube, Imo, WhatsApp und anderen verbreitet. Wer hat das gehört? Es ist sehr traurig und wunderbar. Der Mensch ist der rebellischste, arroganteste, abträunigste, arroganteste und stolzeste auf sein Wissen. Wir sehen 116.000 Telegram-Nutzer in Äthiopien und auf der ganzen Welt. Sie werden erstaunt sein, wenn wir ihnen sagen können, wie viele im Glauben eingeschrieben sind. Wir haben es für die Geschichte gespeichert. Es war eine Gelegenheit, registriert zu werden, so haben die Registrierten gewonnen. Wie wir gesehen haben, sitzen die Regierungen der Welt nicht untätig daneben. Sie setzen ihre Zerstörungskampagne gegen Äthiopien fort. Sie sind heute nicht müde, aber der Teufel treibt sie bis zum Ende. Deshalb pflanzen und verändern sie so viel wie möglich äthiopische Marionettenregierungen. Um die äthiopische Kirche der Vedo sowie den Gläubigen zu kontrollieren, sie versuchen, es zu kontrollieren, indem ihre verschiedenen dunklen Glauben einzufangen. Die Ausbreitung der Heresie, die Ausbreitung des Protestanten, die Ausbreitung des Islam, die Ausbreitung des Rassismus, die Zahl der Abtrünnigen, die Zahl der Völlerei, die Zahl der Anbeter und all diese Kampagnen sind ein vielschichtiger Angriff der Weißen. Meine Leute, Sie wissen, dass Äthiopien auferstehen und die Welt in Einheit führen wird. Sie sind sich bewusst, dass Äthiopiens Weltlichtregierung regieren wird. Ihre einzige Sorge ist, wie sie damit umgehen sollen. Der Teufel weiß sehr gut, dass Gott tun wird, was er sagt, dass er tun wird. Aber der einzige Weg, den er tun kann, besteht darin, Äthiopien zu schwächen, den Gläubigen zu zerstören, die Gläubigen dazu zu bringen, die Auferstehung Äthiopiens zu leugnen und sich dafür einzusetzen, nicht als Nation bestehen zu können. Wenn er hier rausspringt und sich der letzten Schlacht stellt, er bewegte alle großen Nationen, Marinejet-Raketen, um uns zu umgeben. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um bekannt zu geben, dass ihre Beerdigung und das Grab hier in Äthiopien stattfinden werden. Selbst in Äthiopien erwartet sie in ihrem Herkunftsland lediglich Staub. Unsere Energie kommt von der Göttlichkeit der Dreifaltigkeit. Unsere Energie und Stärke sind der Allmächtige Gott und die Jungfrau Maria. Es ist die Dreifaltigkeit, die dich erschaffen hat, die Kraft der Dunkelheit und die gesamte Schöpfung. Sie werden sehen, was passiert, wenn ihr Wille getan und ihr rechtschaffenes Urteil offenbart wird. Sie werden mit ihrem Müll begraben. Heute ist Äthiopien in den Augen des Fleisches arm, aber geistig ist sie reich. Jacob unser Vater, was geschah in Bessel auf seiner Glaubensreise? Wir haben es ihnen während unseres Unterrichts erklärt. Er sah eine Leiter, die von der Erde zum Himmel ausgestreckt war und auf der Heilige Engel auf und abstiegen, und sah, wie der Allmächtige Gott darauf saß. Er war so beeindruckt. Dies ist der herrlichste Ort Gottes, sagte er. Bevor er zur Familie seiner Mutter ausgewandert war, berichtete er ein Steinmonument und goss Öl darauf. Dort machte Gott klar, dass er sein Versprechen an Abraham halten würde. Als er zurückkam, verbrachte er 20 Jahre im Haus seines Onkels, und Gott verließ ihn nicht. Als die Zeit gekommen war, sagte Gott, geh zurück zu deinem Vater und deiner Mutter. Als er gemäß seinem Wort dorthin reiste, erschien ihm Gott erneut in Bessel und bestätigte sein Wort. Die Verheißungen, die er Abraham und Isaac machte, er versicherte ihm, dass er sein Wort halten würde. Wo ist die Leiter gefunden, die Jakob in Bessel offenbart wurde? Mit wem hat Gott sein Wort in der heutigen Zeit bestätigt? Wie wir bereits gesagt haben, diejenigen, die von ihrem Fleisch Israel genannt werden, und diejenigen, die von ihrer Seele Israel genannt werden, heute hat der allmächtige Gott seinen Bund mit dem äthiopisch-orthodoxen Therwede-Glauben bekräftigt. Das Land, das er lebt, Äthiopien, gab er seiner Mutter und unserer Mutter Jungfrau Maria als Erben nach Äthiopien. Er bekräftigte auch, dass Äthiopien das Land ist, in dem die Herrlichkeit von ihm offenbart und gelobt wird. Die in Bessel beschriebene Leiter, es steht jetzt noch in Äthiopien, Viele unserer Väter, diejenigen, die in Heiligkeit sind, beobachten, wie die heiligen Engel für ihre Mission auf- und absteigen. Angesichts dieser Tatsache sollten wir uns nicht wundern, dass sie heute in unserem armen Land ihre Armeen versammeln. Was macht unsere Regierung heute? Wie viele von uns wissen, wurde es zur Ausführung von Befehlen der Vereinigung und Vereinigung der ehemaligen Schlange. Wir dürfen nicht bezweifeln, dass er der erste Soldat des Teufels ist. Mein Volk, Gottes Volk, Lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie, wie haben die Vereinigten Staaten, Babylern, heute ihre Botschaft in Äthiopien gebaut. Wissen Sie, um welche Durchsetzung es sich handelt? Du weißt es nicht. Der Bau der US-Botschaft in Äthiopien kostete 250 Millionen US-Dollar. Mit einem riesigen Keller, er zur Erde hinabsteigt und das Land Ost- und Südafrika beherrscht. Es hat einen militärischen Kommandoposten. Es verfügt über ein ausgeklügeltes Netzwerk, das die gesamte afrikanische Region abdeckt. Überall in Äthiopien werden alle Informationen erfasst, die über Telefon, Internet oder andere elektronische Medien ausgetauscht werden. Auch es verfolgt der Premierminister selbst überwachte alle Kommunikationen. Sie sollten wissen, dass es eine komplette Filiale und Bestellstation im CIA-Büro gibt. Wie Sie wissen, führen die Supermächte außerhalb Äthiopiens eine große Schlacht. Sie kämpfen wirtschaftlich. China und Russland mit den USA. Sie befinden sich im Kalten Krieg, wie Sie es nennen. Die Vereinigten Staaten kämpfen wirtschaftlich mit ihren europäischen Verbündeten. Sie berechnen Tarife für verschiedene Artikel, der andere antwortet. Beim militärischen Aufbau kämpfen sie immer darum, sich gegenseitig zu übertreffen. Aber für den Konflikt in Äthiopien sind sie vereint und stehen zusammen. Sie legen ihre Streitigkeiten beiseite. Gemeinsam errichten sie ihre eigenen Militärbasen in Chibuti, einem kleinen Land, und hören Äthiopiens Atmung zu. Sie vertrauen diesem armen Land, Äthiopien, nicht. Sie fürchten sie, dass sie uns eines Tages abschneiden wird. Mit was für ihrer Energie, haben sie solche Angst und Angst vor ihr? Es ist wahr, dass wir nicht einmal die moderne Ausrüstung eines weißen Soldaten aus der Nachbarschaft haben. Wie können wir mit den Kupplungen, Kanonen, Panzern seit mehr als 40 Jahren, der MiG-23, die Russland vergessen hat, und dem 27-Jet, den Russland jetzt aufgibt, den Höhepunkt einer grenzüberschreitenden Atomrakette erreichen? Meine Völker verstehen, es geht nicht um Energie, Waffenmodernisierung und wirtschaftlichen Wohlstand. Es ist eine Frage des Glaubens. Wer hat wahren Glauben? Mit wem stand Gott? Dies ist die Wahrheit, die die Welt antreibt und den Teufel beunruhigt. Er ist sich dessen sehr wohl bewusst und kämpft es zum Tod. Äthiopien, die Armen, Äthiopien, wer sie ist der Halsknochen für den Feind? Äthiopien, der sie ein starker Hügel für den Teufel ist. Der Teufel hat Angst vor ihr. Tatsächlich ist es Äthiopien, das den Todesbrief des Teufels hat. Gott hat lange erklärt, dass er mit diesem armen Land, Äthiopien, zusammen ist. Das ist die Wahrheit. Deshalb fordere ich sie, insbesondere den äthiopisch-orthodoxen Tevado, auf, an ihrem Glauben festzuhalten. Natürlich gibt es in Äthiopien über 100 Millionen Menschen. Was wert ist es? Nur 10 Millionen Menschen werden von Gott geliebt. Wenn ich Äthiopien diejenigen nenne, die von ihrer Seele Israel genannt werden, ich habe nicht gesagt, der Ketzer, der Katholik, der Rassist, der Islamist, der Atheist, die Hexe, der Astrologe, der Räuber, der Mörder, der Tyrann. Lass dich nicht täuschen. Sag nicht, ich bin Äthiopier. Du bist nicht. Sie werden in Gottes Aufzeichnungen nicht als Äthiopier betrachtet. Sie sind kein Äthiopier, weil dies ihre Wahl ist. Du bist der Anbeter der alten Schlange, der Anbeter des falschen Propheten und der Anbeter seines Sohnes, und du hast das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Gott ist Wahrheit. Es zeigt ihnen deutlich, wer sie sind und was sie tun. Ja, er hat dich lange Zeit zur Umkehr gerufen, seitdem von deinen Vorfahren, so wie deine Vorfahren nicht zugehört haben, bist du ihr Nachwuchs und hast ihre bösen Wege geerbt. Darum, wer auch immer der Sohn des Teufels ist, der an seinen bösen Taten festhält, er muss dorthin gehen, wo der Teufel hingeht. Also du Abtrüniger, der Feind von Taboedo, der Feind der Wahrheit, der Feind von Äthiopien die Flagge, ich werde dir heute sagen, du wirst in großem Zorn zu deinem Grab hinuntergehen. Das ist es. Die bestehende Regierung, die Regierung von Abri Ahmed, zu diesem Zweck wurden sie von Großbritannien und den Vereinigten Staaten genehmigt, Äthiopien zu zerstören, Taboedo zu zerstören und die Menschen auszurotten, die diese Wahrheit Gottes tragen. Auch sie werden von arabischen Ländern finanziert, er ist ein Mann, der sich offen dafür eingesetzt hat, das Amhara zu zerstören, das den gleichen Glauben wie die Gesellschaft hat, hauptsächlich indem er den Taboedo-Orthodoxen folgt. Wie das Sprichwort sagt, die Schafe, die auf ihren Herrn vertrauen, werden ihren Schwanz nachts draußen verbringen. Sie stützten sich auf ihre Meister und wurden zu Vordenkern des Massakers und Massakers am Amhara-Volk. Sie werden die volle Verantwortung übernehmen. Obwohl klar war, dass sie bereits vor Gericht standen, warteten sie darauf, dass der Becher gefüllt wurde. Aber jetzt werden sie den Zaun Gottes trinken, weil die Tasse übergelaufen ist. Im Allgemeinen habe ich versucht, ihnen ein Verständnis dafür zu vermitteln, wer Äthiopien ist. Pass auf, meine Leute, sobald diese Nachricht herauskommt, möchte ich ihnen im Voraussagen, was sie tun werden, wenn es um alle Gegner des Teufels geht. Das, was in dieser Botschaft gesagt wird, ist nicht wahr. Fremde verschiedene Ideologien, mit den besten Dienern des Teufels in der Hand, beginnen, falsche Propaganda in den Medien zu verbreiten. Indem sie irreführende religiöse Analysen und teuflische Taktiken entwickeln, arbeiten sie daran, ihr Volk sowohl einzeln als auch gemeinsam sowie die Regierung auf der ganzen Welt zu stärken. Wahrscheinlich, sie haben sich verschworen, mehr zu zerstören, als wir uns jetzt vorstellen können. Sie tun dies, weil sie immer davon geträumt haben, uns am Leben zu erhalten. Das ist, was passiert. Aber es ist keine Zeit. Keine Zeit, es ist keine Zeit, es dir immer wieder zu sagen. Und alle seine Urteile kamen über dich und erfüllten die Erde und den Himmel. Sie warten nur auf einen Befehl, und nachdem diese Botschaft herauskommt, wird sie vom Thron des Allmächtigen Gottes kommen. Dann beginnt deine endgültige Zerstörung. Der Teufel hat die besten Besitztümer. Die heutigen Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China, Russland, Israel, Indien, die Türkei, Spanien, Kanada, Australien und so weiter, dies sind die Führer und Herrscher der armen Länder. Der Oberbefehlshaber, der Teufel, gibt den Befehl, ein anderes Pferd zu ersetzen, wenn sein Pferd seine Befehle nicht ausführt. Die Hierarchie ersetzt wiederum das müde Pferd durch ein anderes. Sie sind schnell dabei, die vorgegebene Agenda umzusetzen. Dies ist der Prozess. Bevor die TPLF erschöpft war, sie unterstützten ihn finanziell, politisch und militärisch. Geh zurück und schau dir die Zeit an, die er verbracht hat. Wenn das Volk belastet ist und sich zum Rebellen erhebt, Schiefdevil gab Amerika und England Befehle, dieses Pferd ist müde, also ändern sie es schnell, sagte er. Er sagte, die äthiopische Frage sei eine Bedrohung für mein und ihr Leben, und wir müssen sofort die Pferde wechseln. Wie Sie sehen können, war Meliszenaistekreisches Pferd schwach. Er wurde durch Oromo Pferd Abriah mit ersetzt. Der Teufel würde nicht zögern, sein Pferd zu wechseln. Aber das Problem heute ist, dass es keine Zeit gibt. Es ist vorbei. Die tausendjährige Herrschaft des dunklen Herrschers, des Herrschers der Dunkelheit, ist zu Ende gegangen. Es ist vorbei. Keine Zeit. Wie Schach ist menschliches Blut genug. Die Zeit der Herrschaft des Teufels ist vorbei, die der Herr aller Schöpfung seit tausenden von Jahren erlaubt hat. Das Urteil ist nach seinen Taten zu fällen. Keine Zeit. Gott, der gerechte Richter, schließt die Erde in sein rechtschaffenes Gericht ein. Eine Zeit des Trostes wird kommen und sie wird geboren. Diejenigen, die unterdrückt werden, die niedergeschlagen werden, die jahrelang gedemütigt werden, werden belohnt. Die Märtyrer beschlossen auch vom allmächtigen Gott, dass es eine Zeit ihrer Erinnerung sein würde. Es dauerte 15 Jahre, bis einige Buße taten, bevor es umgesetzt wurde. Aber jetzt ist es soweit. Es gibt keine andere Zeit. Es geht nur darum, im Gericht zur Hölle zu fahren. Wo ist heute die äthiopische orthodoxe Kirche in Tevado? Die Situation unserer äthiopischen orthodoxen Kirche in Tevado ist schrecklich. Die Versuchungen, denen sie ausgesetzt war, waren unerträglich. Sie ist in einem Zustand der Zerstörung. Obwohl die schlimmste Zeit in der Geschichte Äthiopiens, die Katastrophe von Imam Mehmed und Judit Gudid, Judit Gudid, war, wurde die Kirche schwer beschädigt und massakriert. Nach dem Glauben waren die Menschen stark im Glauben. Die Zerstörung wurde vom Teufel organisiert, dauerte aber nicht lange. Die Menschen, Gläubigen, schrien zum Schöpfer und Gott entfernte sich schnell. Weiße, Briten, Türken, Italiener und Protugiesen intervenierten auf die eine oder andere Weise und direkten Äthiopien. Historisch haben sie sich selbst beeinflusst und geschadet. Die heutige Kampagne ist jedoch einzigartig. Die derzeitige Zerstörung der Kirche wird durch interne und externe Kräfte verstärkt. Die Kampagne gegen die Kirche wurde offiziell gestartet, insbesondere seit der Machtübernahme des DERK. Obwohl die Kirche nicht abgerissen wurde, wurden ihre Minister nicht getötet. Der DERK wurde vom Kommunismus angeführt, der vielen jungen Menschen und der Gesellschaft Angst machte, in die Kirche oder in die Moschee zu gehen. In dem Augenblick, es war eine Zeit, in der der rote Terror eine Zeit der Panik und Angst war. Der Versuch, ruhig in die Kirche zu gehen, wurde erst nach der Gründung der Isbaku-Partei und dem Ende des inneren Kampfes des DERK und der Heile Mariam unternommen. Die Kirche war jedoch schwach im Unterrichten. Es war besonders in städtischen Gebieten prominent, weil der größte Teil des nördlichen Teils unseres Landes eine fromme orthodoxe Sekte war. Da das Land beschlagnahmt wurde, wurde das Einkommen der Kirche stark gekürzt und das gesamte Einkommen aufgebraucht. Insbesondere die Schulen für Kirchenverlagen, Abnet, wurden schwer getroffen. Unter dem Einfluss des DERK-Regimes sind in jeder Schulen, spirituelle Gelehrten-Schulen, ausgestorben. Der Prozess ging so weit, den Patriarchen unserer Kirche zu ermorden, und viele Väter wurden ausgewandert. Obwohl diese Situation erst nach dem Fall von DERK nachließ, ging der Kreuzzug gegen die Kirche weiter. Als die TPLF nach dem Fall des DERK an die Macht kam, war ihre erste Kampagne gegen die äthiopisch-Aussodoxe der VEDO-Kirche. Er intervenierte direkt in unserer Kirche, vertrieb den damaligen Patriarchen Patriarch Merkurius und ersetzte ihn durch den von der TPLF ernannten katholischen Pater Paulus. Als sie ihren Glauben verteidigen mussten, stemmten 33 Bischöfe zu und unterzeichneten den katholischen Bischof Abba Paulus. Pater Paulus beschloss bald, seine katholischen Befehle auszuführen, um die Riten der Kirche zu stürzen. Sie beschlossen, das Gesetz zu ändern, nachdem der Heilige Geist, der höchste Gott der Kirche, erscheinen würde. Das erste wahre Gesetz war die höchste Synode unserer Kirche, und der höchste Führer der Synode war Gott der Heilige Geist. Zu Beginn der Synoden-Konferenz sitzen alle Bischöfe im Kreis, ein unter 80 Bibelwirt wird auf einem hohen Tisch zwischen ihnen platziert. Wenn die Konferenz eröffnet wird, im Gebet wird Gott der Heilige Geist die Gemeinde übernehmen. Danach findet das Treffen statt. Der Patriarch, unter der Führung des Heiligen Geistes Gottes, setzt er die Entscheidungen der Synode um. Da der Patriarch gegenüber der Synode rechenschaftspflichtig ist, unterliegt seine Arbeit den Entscheidungen der Synode. Nach all dem wurde der Kanon unserer Kirche geändert und das vorherige Gesetz aufgehoben, und Abba Paulus wurde zum Führer der Synode ernannt. Dies bedeutete, dass die Synode Abba Paulus gegenüber rechenschaftspflichtig wurde. Dieser machte einen Götzenkönig. Die Kirche wurde zum Idol, weil Abba Paulus sich anstelle der Synode ordinierte. Dieses Gesetz wurde noch nicht aufgehoben und ist immer noch bei Abune Matthias. An diesem Gesetz wurden keine Änderungen vorgenommen. Unser Vater, Chefwissenschaftler Alev Damiro, in seiner Argumentation zu der Zeit, sie kämpften hart, um Abba Paulus, der die wahre Ordnung der Kirche verändert hatte, von ihren bösen Taten abzuhalten, aber die Päpste selbst unterstützten ihn nicht und er wurde aus der Kirche ausgeschlossen. Und durch ihr ruhmreiches Priestertum verurteilten sie die Kirche, den Priester, alle Minister, die den Namen der Synode anrufen, diejenigen, die den Namen Abba Paulus nennen, und die Mitglieder der Synode in seiner Liturgie und seinem Dienst. Sie haben das Richtige getan. Diese Verdammung ist nur möglich aufgehoben, wenn die Kirche den Grund erkennt. Warum Chefwissenschaftler Alev Damiro verurteilen die Kirche und umkehrt seines Fehlverhaltens? Nur so kann das Leben der Kirche wiederhergestellt werden. Anstatt diese und ähnliche Tragödien umzukehren, erhöht sie heute ihre Schuld. Heute ist die Kirche ein Zentrum der Reform, Salbung und Gnade geworden. Die meisten Prediger der Kirche sind Millionäre geworden und haben die Kirche zu einem Handelszentrum gemacht. Nicht nur das, sondern die meisten niedrigrangigen Minister der Bischöfe wurden zu Spionen der Regierung Abri Ahmed, der Ketzer, Protestanten, und der islamischen Regierung. Sie verloren durch die alte Schlange, für den Drachen, für den falschen Propheten. Sie verehrten ihn und nahmen das Zeichen. Mein Volk, die Wahrheit ist immer wahr. Davon abgesehen müssen wir diejenigen klar identifizieren, die unsere wahre Kirche ruiniert haben. Sie, die in ihren Glauben Kompromisse eingehen wollen, Zusammenarbeit mit politischen und abtrünnigen Überzeugungen, du kennst deinen Glauben nicht. Du bist ein Verräter. Wie sie sehen können, hat die Kirche keinen Hirten. Fast alle von ihnen sind selbstständig. Sie sind Abtrünniger und Ketzer geworden. Daher ist das Gericht gekommen, um diejenigen zu reinigen, die in der Kirche sitzen und den Tevedo-Glauben zerstören. Mündlich behaupten sie, ein frommer Gläubiger zu sein, aber in der Praxis sind sie gesalbt, Ketzer, Reformer, Spione. Wenn jemand seine Zunge in seine Propaganda benutzt, kann er sie unterstützen. Aber bei Gott spielt es keine Rolle, wer sie sind. Sie sind die Kinder des Teufels, und ihr Urteil wird an die Öffentlichkeit gehen. Die orthodoxe Tevedo-Kirche ist nicht nur davon betroffen, die weiße Welt setzt sich schon lange für dieses Haus der Wahrheit ein, aber es war noch nie so offen wie jetzt. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Wahrheit, die in den letzten 15 Jahren enthüllt wurde, sie auf die Probe gestellt hat. Deshalb begannen alle, die sich versteckten und heimlich die Kirche angriffen, offen zu zerstören. Die Botschaft, die mit dem Titel Äthiopien ist das Licht der Welt kam, haben wir der Öffentlichkeit die Wahrheit übermittelt, indem wir die Vorstellungskraft verwendeten, die uns der Allmächtige Gott gegeben hat. Weil ihnen eine Deckungsmethode fehlte, wir hören sie überall blind verurteilen. Unser Schöpfer, der Allmächtige Gott, ist aufgrund seines Charakters die Wahrheit. Deshalb rechtfertigt er nur die Wahrheit. Der Lügner ist der Teufel, die ehemalige Schlange, der falsche Prophet. Wie können wir sagen, dass wir Gott anbeten, wenn wir still den Abfall unserer Kirche beobachten, er zu falschem Abfall und Heresi geführt hat? Wie können wir sagen, dass wir die Wahrheit regiert haben? Daher können wir sagen, dass sie unsere Kirche aufgrund der Art und Weise und der Dinge, die sie tun, zerstört haben. Eine Institution namens Vereinigung der Heiligen oder Mabreki Dusan, die einst von guten orthodoxen Tevedo-Kindern zu einem guten Zweck gegründet wurde, hat zu dieser Zeit gute Arbeit geleistet. Aber nach und nach infiltrierten Regierungsspiele das Gebiet und verloren ihren Charakter. Wir haben gehört, dass diese Organisation sich offen gegen die Botschaften von Äthiopien, dem Licht der Welt aussprach, und dies in ihrer Fernsehsendung Mabreki Dusan von zwei interviewten Gästen. Die Gäste sind Prediger Heile Maria Mcevedo und Prediger Gebremedhin Enevu. Der Programmierer und der Interviewer gaben zwar nicht ihren Namen an, aber wir erfuhren, dass sie die Hauptorganisatorin der Veranstaltung waren. Bei diesem Ereignis, die beiden Lehrer behaupten, Experten zu sein. Wir haben gehört, dass es keine Auferstehung Äthiopiens gibt, wenn sie sagen, In der Tat haben wir gehört, dass, wenn sie sagen, wir die Bibel und die sogenannten Apokryphen Heiligen nur annehmen, sind vergeblich, wir zur Kenntnis nehmen müssen, dann wir gehört haben, sprechen sie offen, wie die Protestanten wir erkennen, wie viele Assoziationen. Kirchen und Führer der orthodoxen Thervedo-Kirche wurden verkauft, um unsere Kirche zu zerstören und in Herresie zu regieren. Diejenigen, die schwach sind, verkaufen sich jedoch an eine Koalition aus Ketzern und Islam. Sie benutzen ihre Mäntel und Turbane, um ihr Inneres selbst zu bedecken und zu behaupten, dass jeder Träger von Mäntel und Turban ein gebildeter Priester ist. Rediger Heilemariam Zervedo Die meiste Zeit verbrachte Facebook, Telegram und YouTube kritisieren auf der anderen Seite von verschiedenen Vätern. Ihm zufolge die Väter, die sprechen in der Stadt, sie kritisiert sie als Lügner. Nicht nur das, es ist egal, was die Auferstehung ist, es steht in Matthäus 24, sagte er, minus dieser Mann selbst sagte im Fernsehen, dass es nutzlos ist, alle sozialen Medien zu nutzen. Sie vergaß auch, dass der Fernseher sie sprachen darüber war elektronisch. Es ist richtig für sie, für den anderen ist es eine Lüge. Sie sind arrogant. Dann sprachen sie über die Auferstehung. Matthäus 24 sagt uns, dass das Kommen Gottes und die Zeichen eintreten, wenn der Herr zum endgültigen Gericht kommt. Sagen wir dem Meister, Matthäus 25 ist eine sehr klare Aussage darüber, aber ihre Worte haben nichts mit uns zu tun. Wir sprechen in Johannes Offenbarung über die Auferstehung Gottes auf Erden und wie wir dorthin gehen werden, indem wir die Worte von Johannes Offenbarung 16, 18, 19 in dieser Vision ausdrücken und erklären, dass Äthiopien der Anführer der Auferstehung ist. Nun, Rediger, lassen Sie mich Ihnen etwas über Kaiser der Wodrus hinzufügen. Lesen Sie Jesaja, Kapitel 49. Oh, tut mir leid, du bist ein neutestamentlicher Lehrer. Sie kennen das Alte Testament nicht. Ich glaube nicht, dass Sie den orthodoxen Thevedo kennen, der auf der Verschmelzung und Versöhnung des Alten Testaments mit dem Neuen Testament basiert. Dies macht ihre Heresie klar. Der zweite Lehrer, Gebremitin Ennevu, Sie reden über etwas Neues. Alle ihre Reden waren große Beleidigungen und Kritik. Nichts davon wurde von Gottes Wort nicht unterstützt. Sie kritisieren die Botschaften von Äthiopien, das Licht der Welt, indem sie das sagen, sie verteilen Ausweise, sie sagen, betreten sie die Arche, sie betrachten uns als Verbrecher, als dämonischen Geist. Blasphemie ist unsere Kleidung. Wir merken uns das Wort nicht. Wir leben im Glauben. Wo kennen sie uns? Welche Nachrichten von uns haben sie gelesen? Sie wissen es nicht. Das ist gut. Darüber hinaus sagten sie, dass es drei Arten von Prophezeiungen gibt. Eines ist die Informationsprophetie, die zweite Prophezeiung der Dämonen, der dritte ist die Prophezeiung des Heiligen Geistes, in jedem Fall wäre es gut für sie, uns für die Worte des Ersten und Zweiten über das Wort Gottes zu erzählen. Weder Informationen noch Dämonen, beide sind keine Prophezeiung. Sie werden Albträume genannt, denn ihre Gemeinschaft ist mit dem bösen Geist. Was die Wahrheit betrifft, die Gott durch den Heiligen Geist offenbart, in Träumen, Visionen und in vielerlei Hinsicht bietet die Dreifaltigkeit ihren Kindern spirituelle Führung. Lehre Sie sind Jugend, als ich sie sehen, sie sind nicht mehr als 30, sie sind deine Freunde. Wenn sie es wagen, ältere Väter zu kritisieren, zeigt dies, wer sie sind und welchen Hintergrund sie haben. Die Apostel selbst sind diejenigen, die das neue Testament gemacht haben, es war das Evangelium, das sie geschrieben haben, das dich dazu gebracht hat, Lehrer zu werden. Sie haben auch Matthäus 24 erwähnt, dies ist, was es sagt, setz dich in Jerusalem, bis der Herr dir den Heiligen Geist sendet. Ich werde zu meinem Vater hinauf gehen, und nachdem ich Gott den Heiligen Geist gesandt habe, wird er dich führen, dich beraten und dich lehren. Wie hat er sie geführt? Die fundamentale Grundlage des Alten Testaments, Ankündigung, dass dies eine Möglichkeit ist, zu erklären, wie man von Zeit zu Zeit beurteilt, indem man in einem Traum, einer Vision erscheint. Weißt du nicht, dass er uns hierher gebracht hat? Wie auch immer, wir gaben einen Ausweis, zu welchem Zweck haben wir gegeben? Fragen Sie diejenigen, die den Ausweis genommen haben. Aber was macht es für sie? Selbst wenn sie es wünschen, werden sie es nicht bekommen. Das Schiff des Glaubens ist die Jungfrau Maria. Die Gläubigen sind der Bräutigam der Auferstehung. Es geht nicht nur darum, das Wort zu lesen. Durch den Glauben können wir Gott gefallen. Alles klar, ihr Lehrer, die weisen Pharisäer unserer Zeit. Wohin ging der Herr, der sagte, sag nicht Meister, Meister, ich bin dein Meister. Sie Pharisäer von heute, du wirst nicht überqueren. Das Feuer, das zuerst kommt, wird diejenigen freimachen, die den Weg versperren, die zerstörerischen Hirten. Du redest besser nicht über das, was du nicht weißt. Lesen Sie das ganze Heseküe Kapitel 34 über sie. Weil du vor Gericht geschützt bist, aber wir haben Satan dein Fleisch gegeben, damit deine Seele gerettet wird. Weil du Äthiopiens Auferstehung geleugnet hast, und du wirst nicht am Vorabend ankommen. Lass dich von dieser Wahrheit erreichen. Der Tod wird dich überholen. In Summe, es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Kirche in großer Gefahr ist. Alle ihre Diener werden verurteilt, weil sie gegen das patriarchalische Gesetz verstoßen und das von Abba Paulus, dem Tyrannbischof, auferlegte Götzendienstgesetz nicht korrigiert haben. Es ist unmöglich, von ihnen gesegnet zu werden und irgendeinen Dienst zu bekommen. Derjenige, der dies tut, wird verurteilt, denn er wird an ihren Aktivitäten teilhaben. Daher ist unser Rat, geduldig auf Gottes Handeln zu warten. Während die Kirchen von Äthiopien das Licht der Welt in Zukunft immer mehr sammeln, wer akzeptierte die Verurteilung dieser und gehorchte dem Befehl, wenn sie dadurch unterschieden werden, dass der Name der Synode in keinem Kult erwähnt wird, der es ihr nicht erlaubt, sich selbst zu korrigieren, wir denken, dass es möglich ist, sie zu verwenden. Im Allgemeinen ist die Zeit nahe, Gottes Familie. Wir raten ihnen, sich nicht stören zu lassen. Eine andere Sache, die wir empfehlen, ist, dass die Kirche seit langem ein Vollstrecker der Regierungspolitik ist. Deshalb sagen wir, sie sollten nicht zuhören, wenn es eine andere Sprache für die Regierung ist. Das Größte davon, ihr Sektiertum und ihr Abfall vom Glauben stammten von, seit sie Mitglied einer Gruppe namens Union auf Religions war, die seit Abba Paulus praktiziert wird, nach dem jüngsten Ausbruch von Covid-19 laut einem gemeinsamen Fernsehgebet, das von unseren Kirchenführern geleitet wurde, sie proklamierten an ein monatiges Fasten des Gebets mit Ketzern, Katholiken und Muslimen. Also bekräftigten sie ihre Treue zum Tier, zu den Überzeugungen, die er geschaffen hatte, Heresi, Protestant und Islam. Also beteten sie an und erhielten das Mahlzeichen der alten Schlange, des Drachen und des falschen Propheten. Sie haben den Willen und die Ideen des Reiches des Teufels angewendet. Daher muss die Kirche selbst gerettet werden, aber sie kann keinen anderen Gläubigen retten und ihre Hirtenverantwortung erfüllen. Solange sie in solch einen Verrat gerät, für die Familie Gottes vertrauen wir auf die Wahrheit und den Geist, auf das ganze Herz, auf die ganze Seele, auf die Dreifaltigkeit und auf die Jungfrau Maria. Ich fordere sie auf, mit ihren Augen des Glaubens zu sehen und mit Geduld und Standhaftigkeit zuzusehen. Die grundlegenden Operationen, die ich unten beschreibe, werden stattfinden und so bald wie möglich nach Gottes Willen durchgeführt. Und Pflanzen oder Transplantation, minus wer wird entwurzelt? Ja, auf der ganzen Welt, wie sie in der Einleitung erwähnt haben. Alle, die das Zeichen der alten Schlange, des Drachen, des falschen Propheten, des Führers und aller Menschen auf allen Teilen der Erde verehren und annehmen, werden in großem Zorn, großem Feuer und großer Pest von dieser Erde weggefegt. Egal wie mächtig ein Land ist, egal wie mächtig es ist, er wird vom Feuer seine Arroganz mitgerissen. Die Länder, die behaupten, großartig zu sein, die Bosse des Teufels, die sagen, sie hätten Atomraketen und Jets, in großer Wut, dass würde die Erde noch der Himmel es jemals gesehen haben. Sie werden sich mit einem heftigen Feuer füllen und mit ihren Bürgern weggefegt werden. Wer wird gerettet? Dies erfolgt gemäß Nachricht 3, Nachricht 8 und Nachricht 5. Aus dem Zusammenbruch und der Verbrennung der äthiopisch-orthodoxen Tevedo-Kirche, es entsteht eine Situation, in der sie frei von Heresie, Katholizismus, Sicherheit, Spionage, Kaderpriestertum und ihren Zerstörern ist. Alle ihre Feinde werden von Gottes Gericht weggefegt und ins Feuer geworfen. Diener, die Gott liebt, wild und billigt, werden übernehmen. Wer wird gepflanzt? Minus ja, alle, die Gott liebt, werden auf der ganzen Welt gepflanzt. Wie sie alle wissen, werden die meisten Städte der Erde unter Verstoß gegen den Sabbat gebaut. Sie sollen den Teufel auf die eine oder andere Weise widerspiegeln. Sie werden vollständig ausgelöscht. An ihrer Stelle werden sie auf wunderbare Weise von denen wieder aufgebaut, die Gott verherrlichen, die ihre Heiligkeit bewahren, den Sabbat halten und die dem Gesetz des allmächtigen Gottes gehorchen. Zwischenverwaltungen auf allen Seiten der Welt werden unter der Schirmherrschaft der Äthiopischen gebildet. Die erste Regierungsstruktur wird in Äthiopien und den umliegenden Ländern eingerichtet. Wie in Nachricht 8 beschrieben, die Welt wird Äthiopien klar sehen, wo der allmächtige Gott und die Jungfrau Maria geert werden. Unter Äthiopien, den Licht der Welt, wird die Welt sehen, wenn Äthiopien mit seinen geliebten, auserwählten und auferstandenen Kindern hell erstrahlt. Nicht-aussodoxe religiöse Institutionen, Katholiken, Ketzer, Islamisten, Götzendienst von Chinesen und Indern und so weiter, die seit langem vom Teufel auf die Erde beschränkt sind und die Menschheit zur Hölle verbrannt haben, in großer Wut werden sie mit ihren Anhängern und ihren Dienern von der Erde weggefegt. Wie wir heute sehen können, die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Afrikanische Union, die Asiatische Union, die Lateinamerikanische Union und die Arabische Liga werden alle verschwinden. Es ist unmöglich zu sammeln, zu entscheiden oder zu sprechen. Es gibt keine Zeit zum Atmen. Es fließt unaufhaltsames Feuer. Es ist unmöglich zu reparieren, zu heilen, zu entkommen, jemandem zu helfen. Das Verborgene aufheben. Lass mich diese verborgene Zeit verbringen, es kann nicht gesagt werden. Überall, es wird nur ein schmerzhafter Tod sein. Der unsichtbare, unausgesprochene Zorn wird hier absteigen. An dieser Stelle, wer wird mit ihrem Frieden stehen? Wer kann sich bewegen? Ja, Gottes auserwähltes Volk kann nur diejenigen Personen und Länder bewegen, die von der äthiopischen Weltlichtregierung anerkannt wurden. Diejenigen, die betteln und sich ergeben, werden in Frieden leben, wie es der Allmächtige Gott erlaubt. Überlebende des Zorns werden unter der Weltlichtregierung von Äthiopien gemäß dem Gesetz der Dreifaltigkeit wieder eingesetzt. Pflanzen und Entwurzeln erfolgt während der Zerstörung. Die Welt wird in einem ständigen Feuerzustand bleiben, bis die äthiopische Weltlichtregierung in jeder Ecke der Welt eingerichtet ist. Alle Diener des Teufels, die die Erde seit tausenden von Jahren zerstört haben, werden ausgelöscht. Diejenigen, die sagen, dass es keine Auferstehung Äthiopiens gibt, mit dem Prozess, in den Tod zu gehen, sie werden sehen, wie Äthiopien in großer Herrlichkeit aufsteigt und die Erde und die Reichen in ihr Frucht und Herrlichkeit begräbt. Sie gehen in den Tod, sehen und hören. Für das Volk Gottes, Für den äthiopisch-orthodoxen Tevede-Gläubigen, werden die Leiden, die sie planten, hunderte Male für sie sein, sie gehen zu ihren Gräbern hinunter und sehen die Herrlichkeit des Volkes Gottes in ihrem Tod. Das Ereignis, das ich gerade beschrieben habe, findet jetzt statt. Mach dich nicht lange darüber lustig. Dafür gibt es keine Zeit oder keinen Ort. Die Aktion wird wirksam, sobald die Nachricht veröffentlicht wird, wie in der Entscheidung und der Bestellung angegeben. Einige sind schockiert, wenn die Aktion beginnt und sie oder wenn sich das Feuer bewegt, um sie zu verschlingen. Einige von ihnen werden sagen, ist das wahr? Wo können wir fliehen? Natürlich gibt es viele. Es hat keinen Wert. Wer ist gezwungen, nicht zurückzukehren, wenn sie durch patriarchalische Bestrafung beraten, gerügt oder bestraft werden? Dann erzähl sie deiner Weisheit, dem Griff des Teufels und den Götzen, die du in wundervollen Gebäuden untergebracht hast, um dich zu retten. So wie der Pharao vom Zorn Gottes getroffen wurde, er umarmte das Idol, das er verehrte, das sagte, rette mich. Du hast deine Ohren bedeckt. Wann haben sie die Botschaft von Äthiopien gehört? Das Licht der Welt fließt seit 15 Jahren. Eine Generation, die den Morgen auf Facebook, Telegram und YouTube verbringt. Die milliardenschwere Generation. Gibt es eine Zeit, in der die Nachrichten nicht vor ihnen lagen? Hast du sie nicht ausgelacht und dich über sie lustig gemacht? Sie sind in allen wichtigen Sprachen und im Audioformat verfügbar. Sie haben dich gebeten. Sie schrien unermüdlich. Wer wird dich retten, wenn du heute gerichtet wirst? Niemand kann dich retten, weil du gegen die Dreifaltigkeit bist. In diesem großen Zorn, Frauen, die Hosen tragen, weil sie etwas Hassvolles tun, sie werden nicht gerettet. Alle Strafen, die der Erde noch werden, sind die ersten Strafen, wie in Botschaft 3 beschrieben. Und nun, Zeichen des Beginns des zweiten Bestrafungsschritts. Beispiellose Hurrikane, Überschwemmungen, Erdrutsche, Verkehrsunfälle, Völkermord, Religionskriege, Grenzkriege, Bürgerkriege und zivile Ungehorsam wurden in erster Linie angeordnet. Die Krankheiten, die sie heute Covid-19 und Ebola nennen, insbesondere die Krankheit, die sie Coronavirus nennen, die Pest, die wir es nennen, sie haben gesehen und sehen, wie sehr es sie erschüttert hat. Dies ist nicht mehr als die Bestrafung im ersten Schritt. Nach der Veröffentlichung dieser Nachricht, das Auslöschen aller Arten von Plagen, die kommen würden, es wird voll funktionsfähig sein. Seine Kraft ist die Kraft, die die Erde oder der Himmel noch nie zuvor gesehen haben, sieben mal sieben, neunundvierzig mal, dann wirst du eine größere Zerstörung sehen. Weltweit, wenn Corona eintrifft, sperren sie sich in ein Haus ein, waschen ihre Hände mit einem Desinfektionsmittel und schützen sich. Das ist einfach. Wie sehr hast du verletzt? Sie kennen ihn, wie wir sehen können, anstatt geschockt zu deinem Schöpfer zurückzukehren. Ich habe dir den Impfstoff geliefert. Anstatt dass der Mensch zum Schöpfer zurückkehrt, sie lassen ihn immer noch wie einen Retter aussehen. Sie haben einen Kampf, um Menschen davon abzuhalten, Busse zu tun und sich an ihren Schöpfer zu wenden. Nach ihrer vorherigen Arbeit, heute sagst du, bete mich an, du sagst, ich bin deine Lösung. So wie der Pharao bist du stolz geworden. Gerade als der Tod über ganz Ägypten hinwegfegte, verhärtete der Pharao sein Herz angesichts Fehlerplagen. Als der Tod in seinem Haus im ganzen Land Ägypten regierte, wohin kann er dann gehen? Was ist mit Arroganz und Verachtung? Was ist mit Kritik? Der arrogante Pharao fiel Moses zu Füßen und sagte, bitte geh, dies wird heute geschehen. Du wirst es sehen. In jedem Land der Welt herrscht in jedem Haushalt der Tod. Niemand kann ihn aufhalten. Es wird eine Tragödie in ihrem Haus sein. Es ist schlimmer, wenn sie ausgehen. Wohin gehst du? Das wird passieren. Hinweis. Wir sind Gottes Volk. Äthiopisch die Weltlichtfamilien. Wir feiern unseren Unabhängigkeit stark ohne Sorgen oder Gedanken, weil wir von Feuer umgeben sind. Wir vertrauen der Dreifaltigkeit Ebrahams und der Jungfrau Maria, der wir vertrauen. Wir danken ihnen auch. Wir singen mit Freude, um uns zu bitten. Wie überqueren sie das Meer des Todes, das in ihrem Haus, an ihrer Tür, überall herrscht? Sie werden sehen, wie sich der Bräutigam der Auferstehung freut, den Gott liebt, rettet und verherrlicht, aber du kannst sie nicht erreichen. In der Mitte herrscht der Tod über euch alle. Das wird passieren. Was nützt ihnen die heutige Generation? Dein Silber wird dich nicht retten, dein Gebäude, deine Höhle, dein Turm, deine Wache, deine Waffe, dein Panzer, dein Jet und dein Schiff. All dies wird Staub sein. Wer wird dich retten? Ich erzähle ihnen alles, was passieren wird. Die Zeit ist gekommen. Eine Generation, die sie nicht hören. Haben wir sie bei der Vorbereitung dieser Botschaft heute noch nicht mit unseren verschiedenen Aussagen und Lehren beraten? Haben wir es dir nicht gesagt? Wenn wir unseren Kindern, unseren Zuhörern Ratschläge geben, sie, der Arrogante, vertrauten auf ihren Vater, den Deville, die alte Schlange, den falschen Propheten und verspotteten uns. Lachen sie nicht alle von Führer zu Führer, von religiösem Führer zu Gläubigen? Wenn wir sehen, dass der Tod dich bedeckt und wir uns Sorgen machen, deine Seele herauszunehmen, es ist das Ergebnis ihrer Arbeit. Mehr als überraschend, wisse, dass wir dich nicht verstehen, außer um über Gottes rechtschaffenes Gericht zu staunen. Also diejenigen, die heute vor dir gekommen sind, wir können ihnen versichern, dass sie schnell erledigt werden. Möge er dir Ausdauer geben. Was wird auf der Erde bleiben? Diejenigen, die für das menschliche Leben nützlich sind, werden bleiben, aber es darf nicht schädlich für das spirituelle Leben sein. Aber wirst sterben, indem du all deinen gespeicherten Reichtum den Menschen der Auferstehung hinterlässt. Wer ist Kaiser Tevodrus? Zu welchem Zweck wird er vom allmächtigen Gott gedacht? Wo ist es? Was wird er ausführen? Wo regiert er? Welchen Staat wird er regieren? Wer hat diese Wahrheit offenbart? Was sagten die Väter über diesen König? Durch den Fikara Jesus, durch das Buch von Gidle Fikitor, durch das Buch von Dirasana Uriel, durch die Prophezeiung von Sabela, durch das Buch Shinoda und in anderen Büchern wurde über Kaiser Tevodrus erwähnt. Es wird im Wort Gottes offenbart, dass viele noch nicht verstanden haben. Heute gibt es viele Leute auf YouTube, Facebook und anderen sozialen Medien, die auf verschiedene Weise über Kaiser Tevodrus sprechen. Auch gibt es Menschen mutig sind entgegenstellen, dass ein solcher König wird nicht kommen, sind solche, oft zu Ketzeln verheiratet. Zuerst werden wir uns die Worte des Allmächtigen Gottes im 49, Kapitel Jesajas ansehen und zum Rest der Idee kommen. Die Worte des Allmächtigen Gottes sagen Minus, Höre, o Inseln, auf mich, und hört, ihr Leute, von Weitem. Der Herr hat mich aus dem Mutterleib gerufen, aus den Eingeweiden meiner Mutter hat er meinen Namen erwähnt, und er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Im Schatten seiner Hand hat er mich versteckt und mich zu einem polierten Schaft gemacht. In seinem Köche hat er mich versteckt und sprach zu mir, Du bist mein Knecht, Israel, in dem ich verherrlicht werde. Dann sagte ich, ich habe vergebens gearbeitet, ich habe meine Kraft umsonst und vergebens ausgegeben, doch mein Urteil ist mit dem Herrn und meine Arbeit mit meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich aus dem Mutterleib geformt hat, um sein Diener zu sein, um Jakob wieder zu ihm zu bringen, obwohl Israel nicht versammelt ist, und ich werde in den Augen des Herrn herrlich sein, und mein Gott wird meine Stärke sein. Und er sagte, es ist eine leichte Sache, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs zu erwecken und die bewahrten Israels wiederherzustellen. Ich werde dich auch den Heiden zum Licht geben, damit du mein Heil bist, das Ende der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, und sein Heiliger, zu dem, den der Mensch verachtet, zu dem, den die Nation verabscheut. Zu einem Diener der Herrscher, Könige werden sehen und auferstehen. Auch Fürsten werden wegen des Herrn anbeten, das ist treu uns der Heilige Israels, und er wird dich wählen. So spricht der Herr, in einer annehmbaren Zeit habe ich dich gehört, und an einem Tag der Erlösung habe ich dir geholfen, und ich werde dich bewahren und dich für einen Bund des Volkes geben, um die Erde zu errichten, um zu erben das trostlose Erbe, damit du zu den Gefangenen sagst, geh hinaus. Zu denen, die in der Dunkelheit sind, zeigen sie sich. Sie sollen sich auf die Art und Weise ernähren, und ihre Weiden sollen sich auf allen Höhen befinden. Sie sollen weder Hunger noch dürsten, weder die Hitze noch die Sonne werden sie schlagen, denn wer sich ihre Erbarmt, wird sie führen, auch an den Wasserquellen wird er sie führen. Und ich werde alle meine Berge zu einem Weg machen, und meine Autobahnen werden erhöht werden. Siehe, diese werden von weit her kommen, und siehe, diese von Norden und von Westen, und diese aus dem Land sinnen. Sing, O Himmel, und sei fröhlich, O Erde, und bringe zum Singen aus, O Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und wird sich seiner Bedrängten erbarmen. Aber Zion sprach, der Herr hat mich verlassen, und mein Herr hat mich vergessen. Kann eine Frau ihr saugendes Kind vergessen, dass sie kein Mitleid mit dem Sohn ihres Leibes haben sollte? Ja, sie mögen vergessen, aber ich werde dich nicht vergessen. Siehe, ich habe dich auf meine Handflächen geschnitzt, deine Mauern sind ständig vor mir. Deine Kinder werden sich beeilen, deine Zerstörer und die, die dich verwüstet haben, werden von dir ausgehen. Erhebe deine Augen ringsum und siehe, alle diese versammeln sich und kommen zu dir. Wenn ich lebe, spricht der Herr, sollst du dich mit ihnen allen kleiden wie mit einem Schmuckstück und sie an dich binden, wie es eine Braut tut. Denn deine Wüste und deine verlassenen Orte und das Land deiner Zerstörung werden wegen der Bewohner auch jetzt noch zu eng sein. Und die dich verschluckt haben, werden weit weg sein. Die Kinder, die du haben sollst, nachdem du den anderen verloren hast, werden in deinen Ohren noch einmal sagen, der Ort ist zu eng für mich, gib mir Platz, damit ich wohnen kann. Dann sollst du in deinem Herzen sagen, wer hat mich diese gezeugt, als ich sah, dass ich meine Kinder verloren habe und trostlos bin, ein Gefangener und hin und her ziehe. Und wer hat diese erzogen? Siehe, ich wurde allein gelassen. Diese, wo waren sie gewesen? So spricht der Herr, Gott, siehe, ich werde meine Hand zu den Heiden erheben und dem Volk meinen Maßstab setzen, und sie werden deine Söhne in ihre Arme nehmen, und deine Töchter werden auf ihren Schultern getragen werden. Und Könige werden deine stillenden Väter sein und ihre Königinnen deine stillenden Mütter. Sie werden sich mit ihrem Gesicht zu Erde vor dir verneigen und den Staub deiner Füße auflegen. Und du sollst wissen, dass ich der Herr bin, denn sie werden sich nicht schämen, die auf mich warten. Soll die Beute von den Mächtigen genommen oder der rechtmäßige Gefangene befreit werden? Aber so spricht der Herr, sogar die Gefangenen der Mächtigen werden weggebracht, und die Beute der Schrecklichen wird befreit werden, denn ich werde mit dem streiten, der mit dir kämpft, und ich werde deine Kinder retten. Und ich werde diejenigen, die dich unterdrücken, mit ihrem eigenen Fleisch ernähren, und sie werden mit ihrem eigenen Blut betrunken sein wie mit süßen Wein. Und alles Fleisch wird wissen, dass ich, der Herr, dein Retter und dein Erlöser, der mächtige Jakobs bin. Minus in ganz Jesaja Kapitel 49 geht es um den äthiopischen Kaiser der Wodros, über die Auferstehung Äthiopiens, es erzählt uns auch von den Gedanken derer, die von ihrem Fleisch von Gott Israel genannt werden. Wir werden das Wort im Detail analysieren. In diesem Fall wird das Problem des aufrichtigen Missverständnisses gelöst. Ihre Schuld, ihr Verrat, ihre falsche Darstellung der Wahrheit, Sie werden sich schämen für den Abfall der ehemaligen Schlange, der Jünger des falschen Propheten Drachen und der Milliarden Menschen auf der Welt. Sie, die gesagt haben, ich bin gestern nicht dem Apokryphen Buch gefolgt. Sie, die sagten, es gibt keine Auferstehung Äthiopiens, wie der Prophet Daniel sagte, in den letzten Endtagen wird es viel Wissen geben. Der Mensch wird sich erheben, um die Wahrheit Gottes durch seine Weisheit zu untersuchen. Lassen Sie uns, die Diener der Dreifaltigkeit, Ihnen sagen, was Ihre schlechte Nachricht ist, denn Sie haben nicht den Glauben, die Wahrheit des Allmächtigen Gottes zu offenbaren. Eine ihrer trügerischen Sprachen sagt, dass wir nicht außerhalb der Bibel glauben. Weil Sie die Geschöpfe des falschen Propheten sind, habe ich Ihnen ein klares und eindeutiges Wort der Prophezeiung aus der Bibel gegeben, an das Sie glauben. Die Prophezeiungen der Patriarchen, die Sie abgelehnt haben, sind weiterhin gültig. Werfen wir einen Blick auf die Auswirkungen minus das Wort sagt, höre, O Inseln, auf mich, und hört, ihr Leute, von weit her. Seine Implikation ist minus, wenn sie bedeuten Länder und Regierungen. Gott sage dir, du sollst auf all Nachkommen Edems hören, die auf der ganzen Erde verstreut waren. Das Wort sagt, der Herr hat mich von Mutterleib angerufen, aus den Eingeweiden meiner Mutter hat er meinen Namen erwähnt, und er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Seine Implikation ist minus, Gott schuf jedes Geschöpf zu seiner Ehre und seinem Charakter und Leben seiner Bereitschaft, und er machte ihn überall nach seinem Schicksal. Er wird auch auf Erden wandeln, so wie das Schicksal des Allmächtigen Gottes bestimmt ist. Wenn wir geschaffen sind, wenn er uns erlaubt, uns seinem Willen zu unterwerfen und in seinem Land zu leben, hat er die Dunkelheit und das Licht vor uns gesetzt, damit wir dorthin gehen können, wo wir wollen. Wenn wir gute Entscheidungen treffen, erhalten wir einen guten Engel, der uns führt. Es ermöglicht uns zu lernen, wie Gott es will, weil wir das Gute gewählt haben. Wer nach dem Willen Gottes wandelt, wird von Gott gelehrt. Für seine Zwecke und Willen wählt Gott Menschen aus der Menschheit für seinen Dienst aus. König David wurde von Gott aus erwählt und dazu gebracht, seinen Zweck zu erfüllen. König David, der verstand, was Gottes Willen und Zweck war, sagte, als ich noch im Mutterleib war, wurde ich von ihnen bekannt, bevor ich mich aus Knochen und Blut vermischte. Gott rief ihn zu einem bestimmten Zweck aus dem Mutterleib. So wurde Gottes Wahl getroffen, bevor König David erschaffen wurde. Bevor alle Propheten und Apostel im Mutterleib vereint waren, hat er sie für seinen Plan ausgewählt. Er machte seine Auserwählten wie ein scharfes Schwert. Sie erschütterten die Welt mit ihren Worten, weil Gott der Heilige Geist ist, der in ihren Körpern, in ihren Zungen wirkt. Das Wort sagt, im Schatten seiner Hand hat er mich versteckt und mich zu einem polierten Schaft gemacht. In seinen Köche hat er mich versteckt. Seine Implikation ist minus heute hören sie Gottes Wort des Gerichts, seine Zurechtweisung durch die Botschaften von Äthiopien ist das Licht der Welt. Aber du hast mich nicht persönlich als Diener Gottes gesehen. Warum? Wenn er mich versteckt hat, bis die Stunde gekommen ist. Er hat mich seit über 15 Jahren versteckt. In diesem, sie müssen Gottes Arbeitsweise kennen. Das Wort sagt, und sprach zu mir, du bist mein Diener, Israel, indem ich verherrlicht werde. Dann sagte ich, ich habe vergebens gearbeitet. Ich habe meine Kraft umsonst und vergebens ausgegeben, doch mein Urteil ist mit dem Herrn und meine Arbeit mit meinem Gott. Seine Implikation ist minus Gott spricht klar zu wem er gewählt hat. Er sagt, du bist mein Diener. Der allmächtige Gott wird für all das Gute geehrt, das er in diesem auserwählten Gefäß getan hat. Meine Leute, ich bin wirklich überrascht, wenn ich dieses Wort sage, das Wort war in meinem Herzen. Dies ist das Wort, das ich in meinem Kopf übermittelte, ich habe vergeblich gearbeitet, ich habe meine Kraft umsonst und vergeblich ausgegeben. Doch mein Urteil ist mit Sicherheit beim Herrn und mein Werk bei meinem Gott. Als ich diese Wahrheit ausdrückte, hatte ich das Gefühl, der Schreiber des Wortes zu sein. In dieser Botschaft möchte ich nicht über mein eigenes Leben und Leiden sprechen. Wer es wissen will, kann den allmächtigen Gott fragen, wenn sie sich nicht beeilen, wird alles offenbart, sie werden es hören, weil nichts davon übrig bleibt, ins Licht zu gehen. Persönlich möchte ich nicht darüber nachdenken, woher ich komme. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich so nervös, dass ich damit nicht umgehen kann, also muss ich springen. Mein Lohn und mein Urteil sind immer noch in Gottes Händen. Wie Sie alle wissen, begann der Kampf mit dem falschen Propheten, der alten Schlange, die über die Welt herrschte und die Welt regierte, wie es ihr gefiel, in meiner Kindheit. Ohne dass ich meine Seele erkenne, wurde der Teufel versucht, mich auf so viele Arten zu zerstören. Ich habe nicht mit meinem Willen gelitten. Lass alles andere, von dem Moment an, als mir befohlen wurde, die Nachrichten an sie zu übermitteln. Es war nicht einfach, die Nachrichten während jeder Nachricht zu erreichen. Es wurde ein hoher Preis gezahlt, den ich heute nicht beschreiben werde. Die Angriffsstrategie des Teufels ist vielfältig. Obwohl wir an der Kraft Gottes vorbeigingen, waren wir sehr verletzt. Als Einzelperson und als Familie habe ich den höchsten Preis dafür bezahlt. Ich habe es mein ganzes Leben lang gegeben. Viele suchen Ruhm, Reichtum und Lob. Das ist der Wunsch des Fleisches. Aber für diejenigen, die die Wahrheit verstehen und Gott lieben, macht es keinen Sinn. Alle ihre Wünsche ruhen, wenn die Übel dieser Welt bald verschwunden sind und wenn sie zu ihren Vorfahren im Paradies gehen. In Bezug auf den Schmerz und das Leiden, das ich in meinem Leben gesehen habe, es hat mich sehr traurig gemacht, auf dieser Erde zu leben. Selbst wenn ich bleibe, kann ich dies nur für Gottes Willen, für seine Herrlichkeit, für seinen herrlichen Namen und für meinen Dienst an ihm tun. Heute lebe ich, der Sklave der Dreifaltigkeit, um ihm zu dienen, ihm zu gehorchen, seinen Willen zu tun und den Willen meiner Mutter, der Jungfrau Maria, zu tun. Sonst befriedigt nichts meine Wünsche. Ich werde meinen Lauf beenden, als ich andere Völker dazu brachte, meinen Gott anzuweten, wenn ich sehe, wann der Wille Gottes getan ist und der allmächtige Gott von allen Menschen gepriesen wurde, das ist alles meine Entschädigung. Ich habe keine Lust von dieser Welt. Ich muss mich nicht um meinen Körper kümmern. Natürlich können sie schockiert sein über das, was sie hören. Die ganze Welt wird von mir regieren, ich bin eitel, nur Müll. Ich bin am wenigsten von euch. Aber er bedeckte mich gnädig mit seiner Barmherzigkeit. Er hat meine beschämenden Sünden gedeckt. Er hat einen teuren Preis für mich bezahlt. Wieder beschloss er, mich an einen Ort zu bringen, der über der Vorstellungskraft des Gehirns liegt. Seit ich das gehört habe, ich habe viele Jahre lang stark mit dem allmächtigen Gott Jesus gestritten. Ich sagte ihm, das ist mir ein Rätsel und ich bin nichts dafür geeignet. Er sagte nein. Ich fragte auch meine Mutter, die Jungfrau Maria. Sie sagte nein. Aber weil die Zeit alles offenbart, ist es nicht besser, zu viel zu reden. Fahren wir mit dem nächsten Wort fort. Das Wort sagt, und nun, spricht der Herr, der mich aus dem Mutterleib geformt hat, um sein Diener zu sein, um Jakob wieder zu ihm zu bringen, obwohl Israel nicht versammelt ist, werde ich doch in den Augen des Herrn herrlich sein. Und mein Gott soll meine Stärke sein. Und er sagte, es ist eine leichte Sache, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs zu erwecken und die bewahrten Israels wiederherzustellen. Ich werde dich auch den Heiden zum Licht geben, damit du mein Heil bist, das Ende der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, und sein Heiliger, seine Implikation ist, wie sie sehen können, das Wort des Allmächtigen Gottes. Heute sind sie verwirrt darüber, wer König Devodrus ist. Auch, das ist die Wahrheit für diejenigen, die Nein sagen. Finden sie heraus, warum er gerufen wurde, wer ihn anrief, wer ihn ernannte. Sie alle hören, wenn unser Herr Jesus ihn ermutigt, dass es für Gott sehr leicht ist, was für ihn schwierig und tödlich ist. Das Wort geht weiter, für den, den die Nation verabscheut, für einen Diener der Herrscher werden die Könige sehen und auferstehen, und die Fristen werden auch anbeten wegen des Herrn, der treu ist, und des heiligen Israels, und er wird weltig. Seine Implikation ist, auf der ganzen Welt für diejenigen, die Sklaven der Herrscher sind, Gottes rechtschaffenes Gericht, die Wahrheit, die Gott offenbart, alle Königreiche, die dich schockieren, mit dem Prozess ihrer Zerstörung beugen sie sich bereitwillig oder unfreiwillig vor Kaiser Devodrus. Das sagt dir das Wort. Das Wort sagt, so spricht der Herr, in einer annehmbaren Zeit habe ich dich gehört, und an einem Tag der Erlösung habe ich dir geholfen, und ich werde dich bewahren und dich für einen Bund des Volkes geben, die Erde errichten, um das öde Erbe erben zu lassen, damit du zu den Gefangenen sagst, geh hinaus. Denen, die in der Dunkelheit sind, zeigt euch. Seine Implikation ist, Gott versicherte ihm, dass er seinen Diener in mitten großer Trübsal beschützt, zugehört und beschützt hatte. Hinweis. Es heißt, um die Erde zu errichten, er hat seinen Diener befohlen, wiederherzustellen, was verloren gegangen ist und was verloren gegangen ist. Andererseits sagt das Wort, damit du zu den Gefangenen sagst, geh hinaus. Denen, die in der Dunkelheit sind, zeigt euch. Semikolon Die erste Aufgabe des Königs bestand darin, diejenigen aufzudecken und einzusperren, die inhaftiert, verfolgt, vom Teufel verfolgt und wegen ihres orthodoxen Derwede Glaubens verfolgt worden waren. Gott sagt dann, gib dir einen Wunsch des Volkes. Also hat Gott den König seinem Volk gegeben, so wie er es versprochen hat. Das Wort sagt, sie werden sich auf die Art und Weise ernähren, und ihre Weiden werden sich auf allen. Sie sollen weder Hunger noch dürsten, weder die Hitze noch die Sonne werden sie schlagen, denn wer sich ihre erbarmt, wird sie führen, auch an den Wasserquellen wird er sie führen. Und ich werde alle meine Berge zu einem Weg machen. Seine Implikation ist, er sagt uns, dass er in den kommenden guten Zeiten, in der Auferstehung, sein Volk durch seine Diener führen wird, und er wird bei ihnen sein und Hindernisse beseitigen. Niemand ist größer als ein Berg. Der allmächtige Gott hat versprochen, dass er alles entfernen und seinen Weg gehen wird. Die falschen Überzeugungen der Kräfte der heutigen Bergregierungen werden ausgerottet. Das ist die Wahrheit. Das Wort sagt, und meine Autobahnen werden erhöht werden. Seine Implikation ist, alle gerechten Urteile Gottes für alle, die zu dieser Zeit zu seiner Auferstehung berufen wurden, alle Wege führen zu Frieden, Segen, Liebe, Freude. Gott wird mit einem ganzen Herzen, einem ganzen Verstand, einer ganzen Seele verehrt. Es wird eine herrliche, erhabene Zeit des Lichts sein. Das Wort sagt, siehe, diese werden von weit her kommen, und siehe, diese von Norden und von Westen, und diese aus dem Land sinnen. Sing, O Himmel, und sei fröhlich, O Erde, und bringe zum Singen aus, O Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und wird sich seiner Bedrängten erbarmen. Seine Implikation ist, in den kommenden Tagen, in der Auferstehung, werden sie nach Äthiopien kommen, um sich aus allen Teilen der Erde zu trösten. Gott tröstet alle, die vor dem Zorn Gottes gerettet sind. Weil er seinem Volk Barmherzigkeit erwiesen hat, der Himmel und die Erde und die Königreiche werden wegen des gerechten Gerichts Gottes vor Freude schreien. Das wird passieren. Das Wort sagt, aber Zion sagte, der Herr hat mich verlassen, und mein Herr hat mich vergessen. Kann eine Frau ihr saugendes Kind vergessen, dass sie kein Mitleid mit dem Sohn ihres Leibes haben sollte? Ja, sie mögen vergessen, aber ich werde dich nicht vergessen. Siehe, ich habe dich auf meine Handflächen geschnitzt. Deine Mauern sind ständig vor mir. Deine Kinder werden sich beeilen, deine Zerstörer und die, die dich verwüstet haben, werden von dir ausgehen. Seine Implikation ist, dieses Wort spricht für diejenigen, die von ihrem Fleisch Israel genannt werden. In der kommenden Auferstehung Israel, wie in der Botschaft 3 beschrieben, sie hat das Recht auf Selbstverwaltung unter der Äthiopier Weltleid Government. Ergreife ihr Volk, das seinem Zorn entkommen ist, als jüngere äthiopische Schwester wird sie von der spirituellen Leitung der äthiopisch-Orzodoxen Tewedo-Spiritual-Administration getrostet. Gott über die frühen Propheten, Apostel und für ihr Leben, das sie für ihn bezahlt haben. Sie wurden von Gott als sein Volk geboren und geliebt. Auch wenn sie ihn leugnen, obwohl sie ihn in einem großen Abfall zu Tode verraten haben, bereuen sie es immer noch nicht. Aber als der Allmächtige Gott in der letzten Stunde die Welt besuchte, hatte er Mitleid mit seinem Volk. Er erinnerte sich an die frühen Tage Ebrahems, Isaks, Jakobs, der Grunderväter von Moses, Elia und David. So bekam Israel seine Chance. Das Wort sagt, erhebe deine Augen ringsum und siehe, all diese versammeln sich und kommen zu dir. Wenn ich lebe, spricht der Herr, sollst du dich mit ihnen allen kleiden wie mit einem Schmuckstück und sie an dich binden, wie es eine Braut tut. Denn deine Wüste und deine verlassenen Orte und das Land deiner Zerstörung werden wegen der Bewohner auch jetzt noch zu eng sein. Und die dich verschluckt haben, werden weit weg sein. Die Kinder, die du haben sollst, nachdem du den anderen verloren hast, werden in deinen Ohren noch einmal sagen, der Ort ist zu eng für mich, gib mir Platz, damit ich wohnen kann. Dann sollst du in deinem Herzen sagen, wer hat mich diese gezeugt, als ich sah, dass ich meine Kinder verloren habe und verlassen bin, ein Gefangener, und hin und her ziehe. Und wer hat diese angesprochen? Siehe, ich wurde allein gelassen. Diese, wo waren sie gewesen? Seine Implikation ist, Gott ist fest und vertraut auf sein Wort. Wenn Gott an Äthiopien erinnert, es wird in seiner Gesamtheit repariert. Wenn der Allmächtige Gott an Äthiopien erinnert, wird er all ihre Dinge wiederherstellen, die verloren und verzweifelt sind, dass sie verfolgt wurde. Alle Verwüstung wird gedeihen. Äthiopien wird der Trost der ganzen Erde sein. So sehr ihr Land voll ist, wird sie die Bräutigam der Auferstehung sein. Sein Territorium wird riesig sein. Verzweifeltes Äthiopien. Menschen aus der ganzen Welt werden wieder aus dem orthodoxen Thewede Glauben geboren. Sie werden wie Schmuck für sie herrlich sein. Das Wort sagt, so spricht der Herr, Gott, siehe, ich werde meine Hand zu den Heiden erheben und dem Volk meinen Maßstab setzen, und sie werden deine Söhne in ihre Arme bringen, und deine Töchter werden es seine auf ihren Schultern getragen. Und Könige werden deine stillenden Väter sein und ihre Königinnen deine stillenden Mütter. Sie werden sich mit ihrem Gesicht zur Erde vor dir verneigen und den Staub deiner Füße auflegen. Und du sollst wissen, dass ich der Herr bin. Seine Implikation ist, wenn Gott sagt, ich werde meine Hand zu den Nationen erheben, werde ich meine Absicht gegen mein Volk setzen. In guter Zeit, während der Reparaturzeit, es zeigt an, dass die Heiden zur Wahrheit gerufen werden und dass Gott sie in das Land rufen wird, in dem seine Offenbarung geerbt wird, Äthiopien. Das Wort sagt, denn sie werden sich nicht schämen, die auf mich warten. Seine Implikation ist, diejenigen, die auf mich warten, werden sich nicht schämen. Verstehst du wirklich die Implikationen dieses Wortes? Ja. Ich glaube, dass eine Person mit gutem Gewissen es bemerken wird. Äthiopien ist ein Land des orthodoxen Glaubens von Tevedo, ein Land, das von Gott geliebt wird. Ein Land, in dem Menschen mit starkem Glauben leben. Für eine lange Zeit, sie hatte hoffnungsvoll auf ihren Erlöser Jesus und ihre Mutter gewartet, als den Bund, der ihr gegeben worden war. Väter und Mütter, sie geerbt diese Wahrheit für ihre Kinder, und sie begrüßten es mit Hoffnung und gingen in den Himmel. Familien Gottes, Kinder der Jungfrau Maria, der große Prophet Säsar ja lebte vor der Geburt unseres Herrn. Das große Versprechen Äthiopiens, die große Hoffnung für die Zukunft, wurde ihm vom allmächtigen Gott offenbart, der diesen Bund in seinem prophetischen Buch festgehalten hatte. Als die Zeit gekommen war, kam Gott und enthüllte sein Wort und Geheimnis. Dass Äthiopien ein Land der Verheißung ist, sehr wenige Menschen, die an diese Wahrheit glaubten und sie verstanden, warteten ohne Verzweiflung. Sie standen mit voller Glauben, dass Gott macht es einen Tag passieren. Auch wir, die Boten, haben uns darauf gefreut. Gott, der Allmächtige, enttäuscht diejenigen nicht, die auf ihn vertrauen. Das ist die Wahrheit. Dies ist die Hoffnung, die ich Ihnen heute erzähle, du hast es erreicht. Diejenigen, die Gott nicht glauben und verachten, die Gott sagen, können nicht urteilen und retten, Sie werden ihn sehen, wenn er sie mit seinem gerechten Urteil wegfegte. Weil, sie verspotteten das Wort, sie haben die Wahrheit an Lügen verwandelt. Sie glaubten an falsche Überzeugungen, sie haben diejenigen zerstört, die wirklich stehen, sie haben sich vor dem Teufel, dem Drachen und dem falschen Propheten verbeugt. Sie haben die in Johannes Offenbarung 20 offenbarte Wahrheit abgelehnt. Sie haben das wahre Volk herausgefordert und verfolgt. Sie haben sich mutig gegen die Botschaft von Äthiopien, dem Licht der Welt ausgesprochen. Die Äthiopiens Hoffnung zum Ausdruck gebracht hat. Heute, das vollständige Kapitel von Jesaja 49, wie oben beschrieben, wie kannst du das leugnen, weil sie immer die Kinder des falschen Teufels sind und versuchen können, eine Sünde zu begehen, weil sie ein Lügner sind. Aber ich möchte Ihnen versichern, dass eines, Minus, es ist keine Zeit, es ist vorbei. Du bist spät. Jetzt ist alles vor dir geladen. Es gibt keinen Angang. Es gibt kein Versteck. Es ist vorbei. Das Wort sagt, soll die Beute von den Mächtigen genommen oder der rechtmäßige Gefangene befreit werden? Aber so spricht der Herr. Sogar die Gefangenen der Mächtigen werden weggebracht, und die Beute der Schrecklichen wird befreit werden, denn ich werde mit dem streiten, der mit dir kämpft, und ich werde deine Kinder retten. Und ich werde diejenigen, die dich unterdrücken, mit ihrem eigenen Fleisch ernähren, und sie werden mit ihrem eigenen Blut betrunken sein, wie mit süßem Wein. Und alles Fleisch wird wissen, dass ich, der Herr, dein Retter und dein Erlöser, der mächtige Jakobs bin. Seine Implikation ist, weil die Welt heute voller Stolz ist, hört sie nicht zu. Selbst wenn andere, die besser von uns sind, reden, werden sie nicht zuhören, weil sie mächtig sind. Wird ein armes Land den Vereinigten Staaten, Russland oder dem Vereinigten Königreich nehmen, was es will? Undenkbar. Wir können uns kein Land der dritten Welt vorstellen, ein afrikanisches Land, das sagt, Ich werde gegen Europa und gegen alle Supermächte kämpfen. Aber es ist klar, dass diese Wahrheit von allen modernen Menschen geglaubt wird. Seien Sie überrascht, diese Wahrheit wird sich umkehren. Wie kann das sein? Ja, kann es. Für diejenigen, die sagen, dass es nicht geht, denn es ist mit Gott möglich. Beachten Sie, dass die Gefangenen der Mächtigen weggebracht werden. Sie werden frei von der Hand der Supermächte sein. Die Gefangenen, die sich im von Prisonit dem Tyrann in dieser Zeit wird entkommen. Das ist die Wahrheit. Meine Leute, passt auf. Sie werden die Wahrheit vor sich in Aktion sehen. Alle Führer des Tages, die das Wort Gottes scherzten, werden vom Feuer verzehrt. Die Supermächte der Welt, du wirst diejenigen, die du auf Erden quälst, unfreiwillig loslassen. Wenn sie vom Feuer verzehrt werden, wenn sie um den Tod bitten, dann tun sie mehr, als von ihnen verlangt wird. Vor Gottes geliebtem Äthiopien wirst du abgestorbt sein. Du wirst verachtet und gedemütigt werden. Was auch immer sie sich verlassen, alles, was die Quelle ihres Stolzes ist, wird sofort wie rau vor ihnen sein, weil sie mit Äthiopien Krieg führen. Dieser Akt ist ein Konflikt mit Gott. Das Wort des Gerichts, das die Schwere ihres Leidens beschreibt, wird dein Fleisch essen und dein Blut wie Wein trinken. Auf diese Weise wird alles Fleisches sehen. Sie wissen dann, dass die äthiopische Medizin der allmächtige Gott ist. Meine Leute, Jesajas Prophezeiung macht sehr deutlich über Kaiser der Wodros, wie die Auferstehung Äthiopiens aussehen wird und wie sie stattfinden wird. Und es steht vor ihrer Tür, um aufzutreten. Nachdem diese Botschaft veröffentlicht wurde, befiehlt der allmächtige Gott, dass alle Maßnahmen ergriffen werden müssen. Zu dieser Zeit, wenn wir heute sind, wenn die Erde morgens und abends durch Lüge erschüttert wird, zu einer Zeit, als jung und alt vom Fernsehen abhängig waren. Eine der aktuellen Ausgaben für soziale Medien Minus Jotop, Facebook und so weiter gleichzeitig war die Frage der Abreise und Ankunft von Kaiser der Wodros ein wichtiges Thema. Einige sind angesichts der gegenwärtigen Situation und der globalen Turbulenzen gegen die Auferstehung Äthiopiens, einige widersprechen dem Wort der Prophezeiung und versuchen, den Herrschern des Tages zu gefallen. Einige versuchen sogar, viel Geld mit Jotop zu verdienen, indem sie etwas Neues anbieten. Die meisten von ihnen sind dem Teufel gehorsam, weil sie von ihrem Herrn hörten, dass ihre Erfüllung kommen würde, sie versuchen sehr, die Menschen davon abzuhalten, die Wahrheit zu hören und sie in die Irre zu führen. So wie sie sagen, der König ist hier, unter Berufung auf verschiedene Prophezeiungsbücher, es gibt so viele Seiten, die über sein Herkunftsland, sein Ziel, seinen Geburtsort sprechen. Wie sie sagten, beziehen sich viele auf das Buch Fikara Iesus, das in England gefunden wurde, sie verwirren die Menschen und interpretieren sie nach Belieben, weil Reden Nahrung für den modernen Menschen ist. Er hört Lügen, vermischt mit ein paar Wahrheiten, und hört, ohne alles zu wählen. So verwirrte er, abtrünnige moderne Herrscher und Regierungen sowie abtrünnige Überzeugungen des falschen Propheten des Teufels, sie versuchen, diese Wahrheit zu verzerren, zu übertreiben und falsch darzustellen. Die gefürchtete Welt und auch der Fahrer von ihnen, der Teufel, die ehemalige Schlange, der Drache und der falsche Prophet sind sich dieser Tatsache bewusst. Sie verstehen die Wahrheit. Hinweis, sie sind die Herrscher und Machthaber, den der Teufel haben auf Erden, die der Teufel Gott verworfen haben, der der Teufel das Reich des Allmächtigen Gottes stürzen wollen, und die gekämpft haben, um diesen Traum war. Sie kämpfen also immer noch. Es gibt keinen Platz im Himmel für sie. Sie werden besiegt und eingewickelt und zu Boden geworfen. Heute steht ihre irdische Festung kurz vor dem Zusammenbruch. Gott wird im Land von seinen treuen Dienern verherrlicht. Hier sehen wir ihnen einen heftigen Kampf verwickelt, weil diese Wahrheit gleich verschluckt wird. Es muss sein. Aber sie wollen nicht, dass dies passiert, weil es das Ende ihrer Existenz ist. Nicht nur das, denn diejenigen, die nicht glauben, kämpfen gegen Gott, der uns und sie geschaffen hat. Kein Wunder, wenn sie vom Schock überwältigt sind, denn Gott wird in ihrem Land verherrlicht werden. Diese Wahrheit wird die Erde erleuchten, die in der Dunkelheit war. Der Herr aller Schöpfung sollte in seinem gerechten Gericht auf Erden und dem Himmel verherrlicht werden. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Also, wenn Kaiser der Wodrus durch die Kraft Gottes gesalbt wird, wie wird der Herrscher dieser Dunkelheit ihn empfangen? Der Kaiser weiß auch, dass sie ihn nicht mit einer glücklichen Zeremonie annehmen werden. Welche Gemeinschaft haben Dunkelheit und Licht? Der König kam, um den Willen des Gottes zu erfüllen, der ihn erschaffen hatte, um über alle Dinge auf Erden für den herrlichen Namen Gottes zu wachen. Wenn sie es also zerstören wollen, muss es für sie sein. Wie auch immer, ihr Kampf ist nicht einfach. Der Weisheit des Teufels hat nicht weggenommen. Es ist klar, dass er viele Pläne entwickelt hat, um sie zu zerstören. Seien sie also nicht überrascht über das Chaos. Wenn die Wahrheit Gottes offenbart wird, haben alle Mächte der Dunkelheit keinen Platz und kein Ende, und der Feind ist sehr verstört. Meine Leute, was weiß ein Mensch im Dunkeln, wenn andere tun, was sie von ihm wollen? Er weiß nichts. Sie machen, was sie wollen. Das ist die Wahrheit. Wie sie heute sehen können, hat der Teufel die Welt vollständig verdunkelt und in ein Meer der Sünde getaucht. Völkermord, Krieg, Grenzkrieg, Sektierertum, Krieg in der Religion. Wie jeder weiß, kämpft die Welt gegeneinander, indem sie nach dem Plan des Teufels in zwei Teile geteilt wird. Weil sie seinem Willen unterliegen, gehorchen sie seinen Befehlen. Der Wunsch aller Regierungen ist, dass sich der Demokratie, Satans Gerechtigkeit, mehr Frieden und Wohlstand bringe. Ihre Methode ist besser, nein, das ist besser, weil sie auf diese Weise vom Teufel organisiert werden, sie haben hier erreicht, indem sie seit die tausenden von Jahren gegeneinander gekämpft haben. Das Traumleben des Teufels ist geschmückt, als er die Welt düster machte. Sein Traum ist wahr geworden und treibt Milliarden an. Wenn der Mensch seinen Schöpfer kennt, wenn er nach seinem Willen wandelt, wenn er seine Gebote liebt und befolgt, dann ist er in die Welt des Lichts eingetreten. Wenn er Gottes Willen verstand, wenn er weiß, was er durch das Leben daran gewinnen wird, ist er wirklich froh, dass er zum Licht der Zukunft gelangt, und er wird getröstet werden, er wird der Erbe des Königreichs sein und für den Segen der Erde und der kommenden Welt. In diesem Wissen wird der Teufel härter gekämpft, um dies zu verhindern. Auch er tut es jetzt. Rebellion ist weit verbreitet. Heute stirbt die Menschheit wie ein Blatt. Menschliches Blut fließt nach dem Plan des Teufels wie ein Strom. Es gibt keine Unterbrechung. Wie viel unschuldiges Blut wurde in unserem Land vergossen? Wie viele arme Menschen sind gestorben? Wie viele Häuser wurden zerstört? Wie viele starben an Hunger und Krieg? Wie viele wurden von ihrem Samen getötet? Wie viele seiner Terredo-Überzeugungen wurden niedergeschlagen? Siehst du es nicht klar? Kannst du nicht sehen, was die äthiopische Regierung, die von der alten Schlange, dem Drachen, dem falschen Propheten regiert wird, tut, um die Wünsche des Teufels zu befriedigen und den Weg der Wahrheit zu zerstören? Schamlose Regierung. Er akzeptierte Betrug, Täuschung und Taktik. Wie gute Kenntnisse. Seine Mundbutter, sein Herzmesser solch ein Anführer. Der Teufel, der uns zerstören will, hat uns gepflanzt. Wie viele arme Äthiopier starben aufgrund ihrer Rasse? Wie viele der Terredo-Glaubenssätze wurden zerstört? Wie viele unserer Kirchen wurden zerstört und verbrannt? Wie viele wurden verfolgt? Wie viele wurden arabische Spielzeuge? Wie viele Anstrengungen wurden unternommen, um unser Land zu zerstören? Warum ist Äthiopien zum Zentrum aller Zerstörung geworden? Es ist klar und eindeutig, die alte Schlange, die Drache, der falsche Prophet, die Betrüger, die ihre Träume beschleunigen und rennen, weil die Sklaven der Dreifaltigkeit, die Gott ermächtigt hat, aus Äthiopien auferstehen werden, dass das Erbe der Jungfrau Maria ist. Der Tod unseres Feindes wurde auch aus diesem viel gehassten Äthiopien angekündigt. Äthiopien wird von Gott geliebt und auserwählt. Ihr ganzes Leben lang hat sie ihren Gott geehrt, ein Volk, das diese Anbetung von ganzem Herzen praktiziert. Es ist immer noch da. Diese Wahrheit, dieses Licht, erließ den Teufel sein Todesurteil tragen. Äthiopien ist ein Land, in dem die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit offenbart und gelobt wird. Was meinen wir damit? Ja, der Dreieinige Gott, der Schöpfer aller Schöpfung, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer des Sichtbaren und des Unsichtbaren, der Schöpfer der Erde und der Himmel, der Herr, der uns liebte und uns nach seinem Bild schuf, die ganze Schöpfung im Himmel lobt ihn fortwährend. Tag und Nacht sollte die Erde ihn preisen. Wenn alle Kreaturen über ihn ihn preisen, hat nur der Mensch rebelliert. Das heißt, weil der Teufel, der seine Herrlichkeit im Himmel warf, auf die Erde geworfen wurde, anstatt diesen rebellischen Feind zu leugnen und zu verurteilen. Er lehnte den Schöpfer ab und wurde ein Gegenstand des Teufels. Semikolan, ein starkes Urteilsvermögen ist an seiner Tür angekommen, weil er nicht auf Ratschläge oder zu Rechtweisungen gehört hat. Nachdem dies geschehen ist, herrscht unser der Wede Glaube vor und scheint wie die Sonne. Die Welt, in der die Dreifaltigkeit Ebrahems, unserer jungfreundlichen Mutter, unserer heiligen Väter, unserer Mütter, der Märtyrer gepriesen wird, wird geschaffen. Gott der Heilige Geist wird sein Führer sein. Wie ein unendlicher Strom wird der Name des Allmächtigen Gottes Tag und Nacht gepriesen. Die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit wird auch die Erde bedecken. Alle seine Diener, die er liebte, werden in weiße Gewänder gekleidet und mit ihm verherrlicht. Das wird passieren. Deshalb erwähnen wir das obige Wort zunächst oft. Äthiopien ist das Erbe der Jungfrau Maria. Ja, heilige Mutter, und ihre Herrlichkeit hoch im Himmel. Mutter unseres Erlösers Jesus, Königin, und die Königin der Erde, auch Gott hat seinem geliebten Äthiopien als Erbschaftsausdruck gegeben. Äthiopien ist auch das Land, in dem die Herrlichkeit der Jungfrau Maria offenbart und gelobt wird. Es zeigt deutlich, dass die ganze Welt ohne die Fürsprache und Mutterschaft der Jungfrau Maria nicht gerettet werden kann. Dass die Dreifaltigkeit durch die liebevolle Fürsprache der Jungfrau Maria Segen, Barmherzigkeit, Gesundheit und Langlebigkeit verlieh. Eine Generation, die das wusste, diese siegreiche Generation ist auch patriotisch gegenüber der Weder und nennt sie meine Mutter, er ist sich ihrer Würde bewusst. Die obige Aussage versichert uns dies. Äthiopien ist das Licht der Welt. Ja, ist sie. Die ganze Welt verachtete sie. Sie haben den orthodoxen der Weder verachtet. Der vertrauenswürdige Glaube für ihren Gott, die Apostel und Propheten zerdrückten ihre Knochen und vergossen ihr Blut für sie. Der Glaube, den der allmächtige Gott liebte und respektierte, du hast der Weder gehasst und gegen sie gekämpft. Obwohl unser Feind, der Teufel, die ganze Welt kontrolliert, konnten sie Äthiopien nicht zerstören. Also stand sie fest an der Tür, die du verbrannt hast, vertraute auf ihren Gott und siegte die ganze Zeit. Die ganze Welt wurde als Gefangenschaft gegeben. Nach meinem Verständnis ist es 15 Jahre her, dass der allmächtige Gott Äthiopien zum Licht der Welt gewählt hat. Deshalb machen wir diese Wahrheit in all unseren Handlungen immer bekannt. Äthiopien ist der Herrscher der Welt. Ja, ist sie. Der Gewinner ist die äthiopisch-orthodoxe der Weder-Kirche. Mein Volk, Gott hat diese Erde geschafft. Damit wir als Gast leben können. Äthiopien lebte in und vertraute auf die Verordnungen und Gesetze Gottes. Sie ist im Schatten des Todes gegangen. Aus diesem Grund wurde sie vom allmächtigen Gott gelebt, geerbt und belohnt. Die ganze Welt hat ihr also als Gefangene gegeben. Äthiopien wird die Welt durch die Äthiopier Weltleit-Government regieren, indem es Äthiopien zu seinem Zentrum macht. Die oben beschriebene Wahrheit wird über den Gräbern des Teufels und seiner Sklaven wahr werden. Aus diesem Grund, der Teufel war aufgeregt, weil er bestätigte, dass diese Wahrheit wahr ist. Das ist ein Muss. Es muss getan werden. Es wird geschehen, denn es ist die Wahrheit Gottes. Es muss also sein, dass der Teufel und seine Ehebrecherin zu ihrem Grab gehen und Gottes Volk triumphierend in die Welt der Auferstehung eintreten wird. Um dies zu vermeiden, der Teufel, die Überzeugungen, die er im Abfall vom Glauben aufgebaut hat, Ketzer, Katholiken, Muslime, Gelehrte, asiatische Agans und so weiter, es brachte sie alle dazu, zu leugnen, und benutzt diese viele andere Methoden. Es gibt niemanden auf der Erde, der seine Seele nicht um seiner Nahrung willen, um des Teufels willen verkauft. Der größte Teil der Welt wird verkauft. Er gehorchte dem Teufel, weil sein Leben voll ist und er muss das tun. So hat Gott seine Diener auf Erden ausgewählt, geerbt und gesalbt, um seinen Willen und seine Gebote zu erfüllen. Die besten Gegenstände, die für diesen Zweck ausgewählt wurden, wissen dies und setzten sich an ihre Stelle. Sie warten auf seinen Befehl. Wie ihr alle wisst, unser Retter Jesus sagte zu den Aposteln, bis du Macht erhältst, darfst du Jerusalem nicht verlassen, du musst die Macht tragen. Ich werde dir den Heiligen Geist, den Tröster, senden. Sie alle müssen wissen, dass Gesalbte und Ordenierte den Ergottes immer noch auf diesen Befehl warten. Sie sollten wissen, dass es unter Kaiser der Vodrus 39 Könige gibt. Sie sollten wissen, dass es neben ihnen auch hierarchisch diejenigen gibt, die in den Rang eines Prinzen und Fürsten berufen wurden. Mindestens 300 Väter wurden gewählt, um die äthiopische orthodoxe Kirche in Tevedo zu leiten. Sie werden vom ersten Vater geführt. Sie sind vorbereitet und sitzen an ihrer Stelle, bis sie das herrliche Priestertum und die Macht als Apostel erhalten haben. Die Welt muss es wissen. Diejenigen, die zur Auferstehung gehen werden, müssen sie verstehen. Passt auf. Die Wahrheit ist, es sieht so aus. Besonders die Familie Gottes, gelebt, zur Zeit der Auferstehung gekreuzt zu werden. Du hast Glück, also sei geduldig. Lassen Sie sich nicht irreführen, wenn Sie dem ständigen Klatsch des Teufels lauschen. Und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Ihnen geboten wird. Verschüttetes Wasser kann nicht gesammelt werden, also noch einmal, ich rate Ihnen, vorsichtig zu sein. Nachdem Sie zur Auferstehung übergegangen sind, die Erde wird geheilt. Unsere gemaderten Väter und Mütter werden durch ihre Kinder regieren. Während Sie im Paradies sind, sehen Sie die ganze Aktion. Sie werden sich über die Gerechtigkeit Ihres Gottes, des treuen Richters, freuen und ihn preisen. Der Allmächtige Gott wird geehrt, er wird regieren und seine Diener werden ihn kleiden. Sie tragen es in Ihren Herzen und Gedanken. Gott führt sie, weil der Heilige Geist in Ihren Herzen ist. Er führt sie zu aller Wahrheit. In keinem der Löcher der Erde wird es teuflische Handlungen geben, es wird entwurzelt und weggeworfen. In jedem Aspekt der Erde wird Gott ständig gelobt. Er wird angebetet. Er wird geehrt. Die Jungfrau Maria, die Heiligen Erzengel, die Heiligen Märtyrer, die Mütter der edlen Väter werden immer gelobt. Mein Volk, diese Wahrheit ist gekommen. Wohin geht der Teufel? Wohin geht er, wenn er diese schlimmsten Nachrichten hört? Familien Gottes, mein Volk, das Fest mit deinem Bund aufgestanden ist. Es waren viele Fragen zur Identität von Kaiser der Wodrus aufgeworfen worden. Die Geschichte wird von vielen Schriftstellern verzerrt. Dies wird durch die Instrumente des Feindes, des Teufels, erreicht. Es ist seine Aufgabe, das Vertrauen zu zerstören und die Herzen der Menschen mit Zweifeln zu füllen. Auf diese Weise, außer wie in diesem Artikel zu diesem Zeitpunkt beschrieben, niemand kann mit Sicherheit sagen, dass Kaiser der Wodrus hier ist. Es sei denn, einer unserer Brüder der Klecki Dan, der über ihn sagte. Der Klecki Dan sagte, er herbe König der Wodrus am Vorabend des 21. November persönlich in der Zion Mariam Kirche in der Axumption Mariam Kirche gesehen. Im Jahr 2003 äthiopischen Kalender, ja, er ist der Einzige, der mich gesehen hat. Viele sprechen wegen ihrer Aufrichtigkeit oder aus Neugier übertrieben über ihn. Neben den Menschen gibt es diejenigen, die ihn wie Engel gemacht haben. Meine Völker, Moses, Elia, David und andere waren Menschen. Aber Gott regierte in ihrem Leben. Sie alle wissen, was er mit ihnen gemacht hat. Heute bedeutet es immer noch, dass diejenigen, die Gott liebt und ernennt, seinen Willen tun werden. Gott hat seine treuen Diener im Laufe der Jahrhunderte auferweckt. Apostel, Propheten, Märtyrer stehen respektvoll für die Wahrheit und sind mit Ruhm vergangen. Sie bekämpften den Feind mit ihrer geistigen Kraft. Sie haben ihre Spuren ihres Kampfes für uns hinterlassen. Heute, wie sieht dieses Alter aus? Ja, die Erde hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Sie machte Fortschritte in ihre Zivilisation. Die Erde ist ein Dorf geworden. Es gibt zu viel Wissen. Unser Planet ist voll mit Gebäuden, Autos und Flugzeugen. Sie wächst im Kommunikationsnetz. Sie wird auch mit ihrer Behandlung modernisiert. Die Erde wurde verengt und sie erkundet das Weltraumuniversum. Die Quelle des Wissens und der Weisheit, die sie für all diese Aktivitäten verwendete, war Gott, der es bereits der Menschheit gegeben hatte. Die Dreifaltigkeit ärgert sich nicht über die guten Dinge, die der Mensch getan hat. Aber während der Schöpfer alle Dinge es verdient, gelobt und verherrlicht zu werden, leugnete ihn der Mann, der ihn nach seinem Bild geschaffen hatte. Er verirrte die Kreatur, den Teufel. Er tadelte ihn und berät ihn. Als der allmächtige Gott von Anfang an das Gesetz gab, warnte er den Menschen, indem er sagte, vergiss mich nicht und geh nicht zu Götzen. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Vorsicht! Geh nicht in die Irre. Er hatte, um dies nichts zu vergessen und zu verlieren, hat Gott den Menschen immer von seinen treuen Dienern getadelt, die ihn lieben und ihm gehorchen. Diese treuen Diener werden vom allmächtigen Gott in verschiedenen Zeitaltern ausgewählt. Er rief zur Umkehr auf, aber, wie man sehen kann, hat niemand nicht hören. Der menschliche Stolz wurde als Abfall vom Glauben. Aufgrund seines Wissens, seines Reichtums, seiner technologischen Errungenschaften, seiner modernen Ausrüstung, seines Hauses, seines Computers, seines Autos, des Komforts, den er für seinen Körper baute, des Satelliten, den er am Himmel hing, des Jets, des Schiffes, der Waffe, der Panzer, das Flugzeug, weil all dies die Welt zu einem Dorf machte, er sagte einfach, es gibt keinen Gott. Ich kenne ihn nicht. Die Erde ist ruiniert. Sie haben eine Handlung begangen, die nicht menschlich ist, jede Handlung, die Gott verurteilt, Sodomize, Homosexualität, Ehebruch haben die Welt erfüllt. All dies summiert sich, der Traum des Teufels, der Gott leugnete, übernahm den Platz der Menschen. Gott wurde vergessen. Stattdessen regierte der Teufel, der Herrscher der Dunkelheit, in den Herzen und Gedanken der Menschen. Gott wurde verachtet, abgelehnt und gehasst. Derjenige, der Gottes Namen ruft, ist fast ausgestorben. Während des gesamten menschlichen Lebens wurden der Drache, die alte Schlange und der falsche Prophet gelebt, angehört und verehrt. Und ihr Zeichen ist auf alle geworden. Die Dreifaltigkeit Ebrahams, der das alles sieht. Alle müssen wissen, dass seine Göttlichkeit das Feuer, die Eifersucht und die Erde und der Himmel für ihn wertlos sind. Dies muss bestätigt werden, und heute wird das Urteil in die Tat umgesetzt. Bevor die Welt dieses Stadium erreichte, sagte ihm der Herr, dass die Menschheit vor dem gegenwärtigen Zeitalter völlig zerstört werden und Gott leugnen würde. Es passierte. Der Stolz des Mannes ging über. Väter, sie haben gelebt und sind als Zeugen der Wahrheit gegangen, wie sie von Gott gesagt wurden. Sie sind immer noch Zeugen davon. Der Weg der Wahrheit, der Weg der Gerechtigkeit ist sehr eng. Der Allmächtige Gott sagte, kämpfe darum, auf diese enge Weise zu kommen. Die breite Straße ist sehr breit. Eine große Menge wird ihm folgen, das ist der Weg des Teufels in die Dunkelheit. Ist das nicht passiert? Ja, das hat mein Volk getan. Heute ist die Tasse gefüllt und das Lager des Feindes ist in Aufruhr. Die Erde ist beunruhigt und es gibt keinen Frieden. Krankheit und Kriegsführung sind weit verbreitet. Naturkatastrophen wurden üblich, aber niemand war schockiert von all diesem Zeichen. Im Gegenteil, er wird zur Zerstörung getrieben. Die Botschaften von Äthiopien, dem Licht der Welt, haben die Situation seit 15 Jahren deutlich gemacht und die Ankunft von Kaiser Tavodros und den Sieg Äthiopiens über die Welt durch seinen Glauben angekündigt. Die Botschaften forderten die Welt auf, umzukehren, sich der aufgeklärten Weltregierung in Äthiopien zu ergeben und den Schöpfer um Vergebung zu bitten. Niemand hat es gehört. Er fährt fort und schob seinen Stolz. Was kann man also tun? Weil die Dinge einen Anfang und ein Ende haben, müssen wir heute den Anfang vom Ende erklären. Bis heute hat der Teufel versucht, den Guten zu verzerren, die Wahrheit Gottes für die ganze Menschheit inakzeptabel zu machen und sie als Mythos zu betrachten. Er hat es wirklich erfolgreich gemacht. Die Stärken und Schwächen des Menschen sind sein Fleisch. Er versucht alles, um diesen Wunsch zu befriedigen. Mit dieser Schwäche konnte der Teufel ihn in die Dunkelheit führen und Gottes Gesetz und Ordnung brechen. Langjährige Propagandafiktion, unrealistische Hoffnung, falsche Geschichte wurde als Wahrheit gepredigt. Die meisten Nachkommen Adams, eingehüllt in eine Maske des Wissens, gingen zu ihrem Grab, ohne die Wahrheit zu kennen. Der Kampf des Feindes, es gelang ihm, weil er eine gottlose Generation schuf, die nicht glaubte, nicht nach Gottes Wahrheit suchte und an seine fleischlichen Wünsche gebunden war. Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bild. Der Mann, der es geschaffen hat, er schuf mit dem Gedanken zu denken, Dinge abzuwägen, zu verstehen, zu erklären. Er hat ihn nicht als Tiere erschaffen, stattdessen schuf er es mit Würde. Er startete ihn mit einem Geist aus, der zwischen Gut und Böse, Dunkelheit von Licht und Unterscheidung unterscheiden kann. Er schuf ihn nach seinem eigenen Bild. Als er befahl Minus haben sich alle Kreaturen der Erde ihm unterworfen, und er hat es befohlen. Der Allmächtige Gott sagte das, senden Sie Ihre Hand zu Ihrer Entscheidung, dass er verstand das Gute und das Schlechte, die Dunkelheit und das Licht für das Hielt, das Sie mögen. Es hat, infolgedessen übernehmen Sie Verantwortung. Nach Ihrer Wahl, dort werden Sie nach Ihren Entscheidungen und Handlungen beurteilt. In diesem Fall werde ich Ihnen vergeben, wenn Sie Ihren Fehler verstehen und Buße tun. Mit anderen Worten, du wirst im Licht wandeln und mich fürchten, denn du hast mir vertraut. Sie haben die Wahrheit fest etabliert. Sie haben mich angebetet, sie haben sich vom Bösen abgewandt. Sie haben denjenigen abgelehnt, der mich abgelehnt hat, sie haben denjenigen verurteilt, der mir nicht gehorcht hat, und deshalb sind Sie mein treuer Diener. So ich liebe dich. Ich werde dich belohnen, ich werde dich rechtfertigen, ich werde dich ehren. Er hat zu ihm gesagt, wenn du in die entgegengesetzte Richtung stehst, wenn du meinen Rat hast, wenn du mich ablehnst und voller Stolz bist, wenn du Dunkelheit regierst, wenn du deinen Gott zum Herrscher dieser Welt machst, wenn du für Zerstörung stehst, wenn du deinen Bauch zu Gott machst, wenn du dich verbeugst für deine Weisheit, wenn du den, der dich erschaffen hat, missachtest, wenn du meine Gebote missachtest und wenn du nach deinen eigenen Wünschen gehst, das Gericht wird dir folgen, weil du Reue hast und dem Teufel verbunden bleibst. Das Urteil wird dich fertig machen. Ich bin ein gerechter Richter. Ich werde dich nach deinen Wegen beurteilen. Das ist die Wahrheit. Diese Wahrheit wurde allen Nachkommen Adams in den letzten 15 Jahren in diesem bösen Zeitalter durch die Botschaft Äthiopien das Licht der Welt offenbart. Ihnen wurde gesagt, du hast nicht gehört, du hast verachtet, du wolltest nicht gerettet werden. Was könnte noch getan werden? Die Weltbevölkerung beträgt fast 8 Milliarden. Von diesen, meiner Meinung nach, Es wird angenommen, dass sich weniger als 100 Millionen Menschen dem Willen des Schöpfers unterwerfen. Alle Menschen, die die Erde bedeckten, klammerten sich an den Teufel, und sie sind verloren. Sie haben keine Möglichkeit zurückzukehren. Wie das Wort Gottes klar sagt, der Weg der Erlösung, der Weg der Wahrheit ist sehr eng. Es heißt, Kämpfe, um diesen engen Weg zu betreten. Aber der Weg der Dunkelheit ist weit und viele werden darin wandeln. Aber sie werden zugrunde gehen. Sie werden scheitern. Hier ist die Wahrheit. Also mein Volk, Gott ist pünktlich. Er ist derjenige, der seine Versprechen hält und erfüllt. Heute, nach tausenden von Jahren der Geduld, hat er die Erde besucht und die gesamten Nachkomme von Adam, zusammen mit seiner Mutter, die Jungfrau Maria, und hat den Fortschritt und die Zerstörung der menschlichen Rasse gewogen. Wie ich oben erwähnt habe, er bestätigte sein Urteil entsprechend der Stärke des menschlichen Herzens und seiner Aufrichtigkeit und Sanftmut und dementsprechend, ob er Buße tat oder nicht. Denn es ist die Tatsache, dass der Mensch als seine Wahl gehandelt hat. Dementsprechend gab er den heiligen Erzengeln einen Umsetzungsbefehl. Nach dieser Entscheidung und diesem Befehl sehen sie die Situation der Welt um sie herum. Sie werden sicherlich sehen, welche Art von Zerstörung in der Welt stattfinden wird. Er versiegelt alles, was prophezeit wird, alles, was er versiegelt hat, alles, was er liebt und alles, was er gut heißt. Für diejenigen, die an der Spitze des Dienstes stehen, diejenigen, die nach dem Lichtgesetz dienen werden, er ordinierte, salbte und gab Autorität mit Majestät. Er setzte seine Krone auf alle, die ordiniert und gesalbt wurden, hierarchisch beginnend mit dem ersten Diener, Kaiser Tavodros. Ihre Macht war auch vorbereitet. Ihre mächtige Kraft, die aufgedeckt werden, wenn mit ihr erschienen, vorbereitet hat. Es ist vorbei. Über dies, Zusammenfassung des Themas der Identität und Situation von Kaiser Tavodros, minus vor zwölf Jahren, am 19. März 2001, im äthiopischen Kalender, wird in Nachricht 3, Seiten 87, 88 beschrieben. Aber heute wiederhole ich es für diejenigen, die es nicht verstehen oder lesen. Selbst über Kaiser Tavodros wird in dieser Botschaft 3 das gesamte Regierungssystem klar beschrieben. Ich möchte Ihnen heute versichern, dass es 21 Königreiche auf der Welt, 21 Könige, 1 Kaiser und 18 Könige in verschiedenen hohen Positionen geben wird. Alle Regierungen, alle ersten Hirtenväter, haben ihr Zentrum, ihren Sitz hier in Äthiopien. Ihr Zentrum wird hier bauen. Weltweit führendes Äthiopien. Es wird ein geliebtes, gesegnetes Land sein, ein Land des Trostes. Die Welt wird von Äthiopien regiert. Die ganze Welt wird nach Äthiopien besteuern. Sie ruhen im Schatten ihres herrlichen Regierungssystems. Der Äthiopismus wird ein großes und kostspüliges Geschenk sein, das sie in einem großen spirituellen Kampf erreichen können. Kaiser Tevodros ist der Sohn eines äthiopisch-orthodoxen Tevado. Wie er in all seinen Briefen sagte, er war ein armer, elender, ungebildeter, wertloser Mann. Es gibt diejenigen, die über seine Wahl verwirrt sind. Offensichtlich fällt es einigen schwer zu akzeptieren. Aus einer Reihe von Gründen gibt es viele Menschen, die an sich selbst als Tevodros glauben. Dies ist nichts in der Zukunft, blieb davon ab, öffentlich, alles wird ins Licht gehen. In dieser Zeit werden sie erklären, wie sie auf diese Weise denken und glauben. Es wäre nicht an der Zeit, mehr zu sagen. Der Kaiser und andere Väter sind hier in Äthiopien. Beginnend mit der Hauptstadt überwachen sie die Situation, indem sie in allen Teilen des Landes zu unterschiedlichen Zwecken umziehen. Zum Zeitpunkt der Offenbarung unterstützen und arbeiten diejenigen auf der linken und rechten Seite von Tevodros. Die erste und zweite Stellvertreter sind und den Titel eines Königs tragen. Immer noch bei all seinen Arbeiten mit ihm. Es gibt 37 andere im Titel des Königs, in der Gemeinschaft und Einheit Gottes, des Heiligen Geistes. Sie helfen in allen Dingen. Wenn es eine Sache gibt, sollte jeder wissen, solange es moderne Kommunikation gibt, auf der Seite Telegram, Offenbarung von Johannes 20, werden alle Ereignisse übertragen. Hier wird die Stämme des Kaisers und der Könige gehört und offenbart. Darüber hinaus ist auch die Botschaft von Äthiopien, dem Licht der Welt, offensichtlich. Das Telegram ist gültig, solange es verfügbar ist. Nichts anderes wird's daraus werden. Nur so wird's die Auferstehung Äthiopiens, Kaiser Tevodros und seiner Höflinge sowie der großen Patriarchen der äthiopisch-orthodoxen Kirche öffentlich anerkannt. Wenn sie darüber hinaus eine andere Wahrheit haben, bitten wir sie, fortzufahren. Gericht und Ordnung werden gemeinsam offenbart, wenn der Richter im Himmel ist und über alle wacht. Andererseits habe ich keine Beschwerden gegen diejenigen, die sich mir widersetzen. Was ich heute und morgen sage, ist nur, die Wahrheit und Wahrheit auszudrücken, die mein Gott nicht gelehrt hat. Also bin ich der Geringste. Ich denke ihr seid in jeder Hinsicht besser als ich. Aber da ich nicht verstehe, nach welchem Kriterien er mich gewählt hat, sollten alle, die verärgert sind, den Allmächtigen Gott und die Jungfrau Maria fragen. Sie finden die Antwort. Ich sage das, damit du nicht stolperst. Als König David vom Allmächtigen Gott ausgewählt wurde, verwirrte ihn Samuel, so wie er seinen älteren Brüdern nicht gefiel. Aber der Herr antwortete Samuel und versicherte ihm, dass Gott das Herz sieht und nicht auf die äußere Erscheinung schaut. Es ist bekannt, dass der Herr die Propheten, insbesondere die Apostel, aus einem verachteten Ort ausgewählt hat. Ich habe in meiner Arbeit nichts für Gott getan. Ich habe keine Arbeit, um Gott in meinem Verhalten zu gefallen. Ich denke, er hat mich nur für eine Sache gedacht. Ich liebe den Gott, der mich erschaffen hat. Den Gott, der mich von meiner schlimmsten Sünde gerettet hat. Den Gott, der mich als menschlich betrachtete. Und ich liebe meine Mutter Jungfrau Maria von ganzem Herzen. Eine andere Sache, die ich weiß, ich habe nichts getan, um ihm zu gefallen. Das ist die Wahrheit. So, für diejenigen, die nach der Identität von Kaiser der Wodrus fragen. Für diejenigen, die mit Freunden und Feind verwirrt sind. Ich habe ein wenig versucht, sie auf das Oben Gesagte aufmerksam zu machen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie die Identität von ihm und anderen klar erkennen. Sie müssen nur geduldig sein. Eine Sache möchte ich von dir sicherstellen. Möglicherweise können sie auch die ganze Wahrheit auf dem von unserem Sohn eröffneten Telegram-Kanal mit dem Titel Offenbarung von Johannes 20 hören. Alle Nachrichten sind Teil unserer Beschreibung. Wenn all dies mit der Last des Leidens endet, werden wir einen anderen Weg suchen. Zu diesem Zeitpunkt werden wir nicht gestört, aber die abtrünnige Generation wird gestört sein und sich nicht verstecken können. Ein anderes Problem. Es gibt viele, die behaupten, Kaiser der Wodrus zu sein. Sie reden zu viel. Ich höre auch, was ich sagen soll, außer überrascht zu sein. Natürlich glaube ich, dass es gut ist, geduldig zu sein und darauf zu warten, dass der Allmächtige Gott und die Jungfrau Maria offenbaren, was es ist, wenn alle ins Licht gehen. Hier ist die Wahrheit für diejenigen von euch, die sich nach der Wahrheit sehnen. Wie wir angekündigt haben, müssen sie sich bei uns registrieren, weil wir daran glauben, haben wir denjenigen registriert, der wollte. Diejenigen, die einen Personalausweis mitgenommen haben, haben auch gute Arbeit geleistet. Da sie es für den Service genommen haben, werden sie es rechtzeitig verwenden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Unterschrift auf der Iqmana ist. Zusätzlich zu meiner Unterschrift, die Sie in dieser 9. Nachricht kennen, finden Sie die Unterschriften meiner beiden Brüder. Dies liegt daran, dass ich möchte, dass Sie dies wissen und Ihnen versichern, dass diese Botschaft unter der Weltlichtregierung von Äthiopien herausgegeben wurde. Meine beiden Brüder, im 2. und 3. Rang des Königstitels, ich versichere Ihnen, dass es mit der Zustimmung von uns dreien und mit der Zustimmung und dem Gebot Gottes, des Heiligen Geistes, herausgekommen ist. So, wir haben die Frage der Kenntnis der Wahrheit offenbart, die heute in den Köpfen der Menschen liegt. Für diejenigen, die die Identität des Kaisers suchen, haben wir versucht, die Antwort zu erklären, weil es Zeit ist. Wir haben es klar gemacht, denn wir leben in einer Zeit der Dunkelheit. Wenn Sie ihm vom Licht erzählen, ist es eine Generation, die die Größe seines dunklen Lebens predigt. Dies ist die Generation, die die Erde bedeckt hat. Wir haben versucht, ihm die Wahrheit zu sagen. Wer jedoch geschlafen zu haben schien, wird nicht gehört, wenn Sie versuchen, ihn aufzuwecken. Daher ist uns das Thema, das endgültig beurteilt wurde, egal, wenn er es nicht bemerkt, bis er stirbt, werden wir die Stillwellen. Weil der Tag und die Stunde vor uns liegen, wo steht er, wenn das Feuer ihn bedeckt? Wohin wird er mit seinem Stolz gehen? Lass ihn das wissen. Schließlich in diesem Fall, durch Identität oder durch Abfall vom Glauben, nur durch Unglauben oder Übertreibung, zusätzlich zu dem, was wir Ihnen heute erklärt haben, können Sie dies auch weiterhin tun, wenn alle behaupten, ehrlich zu sein. Wenn Sie die Wahrheit sehen, sollten Sie natürlich verstehen, dass genau wie Sie, Gott ungehorsam, sowohl vom allmächtigen Gott als auch von der Jungfrau Maria ein faires Urteil gefällt wird. Habe ein gutes Verständnis. Minus so spricht der Herr, verflucht sei der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht. Jeremiah 17 von Nummer 5 Aber sei den ganzen Tag in der Furcht des Herrn, denn es gibt doch ein Ende und deine Erwartung soll nicht abgeschnitten werden. Sprüche 23 von 17 bis 18 Öffne die Tore, damit die gerechte Nation, die die Wahrheit bewahrt, eintreten kann. Du wirst ihn in vollkommenem Frieden bewahren, dessen Geist bei dir bleibt, weil er auf dich vertraut. Trauer auf den Herrn ewiglich, denn Gott der Herr wird ewige Kraft. Jesaja 26 von 2 bis 4 Lesen Sie das gesamte Jesaja Kapitel 26 Denn dieses Volk nähert sich mir mit seinem Mund und mit seinen Lippen, ehrt mich, hat aber sein Herz weit von mir entfernt, und ihre Angst vor mir wird durch das Gebot der Menschen gelehrt. Jesaja 29, aus Nummer 13 Wie Sie in allen vier oben genannten Wörtern sehen können, wenn Sie es Ihnen heute sagen, werden Sie nicht zuhören, anstelle des Wortes sagten mir der Vater, der Bischof, der Lehrer, die Gelehrten, die Kirchenväter, die behaupten, befohlen zu haben. Diejenigen, die dies tun, sind zu einem Hindernis für gute Menschen geworden. Einige, die behaupten, Väter zu sein, ohne etwas über uns zu wissen und ohne die Botschaften zu lesen, haben sich mit ihrer eigenen Schuld bedeckt und verurteilen uns, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Wir verstehen, dass sie junge Menschen verurteilt haben, die etwas missverstanden und von der Wahrheit abgewandt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen zurückzugeben, die sich bei uns registriert hatten, um Ausweise zu erhalten, die es ihnen ermöglichen würden. künftig unter der Weltlichtregierung von Äthiopien zu dienen. Diejenigen, die dies taten, beschlossen wir, sie Satan und seine Armee zu übergeben. Wir haben keine Geduld. Es wurde beschlossen, den Personalausweis nicht an die Jugendlichen zurückzugeben, die den Personalausweis zurückgegeben hatten. Da sie bei uns registriert sind, können sie innerhalb eines Monats aus dem Register entfernt werden. Sie sollten daher wissen, dass wir sie stimmieren werden, wenn sie sich nicht innerhalb eines Monats an den Allmächtigen Gott wenden, indem sie um Umkehr bitten. Sie, welche Politik und welcher Glaube sich für sie vermischt haben, falsche Gläubige, du, der dir das Licht in Dunkelheit und die Dunkelheit in Licht verwandelst, beachten sie, dass Gott nicht verspottet werden darf. Er ist kein politisches Glücksspiel. Für die Armen des Glaubens, die die Wahrheit nicht kennen, du kennst Gottes Willen nicht, sie wissen nur, dass Herr der Name ist. Es gibt keine Verhandlungen im Glauben. Der Chefgelehrte Alev Damiro, der sein Priestertum makellos hielt, war der letzte Vorsitzende der äthiopisch-aussodoxen Thevedo Church Scholars Conference. Das wissen wir alle. Er war mit der Lehre und dem Dogma unseres Glaubens bestens vertraut. Abba Paulus, der zu dieser Zeit ein leeres Haus fand, stürzte die Synode und beligte das Gesetz, das sich anstelle des Heiligen Geistes überlegen machen würde. Der Chefgelehrte Alev Damiro, der damals Zeuge des Zusammenbruchs der Kirche war, verurteilte den Patriarchen und die Mitglieder der Bischofs-Synode, die das Gesetz unterzeichnet hatten. Sie banden ihr Priestertum. Warum? Sie sind Götzen und Beter geworden. Damit haben sie ihre Verpflichtung erfüllt. Wie kann unsere Kirche geheilt werden, ohne das Gesetz zu brechen und gegen die Verurteilung vorzugehen? In dem Augenblick, die Aktion des Patriarchen war zu vertreiben und zu suspendieren, Chefwissenschaftler Alev Damiro. Tatsächlich hätte Patriarch Abba Paulus verboten werden sollen. Sie haben den echten Vater gefeuert, weil sie politische Persönlichkeiten waren. Diese Zerstörung ist immer noch am Werk, unverändert. Infolgedessen sind alle Minister unserer Kirche in Verurteilung inhaftiert. Sie erkannten ihre Schuld nicht und korrigierten sie nicht. Sie können also niemanden segnen. Für diejenigen, die diese Wahrheit kennen und sagen, dass es kein Problem ist, werden sie die Ergebnisse in der Zukunft sehen. Aus vom Teufel geschaffenen Überzeugungen, Katholizismus, Heresi, Islam, Wacke Väter, Shintoismus, Taoismus, Konfuzianismus, Hinduismus, Sirkesmus, Hexerei, Zauberei, alle Götzendienst, Gnade, Salbung werden alle beurteilt. Es gibt keine Möglichkeit, sich ihnen zu nähern. Sie alle leugneten Gott. Es ist ein schweres Verbrechen, den Glauben mit der Politik zu verwechseln. Nach dieser neunten Botschaft, in den folgenden Entscheidungen, Anordnungen, Richtlinien, Bedingungen, diejenigen, die in erster Linie als Volk, als Regierung und als Individuum ruhen, das zweite ist, dass diejenigen, die als Menschen, als Regierung und als Individuum ruhen. Der dritte Platz sind diejenigen, die als Menschen, als Regierung und als Individuum in schwerer Bestrafung ruhen. Wir werden Länder in drei Kategorien auflisten. In den ersten Schritt einbezogene Länder, USA, Babylon, Großbritannien, Frankreich, China, Ägypten, Deutschland, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Italien, Korea, Israel, Russland, Pakistan, Kanada, Vereinigte Arabische Emirate, Australien, Spanien, Türkei, Japan, Indonesien, Dubai, sowie diejenigen, die in erster Linie schnell gelöscht und gereinigt werden, wie in Nachricht 8 angegeben, Chibouti, beide Südanesen, Eritrea, Kenia, Somalia, Ruande, Burundi, Uganda, Uganda, Tansania, Zentralafrika, Chad, Kameran, Ägypten, Gabun, Guinea, Zambia, Angola, dies sind die Länder, die als erste mit den oben genannten Ländern aufräumen. In den zweiten Schritt einbezogene Länder, Brasilien, Südafrika, Argentinien, Libanon, Irak, Afghanistan, Werma, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos, Nepal, Singapur, Malaysia, Taiwan, Sri Lanka, Nigeria, Niger, Kuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panama, Haiti, Hamas, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Venezuela, Kolumbien, Sumatra, Französisch-Guana, Ecuador, Peru, Peruvai, Uruguay, Kiele, Bolivien, Darcikistan, Kirgizistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgien, Georgien, Azerbaijan, Armenien, Syrien, die Philippinen, Algerien und ganz Westafrika. Im dritten Schritt enthaltene Länder, die in dieser Liste enthaltenen Länder sind nicht in der ersten und zweiten Kategorie der oben genannten Länder aufgeführt. Sie sehen die Zerstörung anderer und werden schließlich aufgenommen und gefegt. Hinweis. Die in Botschaft 3, Botschaft 5 und Botschaft 8 genannten Länder sowie der Rest der Welt werden in das Urteil einbezogen. So wie sich das Coronavirus auf der ganzen Welt verbreitet hat, gibt es kein Land, das nicht von den Feuern des Zorns und der Wut weggefegt wird. Natürlich sind diejenigen, die behaupten, in der Wirtschaft und im Militär stark zu sein, diejenigen, die zuerst vom Schlimmsten verzehrt werden. Einige von ihnen werden vollständig verschwinden und keine Spuren für die Geschichte hinterlassen. Wenn sie diese Nachricht verstehen, haben sie möglicherweise das Gefühl, dass sich die Dinge wiederholen. Aber es ist nicht. Es wurde wiederholt, damit sie der Gefahr entkommen konnten, da es viele neue Urteile beinhaltete. Es ist wegen deiner Zerstörung entsetzt. Wie sie in der Geschichte gehört haben, die verlorenen Menschen und das Eigentum des Ersten Weltkriegs dienten anderen nicht als Lehre. Als der Zweite Weltkrieg kam, wollte die Welt nicht, dass es kam. Es war ein Krieg, der von einem Teufel, Hitler, geführt wurde. Zu dieser Zeit konnten nicht alle Länder dem Krieg entkommen. Sie hatten es betreten. Hunderte Millionen Menschen starben. Viel Eigentum wurde zerstört. Seitdem gab es jedoch weniger Kriege. All dies ist nicht ohne Grund. Es war eine Gelegenheit für einen Menschen, Busse zu tun und gerettet zu werden, bevor sich der Zorn Gottes manifestiert, weil die Menschheit seine Beziehung zum Schöpfer beschädigt hat. Aber die verlorene Generation sah alle seine Botschaften als Mythen. Wenn Geduld und Draht zur Verleugnung führen, wenn Liebe und Geduld keine Früchte tragen, warum ist es dann schwierig zu zerstören? So wie du erschaffen bist, wirst du auseinanderfallen. Sie haben den Besitzer verachtet und versucht, seinen Zaun zu bewegen. So werden sie entwurzelt und gereinigt und in Staub verwandelt. Das ist die Wahrheit. Wenn es dir gefällt, hör es dir an und wenn es dir nicht gefällt, wirst du unweigerlich in deinen ewigen Tod gehen. Ein weiterer Grund ist, dass manche Menschen versuchen, Gottes Volk in die Irre zu führen, indem sie unsere Worte verdrehen und ihnen politische Bedeutungen geben. Von diesen Aussagen wurde die Aussage Gott braucht keine physische Unterstützung sicherlich von uns offenbart. Andererseits haben wir ihm in unseren Audio-Lektionen geraten, sich und sein Land gegen die Bedrohung und Zerstörung zu verteidigen, die der der Werte Glaube in seinem Land darstellt. Heute wiederholen wir dies in dieser Nachricht. Warum? Was meinen wir, wenn wir sagen, dass der Allmächtige keine physische Unterstützung braucht? Beachten Sie, dass eine Person, die mit einer Waffe bewaffnet ist, Gott bei seiner körperlichen Vorbereitung nicht helfen kann, Gottes Versprechen an sein Volk zu erfüllen. Nehmen wir ein Beispiel dafür, als die Israeliten rebellierten, nahmen sie die Lade Gottes mit Zion und kämpften gegen die Philister, ohne Gott zu versöhnen. Während der Schlacht marschierten sie mit der Arche Zion. Gott wird dir helfen, wenn du ihm vertraust, deine Heiligkeit bewahrst, Busse tust und seinen Willen um deinen Kampf bittest. Und du wirst deinen Feind besiegen. Die Israeliten, die das wussten, sie nahmen die Bundesleute mit, käten aber nicht zurück. Sie sind nicht weit von ihrer Schande entfernt. Sie gingen hochmütig aus. Sie wurden von den Philistern niedergeschlagen. Die Arche Zion wurde erobert. Wohin Zion ging, gab es keinen Israeliten, die Philister sahen, wie sich ihre Idole vor der Arche Zion verbeugten. Nicht nur das, sondern Gott schlug das Land Palästina mit großer Krankheit und Pest. Die Philister waren alarmiert und beschlossen, die Arche Zion zurückzugeben. Sie stellten einen Streitwagen mit Milchkühen auf, legten die Arche darauf und schickten sie in das Land Israel. Als die Arche das Land Israel erreichte, erreichte die Nachricht König David dieser Zeit. Während die Kühe es auf der Straße zogen, schien es, als würden sie die Arche werfen. Zu dieser Zeit streckte ein Bauer namens Ozer die Hand aus, um die Arche zu unterstützen. Sofort schlug ihn der Geist Gottes und starb. Mein Volk, wir müssen verstehen, dass Gott die Unterstützung des Fleisches nicht braucht. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen seine Hilfe, aber der Herr braucht unsere körperliche Unterstützung nicht. Aber es wird uns helfen, wenn wir um seine Hilfe mit Aufrichtigkeit, Umkehr, einen gerechten Leben und einem vertrauensvollen Herzen bitten. Wir haben das Recht, unser Land und unsere Flagge zu verteidigen, um unseren Glauben zu schützen. Wenn Invasoren über uns kommen wie Italien, ein eindringender Feind, der sich unserem Glauben widersetzt und unser Land plündert, müssen wir unser Land und unseren Glauben schützen, indem wir den Allmächtigen Gott um Hilfe bitten. Selbst wenn wir heute keinen weißen Feind haben, müssen wir gegen das Böse kämpfen, das er über uns gebracht hat, genau wie Abune Petrus. Abune Petrus kämpfte mit einer Waffe. Als sie verhaftet wurden, durch ihre Priestertumsvollmacht verurteilten sie. Sie wurden für ihre Wahrhaftigkeit gemartet. Das ist unser Glaube. Diese heutige Generation, die sein Land, seinen Glauben und seine Flagge verkauft hat, er ist Ketzer, Katholiken, Muslime, Träger der Agenda des Teufels, Feiglinge, Lügner, Betrüger, Rassisten, Hexer, weiße Anbeter. Deshalb wird er für das heutige Urteil zum Schlachten. Überraschenderweise versuchte er uns zu kritisieren. Heute, die Generation, die ihren Glauben, ihr Land, ihre Flagge verloren hat, nach welchen Maßstäben wird sie ihre Zunge gegen uns loslassen? Wer die Kirche zerstört und an den Teufel verkauft hat, sie werden ihr Urteil sehen. Sie werden nicht von ihrer Zunge gerettet. Gott kennt dein Herz. Daher sollte jedes wahre Tevedo-Kind für den wahren Tevedo-Glauben und die Flagge seines Landes wache halten. Weiß, schwarz, ob er Bürger ist oder nicht. Wenn er ihrem Glauben, ihrem Land und ihrer Flagge feindlich gegenüber steht, können sie ihn verteidigen, weil es ihr natürliches Recht ist. In der Vergangenheit, als wir zur Schule gingen, unser Sportlerer gab uns ein Rennen, das keinen Sieger hatte. Der Wettbewerb besteht darin, ein Ei auf einen Suppenlöffel zu legen und den Griff des Suppenlöffels mit einem Zahn zu beißen, und niemand kann das Ei auch in einem Viertel friedlich liefern. Niemand kann sich festhalten. Sobald es weg ist, fällt das Ei. Es wird kaputt sein. Ich habe dieses Beispiel aus einem Grund angeführt. Wie jeder weiß, unser äthiopischer Führer heute, wer ist Ketzer, wie der Islam, der keine äthiopische Identität hat, der beste Schauspieler, Prätendent, der keine realistischen Träume hat, genau wie Melis Tsenai, der nur den Mitteln folgt, die seine Autorität bewahren wollen. Wir sehen, wie sie ihre Kraft auf den Löffel legen, den Löffel mit den Zähnen halten und trennen. Verschwenden sie nicht ihre Zeit. Derjenige, der weit gesichtet hat, wird in der Nähe ruhen. Du wirst es bald sehen. Wie das Sprichwort sagt, höre auf dich selbst, wenn einer spricht und der andere auch spricht, die TPLF fiel und zerfiel. Ja, so urteilt Gott. Sie haben sich dem Kampf nicht freiwillig angeschlossen. Ihr Gedanke war, ihre Macht zu behalten, indem sie so tun, als ob. Aber sie haben dir den Kampf gewaltsam gebracht. Der Elende am Horror, dass du ihn hast, nur weil er wegen seines Glaubens und Patriotismus ein standhafter Bürger ist, er hat vorübergehend deine Macht behalten. Morgen kommt ein anderes Problem. Jeder, der zweifellos gegen Äthiopien, der Widow, den Glauben und die Flagge ist, wird gedemütigt und verabschiedet sich. Und das, wenn sie ihn nicht verachten, wissen sie, dass Gott weiß, was in ihrem Herzen ist. Wie jeder weiß, wird keine Entscheidung auf der Grundlage ihrer Zunge getroffen. Sie zahlen den Preis basierend auf dem, was sie im Kopf haben und was sie glauben. Stolz und Bossheit, Abfall vom Glauben und Verachtung, Rassismus und Verschwörung, kombiniert mit Macht. Wir glauben, dass derjenige, der auf diesem Weg geht, sofort umkommen wird. Dies ist Gottes rechtschaffenes Gericht. Wir möchten einige der Themen ansprechen, die derzeit diskutiert werden. 1988 im äthiopischen Kalender, in der äthiopischen orthodoxen Kirche von Tevedo kam mit den damaligen politischen Veränderungen etwas Neues. Zu dieser Zeit wurde der Patriarch der Kirche, Abba Mercurius, von der TPLF verdrängt. Sie machten sie werden, ihr Land zu verlassen vertrieben. Mit Befehlen und Drohungen wurde Abba Peaulus aus dem Ausland gerufen und ergriff die patriarchalische Autorität. Nachdem sie ihre Macht gefestigt haben, indem sie die Grenzen der Vorfahren verletzt haben, das Gesetz der Synode der Kirche brechen und sich anstelle von Gott, dem Heiligen Geist, ernennen, sie lehnten die Behauptung der Synode ab, Gott und dem Heiligen Geist gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein, und machten die Synode dem Patriarchen gegenüber rechenschaftspflichtig. Dieses Gesetz ist noch heute in Kraft. Der Chefgelehrte Aletamiru war Vorsitzender des Rates der Kirchengelehrten. Ihre Aufgabe war es, solche Missbräuche zu verhindern und die Kirche daran zu hindern, von den Grenzen des Tevedo-Glaubens abzuweichen. Er kämpfte zu der Zeit viel, aber niemand hörte ihnen zu. Deshalb verurteilten sie den Patriarchen und seine Synode, die Synode im Land Äthiopien. Abba Paulus gefeuert Chefwissenschaftler Aletamiru von seiner Arbeit, vom Vorsitzenden des Rates des Gelehrten. Wenn wir uns das Wort Verurteilung ansehen, heißt es, vielleicht haben sie den Gesetzestext nicht gelesen oder verstanden, diejenigen, die von ihren verschiedenen Anhängern manipuliert werden, und darüber hinaus, unter Berufung auf ihrer Autorität sagen sie, wir werden nicht auf die Frage der Kirche hören, Patriarch Abba Paulus, der dieses Verbrechen begangen hat, Abba Gerima, die im Namen von drei Terminen geht, und alle, die sie unterstützen. Minus in den Worten meines Herrn, Gott, wer du auf Erden gebunden hast, wird auch im Himmel gebunden sein. Ich verurteile durch die Autorität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der heiligen Peter und Paul, Markus und Abba Kerlos, Abba Beselas und Abba Tefilos und durch die Worte der rechtschaffenen Abuneteke Heiman und Cedebre Libanos. Obwohl ich sündig und schwach bin, ich, Priester welte Georgis, habe ich mit meinem Wort verurteilt. Alle, die dieses Gesetz akzeptiert und angewendet haben, wie Arius, Mazedonien, Nestorius, Flabanian, Galsedau und seine Anhänger, verurteilt werden. Ich habe dich an die unzerbrechliche Kraft Gottes gebunden. Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen, sagt. Ich habe geliefert den Auftrag, dass ich von meinem Gott befohlen ist. Ich habe mein Laufen beendet. Es liegt nun an ihnen und der Regierung, Verantwortung zu übernehmen. Mein Zeugnis dafür ist Gott und die heiligen Engel, Himmel und Erde. Diese Verurteilung wurde noch nicht erhoben. Die Kirche hat die patriarchalischen Grenzen, die sie überschritten hatte, nicht korrigiert. Heute folgt sie weiterhin dem Gesetz von Paul O. Kaufen und lesen sie ein Buch über die Verurteilung, das von einem Bruder veröffentlicht wurde, mit dem Titel The Unresolved Condemnation. Es ist unsere Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Wir vertuschen nicht die Wahrheit. Wir decken nicht die Wahrheit für die Millionen ab, die beleidigen werden. Stattdessen sprechen wir die Wahrheit und das Licht. Zahlen spielen für Gott keine Rolle. Aber Gott kümmert sich um diejenigen, die für die Wahrheit stehen. Beachten sie, dass wir bei unserem Namen genannt werden. Äthiopien ist das Licht der Welt. Beeilen sie sich nicht. Erinnern sie sich an den Propheten Elia. Er stand allein für die Wahrheit. Die Führer des Volkes Israel, Akab und Elzabel, alle Priester, die BILC BIL verehren. Sie sind dem Gericht Gottes nicht entkommen. Auch sie waren so zahlreich. Wie auch immer, die Familien der Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria, Fragen zur Verurteilung und zu anderen Themen. Bitten sie Gott mit Fasten und herzlichem Gebet. Der Weg der Zerstörung ist weit und es gibt viele, die darin wandeln. Der Weg der Wahrheit ist eng und nur wenige gehen hinein. Bemühen sie sich, den engen Weg zu betreten, sagte das Wort. Wir, die Familie Gottes, die wir alle in Äthiopien für das Licht der Welt versammelt haben, lassen uns nicht von Emotionen leiten. Gott führt uns durch den Heiligen Geist. Es ist das Wort, das uns führt. Es ist unser orthodoxer Glaube an Tevedo, in dem unsere Vorfahren bekräftigt und wirklich gematet haben. Daher für einige, die der Strategie folgen, Dunkelheit mit Licht zu mischen, prüfe dich selbst. Wir sagen dir, frag deinen Schöpfer. Die Wahrheit über das, was wir über die Institution gesagt haben, die Vereinigung der Heiligen oder Mabreke Dusan genannt wurde, brauchen wir niemanden, der es uns sagt, von wahren Gläubigen wird erwartet, dass sie anderen sagen, sie sollen ihre dunklen Taten korrigieren. In keiner unserer Aussagen und Botschaften sprechen wir ohne Beweise. Es kann gut in ihnen sein, wir haben nicht gesagt, dass es nicht gibt. Die Vorherigen haben hart gearbeitet. Wir wissen das. Von heute, sind sie wirklich in ihren Schuhen? Gott kennt sie. Wir kennen sie an den Wahrheiten, die wir verstehen. Das andere, nur Gott und seine Diener kennen sie. Dass diejenigen, die von Gott aus erwählt sind, wo sie jetzt sind und auf den guten Tag warten. Dies ist derzeit kein Problem. Da das große Feuer hat vor uns kommen, und jeder geht in das Licht aus, dann sehen wir das Schicksal aller. Wen bindet die Verurteilung? Verurteilung. Es ist klar, diejenigen, die den Namen von Pater Paulus und Pater Matthias in der Messe und in der gesamten Liturgie erwähnen, und die Synode, die gegenwärtig das Gesetz anwendet, das sie verurteilt, wird ebenfalls verurteilt, sodass der Priester und Diakon, dessen Namen in jedem Gebet erwähnt werden, ihr Priestertum begrenzt ist. Wir müssen die Wahrheit sagen. Es ist unsere Hirtenarbeit. Tun wir heute nicht Christen diese Aktivitäten? Diese Frage stellt sich, wir verstehen es, wir sagen nicht den, der diese Verurteilung nicht kannte und verstand, wir sagen nicht, warum sie es nicht wissen. Nach seiner Unwissenheit gehört das Gericht Gott. Wir haben heute die Wahrheit offenbart. Sobald er das weiß, wird er die Verantwortung übernehmen. Wir können diese Verurteilung heute nicht lösen. Wir sind nicht in der Position eines Hirten in der Kirche. Als wir ankamen, gab es keinen Zweifel daran, dass das patriarchalische Gesetz wiederhergestellt werden würde. Wir werden nicht nur zurückkehren, sondern die Einheit unserer Vorfahren, die sich Gottes Rat, Unterweisung und Unterweisung unterwerfen, wird perfekt sein. Alle Diener Gottes werden vom Heiligen Geist geführt und nicht von seinem Willen abweichen. Wir hören viele Kommentare über fleißig Ratschläge und spirituelle Pokalverbände. Sie können aufrichtig, unwissend und unerfahren sein. Weil der Herr ihre Herzen sah, als er die Apostel erwählte, jeder hat die Apostel verachtet. Unser Herr Jesus weiß, was er gewählt hat. Natürlich gibt es einige Diener des Teufels. Wir wissen, dass es gibt. Selbst wenn sie bleiben, ist es für ihre Zerstörung. Selbst wenn sie gehen, ist es ihr Schicksal. Aber wegen ihres Mutes werden sie einen Preis zahlen. Was die Gerechten betrifft, so besteht kein Zweifel daran, dass sie im Laufe der Zeit durch die Lehren und die Führung des Heiligen Geistes Gottes vollständig menschlich werden. Mein Volk, Gottes Volk. Ich denke, Sie werden verstehen, wenn Sie die Nachricht auf die Frage lesen, warum die neunte Nachricht heute kam. Was es von anderen Briefen unterscheidet, ist, dass es die Botschaft weit verbreitet und die stärkste Entscheidung, Voraussetzung, Richtung und Befehl enthält. Hören Sie die Nachricht immer und immer wieder. Es ist schwer zu verstehen, wenn man es nur einmal liest. Sie können es nur durch Lesen verstehen. Familien Gottes, diejenigen, die dieser Botschaft fremd sind, diejenigen, die sie noch nicht gehört haben, tun uns leid, weil sie zu spät kommen. Nähere dich dem Schöpfer von deinem Herzen, bereue dein Herz und gib alles Gott, denn niemand kennt Gottes Ruf. Mit der Hilfe der Jungfrau Maria, der heiligen Märtyrer, verlassen die Erzengel unter Tränen die Welt schnell. Ketzer, Katholiken, Ketzer, Zauberer, Muslime, östliche Heiden, Gesalbte, Gnaden, Homosexuelle und aller Rassisten werden meiner Meinung nach nicht vor der bevorstehenden umfassenden Aktion gerettet. Sie können durch die Gnade und den Willen Gottes gerettet werden, ich weiß es nicht. Diejenigen, die an die Weltlichtregierung in Äthiopien glauben, ob sie registriert sind oder nicht, durch fleißigen Rat versammelt, versammelt von der Spiritual Cup Association, sowohl registriert als auch nicht registriert, bereiten sie die Zeichen des Bundes vor, der sie zum Zeitpunkt der Zerstörung tun sollen. Bereue und sei bereit, wie du kannst. Wenn sie Geld haben, machen sie gute Dinge damit. Diejenigen, die kein Geld haben, seien einfach so gut wie möglich vorbereitet. Gott und Jungfrau Maria werden ihre Mängel ausgleichen. Meine Väter, Mütter, Brüder, Schwestern und Kinder, die in der Wüste leben, bereite dich nach dem Rat Gottes vor. Denken sie nicht, dass es einen anderen Weg gibt, die Wahrheit auszudrücken. Wir haben ihnen die grundlegende Wahrheit gegeben, wenn nicht alle. Klammerte sich an Gott in Liebe zur Jungfrau, den Erzengeln, den Heiligen und den Märtyrern. Möge Gott ihr Verständnis in allen Dingen geben. Sie werden die Erklärung einer drängenden Proklamation im nächsten Kapitel sehen. Wir möchten, dass sie wissen, dass diese Proklamation eine Proklamation ist, die vom Orden der Dreifaltigkeit und unter der Autorität der äthiopischen Weltlichtregierung herausgegeben wurde. Da alle Nachkommen Adams sehen es vor ihnen, es ist gut, dass sie dies lesen oder hören. Es ist gut, es in eine beliebige Sprache zu übersetzen. Denn jeder kann es hören. Übersetzen sie es, wenn sie die Gelegenheit haben. Aber wenn sie dies tun, senden sie an unseren Sohn den Administrator des Telegram-Kanals Offenbarung Johannes 20. Wir werden es sehen, dann können sie es herausnehmen. Da die Zeit knapp ist, haben sie die Möglichkeit, dies so schnell wie möglich zu tun. Es gibt keine Einschränkungen für die Verteilung. Unten finden sie die Proklamation. Das Wort des Allmächtigen Gottes sagt uns, selig ist der Mann, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Sitz des Hörnischen. Aber seine Freude ist am Gesetz des Herrn, und in seinem Gesetz meditiert er Tag und Nacht. Und er wird wie ein Baum sein, der von den Flüssen des Wassers gepflanzt wird, der seine Früchte in seiner Jahreszeit hervorbringt. Auch sein Blatt soll nicht verdirren, und was auch immer er tut, wird gedeihen. Die Gottlosen sind nicht so, sondern wie die Spreu, die der Wind wegtreibt. Darum sollen die Gottlosen weder im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten stehen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird zugrunde gehen. Minus Psalm 1 das ganze Kapitel Lobt ihr auf die Trinität von Abraham sein, können ihre Namen verherrlicht werden. Lobt ihr an der Jungfrau Maria, unsere seine Mutter, mögen ihre Namen verherrlicht werden. Nachricht 9 endete hier. Sklave der Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria. Nummer 4 2013 21 Dezember 2013 Äthiopischer Kalender 30 Dezember 2020 Europäischer Kalender Dringende Proklamation für die ganze Menschheit Von der Weltlichtregierung von Äthiopien Awai Awai Auf Amharisch bedeutet Proklamation, es ist an der Zeit, dass die ganze Menschheit Gottes rechtschaffenes Gericht besucht und empfängt. Diejenigen, die bereit und bereut sind. Der Allmächtige Gott erinnert sich heute an diejenigen, die in ihrem orthodoxen Therwader-Glauben standhaft geblieben sind und vor dem Schmutz dieser Welt geschützt sind. Zum Preis ihrer Väter. Auf dieser Erde werden sie entschädigt, gelebt, getröstet, und sie werden zum Abendessen gerufen. Also hör zu. Äthiopien wird vom Allmächtigen Gott erinnert. Sie gewann mit ihrem großen Kampf. Hör mal zu. Alle Nachkommen Adams. Hör gut zu. Einführung Seit die tausenden von Jahren waren die Herrscher dieser Erde, die über die Nationen der Welt herrschten, für ihre Autorität und für diejenigen, die sie meinen Staat sagen, eingetreten. Die meiste Zeit waren sie den Ideen und Plänen des Teufels unterworfen, und sie haben gekämpft, so viele Völker getötet, und sie hatten auch gegeneinander gekämpft. Während all dies geschieht, sind wir heute hier. Während dieses Prozesses sind alle Regierungen, mit Ausnahme einiger Diener des Allmächtigen Gottes, Geschichte geworden, indem sie Gottes Volk. Den wahren Glauben der Kirche, bekämpft, getötet und massakriert haben. Die heiligen Märtyrer im Himmel haben immer und immer noch um Gottes rechtschaffenes Gericht gebeten, weil sie Blut vergossen haben. Der Herr sagte ihnen, sie sollten bleiben, damit die Tasse gefüllt werde. Aber heute ist die Tasse voll. Der Herr hat heute in dieser Botschaft sein rechtschaffenes Urteil zum Ausdruck gebracht. Demnach die Welt, die wir sehen, und den Inhalt darin, von der Hauptdarstelle Menschheit, wegen der bösen und unreinen ihrer Paradenzerstörung, völlig verändert zu werden. Um die Dinge noch schlimmer zu machen, insbesondere die Aussaat von Sünde, Bossheit, Stolz und Abfall vom Glauben, die Erde wurde ruiniert. Daher wurde beschlossen, sie durch Feuer zu zerstören. Stattdessen wurde beschlossen, dass die ganze Welt unter dem Lichtreich Äthiopien regieren sollte und dass die Zeit des Trostes für das Volk Gottes, wie in Offenbarung Kapitel 20 vorausgesagt, auf Erden erfüllt werden sollte. Was wir heute sehen, ist einer der Gründe, warum das Massaker an Gottes Volk den Becher auf beispiellose Weise füllt. Hör mal zu. Menschheit. Hör mal zu. Der Nachkomme Adams. Hör mal zu. Regierungen, die die ganze Erde bedeckten. Hör mal zu. Die größten religiösen Institutionen der Welt. Hör mal zu. Götzendienst. Rassismus. Hör mal zu. Hexen. Die Dämonen anziehen und Hexerei betreiben. Hör mal zu. Baum und Fluss an Beter. Hör mal zu. Besitzer von Massakern und Massakern. Hör mal zu. Diese Kaufleute des Glaubens, die den Umhang des Glaubens anziehen und sich gegenseitig Meister und Meister nennen. Hör mal zu. Du, der dir das Wort Gottes für das Geschäft und deinen Magen geändert hast. Hör mal zu. Du, der dir dein Wissen vererst und andere Gläubige verachtest. Hör mal zu. Sie, die sagen, niemand könnte außer uns über Gott sprechen. Hör mal zu. Du, der dir immer noch die Wunden des Herrn angreifst und sagst, dass Gott ohne uns nicht atmen kann. Hör mal zu. Sie, die kämpfen, um die menschliche Sprache so kühn zu schließen, wie sie Gott befehlen. Hör mal zu. Lügner, Betrüger, arrogant, grausam, ihr alle. Hör mal zu. Islam, Protestanten, Katholizismus, Reformation. Du, der du Götzendienst als König in deinem Herzen gemacht hast. Hör mal zu. Homosexuelle. Hör mal zu. Ja, hör zu. Du, der dir dich zum Ehebrecher gemacht hast. Hör mal zu. Alle, die die ehemalige Schlange, den Drachen, den falschen Propheten offen und heimlich verehren. Hör mal zu. Hör zu. Dein Leben auf Erden ist vorbei. Es ist vorbei. Hör mal zu. Höre auf die Menschheit. Ihr Urteil wurde bis jetzt befolgt, aber jetzt wird es geschehen und für sie ausgeführt. Du hast keine Zeit. Keine Berufung. Alle ihre Chancen sind völlig erschöpft. Der Tag des Teufels seine tausendjährige Herrschaft endete. Es wurde beschlossen, dass alle Nachkommen Adams, die unter seiner Herrschaft lebten, nach Gottes rechtschaffenem Urteil beurteilt werden sollten. Also hat die ganze Dunkelheit, die die Erde bedeckte, um ausgelöscht und die Erde mit Licht bedeckt zu werden, gehorcht. Das kommt zu dir. Die Erde soll geheilt werden, und das wahre Volk Gottes, das während dieser großen Trübsal ertragen hat, wird getröstet werden. Unsere Vorfahren und Mütter sind im Himmel, um sich am gerechten Gericht Gottes zu erfreuen. Sie sollen von ihren Kindern in der Einheit des Geistes verherrlicht werden. Ein Glaube, geliebt und ausgehalten, der orthodoxe Terwede Glaube, den die Welt zu zerstören versuchte, hat sie durchgehalten, sie hat gewonnen, und hat gepflanzt. Die orthodoxe Religion ist dazu bestimmt, die Welt zu regieren. Sie ist dabei, die Erde mit ihrem strahlenden Lichtbedienst zu bedecken und die Auferstandenen zu umarmen, die zur Auferstehung bestimmt sind. Hör mal zu. Hör weiter zu. Hör gut zu. Fahr zur Hölle mit deinem Vater, dem Teufel, der alten Schlange, dem falschen Propheten und deinen Freunden, die die Erde bedeckt haben. Der Teufel wird in sein Gefängnis oder in die Hölle gehen. Es wird beschlossen, dass sie auch zur Hölle fahren, wo sie beurteilt werden. Hör mir zu. Hören Sie, Sie, die dem Teufel unterworfen sind, auf Wiedersehen. Nach dem Trost, am Ende des jüngsten Gerichts, werden Sie uns auf der rechten Seite des Richterstuhls Gottes sehen. Mit unseren Vorfahren, mit unserem Vater Jesus, mit unserer Mutter, der Jungfrau Maria, und mit unseren geliebten heiligen Erzengeln. Hör mal zu. Da du auf dem letzten Weg zur Hölle bist, lass es mich dir ein letztes Mal sagen. Sie werden sehen, wie sie auf der linken Seite des Richterstuhls des Herrn stehen, um ins Feuer geworfen zu werden. Dieser Tag wird der letzte Tag sein, an dem wir uns verabschieden. Danach werden wir dich nie wieder sehen. Du musst zum großen Feuer der Hölle gehen, zu dieser ewigen Qual. Und wir werden auch in das himmlische Königreich eintreten, das uns von der Dreifaltigkeit Ebrahams vorbereitet wurde. Wir leuchten für immer und ewig wie Sterne. Wir werden wie Engel sein, die seine Herrlichkeit für immer preisen. Trotzdem wirst du nicht zuhören, weil du nie glaubst, weil dein Herz voller Zweifel ist. Wenn wir ihnen das sagen, werden sie natürlich lachen und sich auf eine weitere Katastrophe vorbereiten. Aber hör zu. Du hast deine Zeit beendet. Du bist fertig. Also kam die Proklamation, um dich und deinen Vater, den Teufel, zu beenden. Was meinen wir mit einer dringenden Proklamation? Es gibt heute etwa 205 Länder auf der Welt, die feststehen. Sie alle regieren ihr Volk nach ihrer eigenen Verfassung. Wir, das äthiopische Volk, werden seit 30 Jahren von der seltsamen Verfassung regiert. Das Gesetz, das durch Mobbing kam. Wir leiden unter den satanischen Regimen, die sie nach dem Befehl der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs gepflanzt haben, um uns von TPLF oder Werne, den damals vom Teufel ausgewählten Pferden, regieren zu lassen. Wie jeder weiß, ist unser Land aufgrund dieser Verfassung in Aufruhr. Die ganze Welt ist sich einig, dass die derzeitige Verfassung im besten Interesse aller ist. Wenn es jedoch einen Volksaufstand oder verschiedene Feinde gibt, wollen sie die Regierung stürzen. Der letzte Schritt, den die Regierung unternehmen wird, um sich zu verteidigen und die Ordnung wiederherzustellen, ist die Ausrufung des Ausnahmezustands, dringende Proklamation. Daher die Regierung, Polizei und Sicherheitskräfte werden durch ihre Streitkräfte alle gegnerischen Kräfte kontrollieren oder zerstören, wird auch verhaftet vor Gericht bringen. Aber was sie heute in dieser dringenden Proklamation sehen, unterscheidet sich von dem, was sie gewohnt sind. Hör mal zu. Adams Nachkomme. Sag was anders ist. Der Ausnahmezustand, den sie kennen, ist die Rettung eines Landes und seines Regimes, die von einer Regierung erklärt wird, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wenn ein Land in Aufruhr ist oder Naturkatastrophen nicht bewältigen kann, dann gibt es keinen Schutz. Es gibt keine Bewegung. Es wird ein Leben voller Zurückhaltung und Zurückhaltung sein. Dies ist eine dringende Proklamation in ihrem Wissen. Aber unsere heutige Proklamation ist anders. Die Verkündigung stammt von dem Allmächtigen Gott, den sie vergessen haben oder der von Gott verkündet wird und der nicht gesehen und berührt werden kann. Er schuf dich. Er schuf die Erde und den Himmel. Er schuf das Sichtbare und das Unsichtbare. Er schuf den Nachkommen Adams auf Erden als Bild von ihm. Und nach deinem Aufenthalt auf dieser Erde, um wie die Sterne um seine Herrlichkeit zu leuchten, um seinen Namen zu verherrlichen, liebte er dich, also pflanzte er dich. Was hast du geantwortet? Wie haben sie auf den Ruf seiner Liebe reagiert? Wegen seiner Rettung für dich und der Preis des Lebens, das er für sie bezahlt haben. Was bezahlt haben sie dafür? Wie haben sie auf den Gott reagiert, der seit tausenden von Jahren auf sie wartet, um sie in seiner vollkommenen Liebe zu dem zu sammeln, der sie gerettet und vor all ihren Schwierigkeiten gerettet hat? Ja, sie hatten ihn völlig geleugnet. Sie wissen, wofür sie stehen und wie sie leben. Deine Verachtung, dein Verrat, deine Reue, deine Rebellion, schließlich wissen sie, dass sie den Teufel, ihren Schöpfer, ihren Gott gemacht haben. Sie haben genug von Gottes letzter Geduld. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, haben wir ihn im Glauben gesehen und in seiner Liebe gelebt. Wir wissen, dass das Gericht offenbart wird und dass wir durch unseren Glauben gerettet werden. Er ist kein Fremder für uns, aber wir glauben, dass dies möglich ist, weil er ein treuer Gott ist. Heute ist es geschehen. Obwohl diese Proklamation ihre Ohren erreicht hat, glauben sie es immer noch nicht. Natürlich wird diese Nachricht weltweit gehört. Sie, die verlorene Generation, werden immer noch nicht zuhören. Aufgrund der Covid-19-Krankheit haben sie gesehen, wie viel sie gelitten haben. Sie sagen immer noch, ich werde dafür einen Impfstoff bekommen. Denken Sie daran, was in der fünften Nachricht steht. Es heißt, dass viele Viren auftauchen werden. Nicht nur Covid-19. Wann kam dein Leiden schon? Es hat dir nur den Beginn deiner Zerstörung gezeigt. Wie oben erwähnt, unterscheidet sich diese Proklamation völlig von dem, was ihre irdischen Herrscher tun. Wo ist der Unterschied? Erstens ist derjenige, der die Verkündigung autorisiert hat, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wem wurde befohlen, die Proklamation zu erklären? Ja, seine treuen Diener, indem sie es mit ihren Unterschriften und dem gestempelten Blut genehmigten. Sie werden bald sehen, dass die ersten Sklaven der Dreifaltigkeit, die die äthiopische Weltregierung führen, die Regierung erleuchten, wenn sie sich erheben und scheinen wie die Morgensonne. Unsere Proklamation ist anders. Deshalb sagen wir, dass es nicht dasselbe ist, wie sie es gewohnt sind. Ein Ausnahmezustand, den sie und ihre Kollegen kennen und davon den Regierungen erklärt wurde. Es ist das, was sie beim Militär oder auf andere Weise tun, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wie ich oben erwähnt habe, ist unsere anders, weil es ist von Gott, der dich erschaffen hat. Ich werde es wieder wiederholen. Es ist eine Proklamation von Gott, der die Macht über alle Dinge hat, einschließlich des Todes. Gott kam wie versprochen, um die Israeliten aus dem Land Ägypten zu befreien, die unter der tyrannischen Herrschaft des Pharao standen. Gott, der sein Wort hielt, sandte seine treuen Sklaven Moses und Aaron, um Israel zu befreien. Als jedoch die zehn Plagen des ägyptischen Volkes begannen, verhärtete der Pharao sein Herz und hörte nicht zu. Als er durch Mose das Wort Gottes sprach, wurde gesagt, lass mein Volk gehen, damit es mehr dient. Der hartnäckige Pharao kam trotz seiner wiederholten Arroganz zum Ende seines letzten schrecklichen Zorns. Das Land Ägypten war mit dem Tod des ältesten Sohnes von allen Menschen und Tieren bedeckt. Und das Haus des Pharao war voller Tod. Der Pharao konnte die Situation nicht bewältigen und hatte solche Angst vor den Israeliten, dass er ihnen Gold und Berlern gab und sie freigab. Heute wiederholt Gott seine verschiedenen Strafen, niemand hörte zu, als er die Welt beriet und zu Recht wies. 15 Jahre lang warnte Gott die ganze Menschheit durch seinen Sklaven, ihre Hände von seinem geliebten Volk des orthodoxen Tevedo zurückzunehmen. Aber auf der ganzen Welt hörten sie nicht zu, weil der Teufel die ganze Welt kontrollierte. Alle Nachkommen Adams. Sie sagten, sie würden ihre Schuld am äthiopischen Tevedo-Glauben nicht aufgeben. Sie ließen sie noch mehr leiden. Das Leiden, das die Welt noch nie gesehen, gehört oder erwartet hat, ist gekommen. Dementsprechend kamen Befehle vom Allmächtigen Gott. Was führt die Proklamation aus? Woher kommt das? Wer führt es aus? Was ist ihr Ziel? 1. Was führt die Proklamation aus? Diese Proklamation gilt für alle rebellischen Generationen der Welt. Es wird auf jene Völker wirken, die Atheisten sind, die gottlose Generation. Stattdessen wird es den orthodoxen Tevedo-Glauben auf der ganzen Welt pflanzen. Und ihr Gläubiger wird die Erde erben, weil sie seit Jahrhunderten so viel Leid für ihren Glauben an diese Erde bezahlt haben. Äthiopien wird das Licht der Welt sein. Die Erde wird mit den herrlichen Worten des Bundes und der grün-gelb-roten Flagge des Bundes bedeckt sein. Die zu ehrenden Worte lauten wie folgt. Äthiopien ist ein Land, in dem die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit offenbart und gelobt wird. Äthiopien ist das Erbe der Jungfrau Maria. Äthiopien ist das Licht der Welt. Äthiopien ist der Herrscher der Welt. Minus diese Sätze werden in jedem Aspekt der Erde erhöht und verherrlicht. Gottes Name wird auf der ganzen Erde ständig gelobt. Die Jungfrau Maria, die heiligen Engel, die heiligen Märtyrer und unsere Väter und Mütter werden ebenfalls stolz sein. 2. Woher kommt die Proklamation? Die Quelle ist der Wille des Allmächtigen Gottes. Diese Verkündigung wird von Gottes treuen Dienern und Sklaven offenbart, von denen, die Gott ausgewählt hat, um seinen Willen zu erzählen und zu verkünden. Es wird durch die äthiopische Weltlichtregierung offenbart, welche Entscheidung Gottes, seine Diener durch sie über die ganze Erde herrschen zu lassen. 3. Wer führt die Proklamation aus? Die allerheiligsten Erzengel werden diese Proklamation ausführen. Diese heiligen Erzengel werden alle eliminieren, die im Meer der Sünde ertrunken sind, Gott nicht gehorcht haben, voller Stolz waren uns diejenigen, die sich vor dem Teufel oder dem Tier niedergeworfen haben. Die Könige oder die Herrscher mit ihren Menschen, die auf der alten Schlange, den Drachen setzen, und der falsche Prophet, wir seien es bitte entfernt von den heiligen Engeln. Die Könige mit ihrem Volk, die sich auf die alte Schlange, den Drachen und den falschen Propheten verlassen, werden von den heiligen Engeln wegflegen, die sie regieren. 4. Was ist ihr Ziel? Obwohl das Ziel bereits festgelegt wurde, ist es klar, dass Gott seit Jahrhunderten über sein treues Volk wachte und es in seinem Herzen behält. Er liebte den orthodoxen Tevedo und seine standhaften Menschen, die große Prüfungen durchmachten. Er wählte sie aus, genehmigte sie und ehrte sie. Infolgedessen gab er diesem verachteten Äthiopien, der glorreichen äthiopisch-orthodoxen Tevedo-Kirche, die ganze Welt. Das musste also passieren. Das ist sein Ziel. Äthiopiens Weltlichtregierung regiert die Welt. 5. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, die für die Auferstehung ausgewählt wurde. Die Spreu wird dem Feuer geben, alle zur Hölle zu schicken, die das Zeichen der ehemaligen Schlange, des Drachen, des falschen Propheten verehrten, verehrten und empfingen. 6. Äthiopien in einer dringenden Proklamation. Unser Land, Äthiopien, wird das erste Land sein, das befreit wird. Daher sind die zu ergreifenden Maßnahmen schnell und schnell. Die derzeitige äthiopische Regierung wurde gemäß dieser Proklamation entlassen. Alle in den vorhergehenden Briefen genannten Strafen werden darauf erfüllt. 7. Afrika wird auf die gleiche Weise wie Äthiopien gereinigt. Zunächst muss sichergestellt werden, dass Afrika Teil Äthiopiens ist. Der Nahe Osten wird ebenfalls gereinigt. Zum Teil wird er Teil Äthiopiens sein. Die Proklamation, die weltweit erlassen wird, gilt sowohl in Äthiopien als auch in anderen afrikanischen Ländern. Ohne ein Zertifizierungsdokument der äthiopischen Weltregierung ist jede Aktivität verboten und sofort strafbar. Der einzige Weg, sich zu bewegen, besteht darin, eine Bestätigung von der Regierung der äthiopischen Weltlichtregierung zu erhalten. Es wird für die Menschen in Äthiopien, Afrika und auf der ganzen Welt ausgeführt. Überall auf der Welt sowie in Äthiopien bieten spirituelle fleißige Räte und die Holy Cup Association, die der Weltlichtregierung von Äthiopien unterstehen, spirituelle Dienste gemäß den Richtlinien der äthiopischen Aufklärungsregierung, wie zuvor verstanden, und mit ihren Ausweisen an. Acht, der Rest der Welt, England, die Vereinigten Staaten, ganz Europa, ganz Asien, ganz Afrika, ganz Lateinamerika, ganz Australien und die umliegenden Länder, sie werden von der großen Pest und vom großen Feuer mitgerissen werden. Einige sogenannte Supermächte werden vollständig vom Erdboden gewischt. Was wird das Ergebnis von Gottes Zorn sein, der auf der Erde fließt? 1. In allen Ländern der Welt werden heute hunderte Male mehr Todesfälle des Pharao und des ägyptischen Volkes über die gesamte Menschheit herrschen. Es gibt kein Haus oder Ort, an dem der Tod nicht regiert. Wenn sie eine Marke auf ihrer Stirn haben und die Marke gemäß den Anweisungen der äthiopischen Weltlichtregierung verwenden, wenn sie bei uns registriert sind, obwohl wir sie nicht registrieren, wenn sie vom Heiligen Geist Gottes registriert werden, die zur Wartung mit einem Personalausweis versehen wurden. Im Allgemeinen gibt es niemanden, der nicht mit dem Tod in Verbindung gebracht wird, es sei denn, er ist an unserer Seite versammelt. 2. Vom großen Zorn, vom Beginn des Schlusses auf der ganzen Welt, minus der Tod wird über das Haus und das Tor und das Äußere und den Wald und die Erschlagenen und die Berge und die Höhlen und die Luft und den Himmel herrschen. Es wird alle Kräfte der Erde auslöschen, die nach Zerstörung streben. Der Tod kann nicht leicht gefunden werden, er wird gequält, unterdrückt und gebettelt. All dies wird geschehen, wenn die Menschheit nicht gnädig ist. Es schadet weder Tieren noch Pflanzen. Wie ich oben erwähnt habe, wird eine bescheidene, sanfte Person gerettet. 3. Jeder darf sich nur mit der Person bewegen, die für die Barmherzigkeit bestimmt ist. Die Erlaubnisgeber sind die Herrscher, die unter der Äthiopien stehen. Nur derjenige mit einem Ausweis oder Brief, der seine Unterschrift trägt, kann sich frei bewegen, wie man Erlaubnis und Amnestie erhält, sich ergibt und für andere Fragen, wie man die Führer der äthiopischen Weltlichtregierung kontaktiert, minus es ist möglich, geistlich fleißige Räte aus der ganzen Welt sowie Mitglieder der Holy Cup Association zu finden und zu fragen. Dies ist die Lösung, weil sie Brücken sind, die uns verbinden. 4. Jede Familie Gottes, ob sie registriert sind oder nicht, sie alle, die wir kennen. Und diejenigen, die Gott sie vor der Welt verborgen hat. Sie müssen die äthiopische Flagge, grün, gelb, rot, an ihre Tür hängen. Und unter der Flagge schreiben sie die herrlichen Worte des Bundes auf und geben ihren Namen und ihre Registrierungsnummer ein. Für Unregistrierte, die wirklich an alle Botschaften glauben, die Äthiopien es das Licht der Welt sind, die wirklich orthodoxe Tevedokinder sind, die Buße getan und sich vor dem Schmutz der Welt geschützt haben. Tun sie also genau das, was durch den Glauben registriert wurde. Wer weiß, Gott kann ihnen aufgrund ihres Glaubens, ihrer Aufrichtigkeit, ihrer Sanftmut und ihres Gehorsams Barmherzigkeit erweisen. Die Worte sind minus Äthiopien ist ein Land, in dem die Herrlichkeit der Dreifaltigkeit offenbart und gelobt wird. Äthiopien ist das Erbe der Jungfrau Maria. Äthiopien ist das Licht der Welt. Äthiopien ist der Herrscher der Welt. 5. In der großen Ausgießung der Strafe Gottes werden alle Transporte, Luft, Schiffs, Auto, Tiertransporte, auf der ganzen Welt gestoppt. Wenn es sich bewegt, wird es sofort gelöscht. Alle Fabriken, Dienstleister, Gesundheitseinrichtungen, privaten, öffentlichen Organisationen, Büros, internationalen Institutionen und Organisationen sind vermietet. Und diejenigen, die umkommen, werden umkommen. Es ist nur möglich, sich zu bewegen und zu arbeiten, wenn die unbewegliche Ordnung für die ganze Welt entlassen wird. Es ist nur möglich, mit einer worübergehenden oder dauerhaften Lizenz zu arbeiten, die von der äthiopischen Weltlichtregierung ausgestellt wurde. 6. Der Gouverneur, der in Äthiopien regieren wird, die Äthiopische, hier in Äthiopien, in ihrer eigenen Hütte oder in einem kleinen Haus, führt seine Führung, Entscheidungen, Befehle und Urteile. Der Palast braucht kein schönes Gebäude. In den Augen Gottes wissen und bezeugen sie, dass sie Staub und Asche sind. Wir sind die Kinder unseres Erlösers Jesus und der Jungfrau Maria. Und wir sind die Armen, die Verachteten, die Handen und die Ungebildeten. Aber sie werden ein Urteil vor uns bekommen. Sie werden ihre Aufgaben freiwillig oder unfreiwillig erfüllen. Sie werden nur das sein, was ihnen gesagt wird. 7. Da wir in Äthiopien leben, können nur Äthiopien Airlines auf der ganzen Welt operieren, wie jeder, der ins In- und Ausland reisen muss, um uns zu treffen oder aus persönlichen Gründen zu reisen. Wenn die Fluggesellschaft fliegt, muss das Bündnissymbol, die Flagge, grün, gelb, rot, das Wort des Bündnisses, angebracht und außen sichtbar sein. Darüber hinaus muss es den von uns unterzeichneten Brief enthalten. Alle Fluggesellschaften anderer Länder können nicht mit ihren eigenen Flaggen und Logos operieren, fliegen. Sie können sich nicht einmal in ihrem eigenen Land bewegen. Selbst wenn sie einen Service erhalten möchten, können sie dies nur bei Äthiopien Airlines tun. Ihre Fluggesellschaft kann unter der Schirmherrschaft von Äthiopien Airlines operieren. Dies ist nur zulässig, wenn Äthiopien Airlines ihnen, den anderen Fluggesellschaften, den Buchstaben und das Bündnissymbol geben und wenn die Fluggesellschaften der anderen Länder dies akzeptieren. Dies wird nur geschehen, wenn sie vertrauenswürdig und zugelassen werden. Uns der Lizenzgeber ist nur die Weltlichtregierung in Äthiopien. 8. Der Welt, alle Loft, Land, Meer und Kommunikation werden aufhören. Keiner von ihnen kann sich auf seine Weise bewegen. Alle internationalen Unternehmen, Branchen und die elektronische Kommunikation werden geschlossen. Wie wir wiederholt festgestellt haben, ist es für niemanden möglich, sich ohne unsere Erlaubnis zu bewegen. Sie helfen sich nicht gegenseitig. Der Tod ist überall. Wie wir wiederholt festgestellt haben, herrscht der Tod in allen Nachkommen Adams, wo immer sie auch sein mögen. Es sei denn, der mit einer Markierung auf der Stirn. Und die mit dem Mal auf der Stirn. Sie können Materialien nur für sich selbst verwenden. 9. Keine Regierung in irgendeinem Teil der Welt kann sich bewegen. Es kann nicht wie die Regierung sein. Im Allgemeinen können nicht alle Menschen an wirtschaftlichen, sozialen oder militärischen Aktivitäten teilnehmen. In jedem Fall ist es im In- oder Ausland nicht möglich, sich ohne einen Personalausweis oder ein Dokument mit einer Unterschrift von Kaiser der Wodrus oder der Person, die er vertritt, zu bewegen. Nur durch Gottes Willen können alle Nachkommen Adams gerettet werden. Wenn ja, muss er aufrichtig anerkennen, dass Äthiopien das Licht der Welt ist, dass die Führer die Sklaven der Dreifaltigkeit sind und dass die äthiopisch-aussodoxe der Vedokirche der einzig wahre und siegreiche Glaube ist. Er muss aufrichtig umkehren. Er muss umkehren und sich korrigieren. Außerdem sollte er die Dreifaltigkeit und die Jungfrau Maria preisen, weil er durch die Güte Gottes gerettet wurde. 10. Wenn die Proklamation in Äthiopien und in allen Nachbarländern durchgeführt wird, sind keine Maßnahmen zulässig. Um sich zu bewegen, ist ein Dokument der äthiopischen Weltlichtregierung erforderlich. Wir haben es viele Male wiederholt, weil wir möchten, dass jeder weiß, dass es ein Muss ist. 11. Es sei denn mit Genehmigung der von Äthiopien Landtransporte auf der ganzen Welt, wie Züge, schwere Lastwagen, große öffentliche Verkehrsmittel. Jede Institution, Transportbedienstfahrzeuge, privaten Nutzfahrzeuge und alle Fahrzeuge, dürfen niemals auf irgendeine Weise betrieben werden. Der Seeverkehr wird nicht voll funktionsfähig sein. Es wird entfernt, sobald es bewegt wird. Alle, die auf dem Meer und im Meer sind und militärische Aktivitäten ausüben, werden eliminiert. 12. Alle Satelliten, die im Weltraum für militärische Geheimdienste, Spionage, Aggression und andere zerstörerische Aktivitäten eingesetzt werden, werden eliminiert. 13. Diese Länder, die über nukleare, chemische, Neutronen und biologische Waffen verfügen, werden bei der ersten schweren Zerstörung ins Visier genommen. Die Länder, die behaupten, mächtig zu sein, sind die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, China, Russland, Indien, Pakistan, Nordkorea, Iran und Israel. Sie werden nicht alter, Zeit, Ruhe bekommen. 14. Voraussetzung, wenn ein Land bereit ist, sich zu ergeben, als die umfassende Aktion darauf begann. Er sollte sich mit den Menschen beraten, die er führt, und nach dem Gesetz seines Landes entscheiden, das sie regelt. Mit dem Dokument, das sie beschlossen haben, muss er einen Brief vorbereiten und die fleißigen Räte informieren, um seine Hand zu geben. Danach erhält er eine Lizenz zum Umzug oder Betrieb. Um nach Äthiopien zu kommen, sind Erstankünfte nur im benachbarten Kenia und Chibutin möglich. Während dort, muss er warten, bis ein Auftrag gegeben werden, oder sie werden von einer Delegation beantwortet, die von der Regierung der äthiopischen Welt des Lichts vertreten wird. Wenn er seinen Verpflichtungen gemäß der gegebenen Antwort nachkommt, wird er über seinen nächsten Schritt informiert. Auf diese Weise werden Aktivitäten der Übergangsregierung durchgeführt. Für ein unwilliges Land und Volk wird es vollständig vom Erdboden gewischt. Jeder Bürger dieses Landes, die sein Willgabe persönlich oder ein Urteil zu bekommen, um die äthiopische Botschaft gehen zu müssen, der auf seinem Land existiert, die von uns vertreten, und die Anwendung schreiben und in der Schlange warten. Wenn die Botschaften sie nicht richtig behandeln, kann er sich bewerben und in der Schlange warten, um eine Entscheidung bei den fleißigen Räten zu treffen, die in ihrem Land die äthiopische oder ausländische Staatsbürgerschaft besitzen. Dies kann auch durch Vorbereitung als Vertreter sowohl für die Organisation als auch für die Gemeinschaft erfolgen. Gelobt sei der Name der Dreifaltigkeit Ebrahams. Gelobt sei der Name der Jungfrau Maria. Angekündigt von der äthiopischen Weltlichtregierung am 21. Dezember 2013 im äthiopischen Kalender oder am 30. Dezember 2020 im europäischen Kalender. Nach dem 21. Februar 2013 im äthiopischen Kalender oder dem 28. Februar 2021 im europäischen Kalender beginnt sie jeder Zeit und an jedem Ort, an dem die Dreifaltigkeit nur weiß, die umfassende Aktion die Zerstörung. Dies kann nur durch das Betten und Gebet von Sklaven der Dreifaltigkeit oder durch die Primärserver der Weltlichtregierung von Äthiopien gestoppt werden. Es gibt keine andere Lösung. Von der äthiopischen Weltlichtregierung gemäß der uns von der Dreifaltigkeit erteilten Autorität am 21. Dezember 2013 im äthiopischen Kalender oder am 30. Dezember 2020 im europäischen Kalender proklamiert. Erste Sklaven und Diener der Dreifaltigkeit minus 1. Name, Gebremethen, Unterschrift, Fingerabdruck minus 2. Name, Siffeselase, Unterschrift, Fingerabdruck minus 3. Name, Verresendet, Unterschrift, Fingerabdruck minus Und er spricht zu mir, versiegele nicht die Sprüche der Prophezeiung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer ungerecht ist, der sei noch ungerecht, und wer schmutzig ist, der sei noch schmutzig, und wer gerecht ist, der sei noch gerecht, und wer heilig ist, der sei noch heilig. Und siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist bei mir, jedem Menschen zu geben, wie sein Werk sein soll. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Gesegnet sind diejenigen, die seine Gebote tun, damit sie Recht auf den Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt eintreten können. Denn ohne sind Hunde und Zauberer und Hurenhändler und Mörder und Götzendiener, und wer liebt und lügt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge in den Kirchen zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids und der helle Morgenstern, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer hört, der sage, komm. Und lasst den, der durstig ist, kommen. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens frei. Minus Offenbarung von Johannes Kapitel 22, von 10 bis 17. Schließlich ist dies meine Warnung und mein Rat an allen Nachkommen Adams. Wie sie oben gesehen haben, ist ihr endgültiges Urteil gekommen, um sie zu erledigen. Egal wer du bist, du wirst dem Tod nicht entkommen. Das ist alles, was ich sagen kann, wenn du ein bisschen verstehst, hör mir zu. Sie können niemanden täuschen, wie sie es gewohnt sind. Selbst der Teufel, der dich treibt, wird nicht entkommen. Deshalb rate ich ihnen persönlich, dass sie davon profitieren werden, wenn sie sich in Gottes Hände legen. Demütigen sie sich und bereuen sie von Herzen und sagen sie ihm, er soll sie retten. Versprich ihm, dass du nur auf seine Wahrheit hörst, ihm gehorchst und dass du sein aufrichtiger Diener bist. Bete ernsthaft zu Gott, um dir Barmherzigkeit zu erweisen, um der Jungfrau Maria willen und um der herrlichen Erzengelsengel willen. Sein Zorn und der Feuerofen liegen vor dir. Dies ist mein Rat an sie, meine Leute. Ich wünschte du könntest wie wir überqueren. Wir, die Diener Gottes, die Diener der Jungfrau Maria und die orthodoxen Patrioten, wünschen ihnen noch heute alles Gute. Wenn sie klug sind, nutzen sie diese kurze Zeit, die für die weltweite Verbreitung der Nachricht zur Verfügung steht. Ketzer, Protestanten, Katholiken, Gesalbte, Gnaden, Rassisten, sie haben keine Gnade. Ich versichere ihnen noch einmal, sie haben in keiner Weise Gnade. Von den Muslimen wurde erwartet, dass sie Buße tun, bis diese Botschaft veröffentlicht wurde. Nur wenige haben es benutzt. Gleichzeitig versichere ich ihnen, dass nach dem 21 Februar 2013 im äthiopischen Kalender oder nach dem 28 Februar 2021 im europäischen Kalender diejenigen Muslime, die immer noch an ihre eigenen falschen Geschichten glauben, wie Ketzer, Protestanten und Katholiken sein werden. Und ihr Schicksal wird auch für Muslime sein. Möge Gott allen ehrlichen, sanften und freundlichen Menschen Verständnis geben. Amen. Gepriesen sei der Name des Gottes Ebrahams, Isaacs und Jakobs. Amen. Gepriesen sei der Name der Jungfrau Maria. Amen. Amen. Amen.